So, Hallöchen, was lange wird, wird endlich gut und so. Da wären wir mal wieder zu Medieval Dynasty, oder Dynasty, wie man gerne sagt. Mit jetzt 10 Minuten Verspätung, denn irgendwie hat das Spiel rumgespackt beim Starten und... Ja, ging dann doch am Ende. Rote Frage, was das Problem war. Es hat sich irgendwie gut... Okay, ich habe gestern Abend erst meinen Grafikkartentreiber nochmal geupdatet. Kann sein, dass es damit irgendwelche Probleme verursacht hat. Auf jeden Fall habe ich es jetzt einige Mal starten müssen, dass es geklappt hat. Aber jetzt läuft alles soweit. Dann mal Hallöchen an alle. Ich ploppe mal den Chat raus, dass es alles ein bisschen ersichtlicher ist. Hm. Das sieht schon um einiges besser aus. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, um mal zu gucken, ob das jetzt auch wenigstens flüssig läuft. Das Problem hatten wir ja schon mal. Aber ich bin eine gute Dinge... ... So, okay, alles eingestellt. Dann mal willkommen an alle, die sich jetzt hier eingefunden haben. Hallo, 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 hallo. Alle am Reinkommen. Wunderbar. Warten wir wieder mal ein kleines bisschen wie immer, bevor wir weitermachen. Ja, das letzte Mal, Medieval Dynasty ist jetzt ja auch schon wieder fast zwei Wochen her. Deswegen muss ich erst mal gucken, wo wir stehen geblieben sind, ne? Schauen wir einfach, schauen wir einfach. Grüße, Damu. Und Masuk. Und wenn ich gerade sonst so fröhlich mal rauspicke, Philipp Tvers, Benjamin Stäbe. Crazy Dave, der Reinhardt. Und so weiter und so weiter. Und Neji. Okay, ich... Ähm, ich werde jetzt vielleicht nicht wirklich alle jetzt durchwegdurch vorlesen. Das könnte vielleicht ein bisschen heftig werden, wenn jetzt jeder plötzlich ruft. Ich habe einfach mal ein paar Referendennamen rausgesucht. Ja, wunderbar. Nun, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir waren kurz davor, die Schenke zu bauen, ne? Ich meine, ich habe den Titel schon mal gleich passend genannt. Unser Dorf braucht eine Schenke. Ich glaube, wir waren kurz davor, die zu bauen. Ich glaube, das war unser nächstes Ziel. Ja, stimmt. Wir waren sogar fast mit der fertig. Stimmt, wir haben die ja schon angefangen zu bauen. Und die war schon fast fertig. Wir bräuchten jetzt bloß noch die Vollendung und dann ein Schankwirt. Worum es bei dem Spiel geht, ganz knapp zusammengefasst. Das ist einfach ein Survival-Spiel, bei dem du aber auch dein eigenes Dorf aufbauen und verwalten kannst. Und Arbeitskräfte zuweisen kannst und Ressourcen abbauen kannst und so weiter und so fort. Also schon ein halbes Strategiespiel, bloß eben aus der Ego-Perspektive. Okay, ich würde mal sagen, wir haben ein bisschen gewartet, dass sich Leute einfinden. Dann können wir mal laden, wo wir stehen geblieben sind. Da können wir immer noch gucken, was so war. Äh, letztes Mal war am 11.10. Ja, das ist jetzt auch zwölf Tage her. Ah! Wie doch die Zeit vergeht. Und nein, das Spiel hat keinen Multiplayer, weil da gerade die Frage kam, ob man mitspielen kann. Das Spiel gibt es nur im Singleplayer. Es gibt viele, die sich einen Koop für das Spiel wünschen. Finde ich auch ganz praktisch. So, hoffen wir mal, dass das Spiel flüssig läuft, weil wir hatten es ja schon mal, dass es beim Stream gerugelt hat. Moment, ich hätte gern das Overlay noch ein bisschen drüber, dass ich weiß, was die Auslastung sagt. Bin ich jetzt auch ein bisschen paranoid? Ganz kleines bisschen. Sollte aber eigentlich gehen. Sieht eigentlich gut aus, ne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Ja, Fähigkeitenmanagement. Was sagt denn das Management? Bei der Karte haben wir schon mal einiges aufgebaut. Das ist wunderschön. Stimmt, da hatten wir also sogar die Schenke. Die braucht aber noch ein bisschen, bis sie fertig ist. Mein Management, wie viele Plebs haben wir denn? Wir haben echt schon eine Menge Plebs, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute schon angeworben. Das ist echt nicht schlecht. Wer von euch sollte denn der Schankwirt werden? Ich glaube, du warst das mal Wiener, oder? Ich glaube schon, weil er hat auch beim Crafting 3 Fähigkeit und ist noch irgendwo eingetragen. Ich glaube, das sollte unser Koch, unsere Köchin werden. Beim neuen Pitch laden die Ladebildschirme. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist sehr, sehr schnell geladen jetzt. Nicht schlecht. Ja, das Spiel kostet Geld. Irgendwie 22 Euro oder 23. 25? So knapp über 20 Euro. Also längst nicht wie ein Vollpreistitel. Aber man muss bedenken, es ist Early Access. Das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Nicht ganz, ist gut. Also da fehlt noch jede Menge Konto. Es sollen noch später viele reinkommen. Reittiere sollen reinkommen. Noch weitere Events. Es soll dann vielleicht noch ein Kampfsystem geben. Also ich meine, es gibt schon ein Kampfsystem gegen Wildtiere. Aber dass du wirklich mit Banditen klarkommen musst und so. Für solche Sachen. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich weitermachen, wo wir jetzt mal stehen geblieben sind. Hier. So. Meine Güte. Äh. Zurechtrücken. Stuhl knarzt. Ah. In weniger als einem halben Jahr ist mein Umzug. Dann sagt der Stuhl. Ade. Wenn ich das immer streame, mittlerweile eigentlich immer Freitagabend. Gut. Letzten Freitag war eine Ausnahme. Da habe ich Crusader Kings gestreamt gehabt. Ähm. Ansonsten jetzt immer Freitagabend. Solange wie ich es noch spiele. Immer so ab 19 oder 20 Uhr. Nur ein Dreh. Bis grob angepeilt Mitternacht. Hier und da mal eine Stunde mehr. Hier und da mal zwei Stunden mehr. Hm. So halt. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir sind... Sind wir in einem neuen Tag? Wir sind in einem neuen Tag. So. Was hat uns denn eigentlich noch gefehlt bei diesem wunderschönen... Erstmal fehlt uns, glaube ich, ne... Ne. Ähm. Hammer. Kamerad. Aber wir brauchen rundherum Stücke. Habe ich beides nicht. Ja. Nice. Was sagt denn das Vorratslager? Hallo, Lagerverwalterfrau. Stimmt. Was hat das eigentlich nochmal... Mann. Ich glaube, das hat mir auch jemand gesagt. Nur damit ich es jetzt wieder vergesse. Nein. Ja. Stöcke haben wir fast keine auf Lager. Aber da kann ich mir selbst Abhilfe schaffen. Hoffe ich mal. Vielleicht auch nicht. Zweig. Zweig. Mein Gott. Es gibt so viele nicht zweigige Zweige. Das ist schlimm. Heute müssen wir richtig Babys gemacht. Ich habe doch schon... Ich habe doch schon eins in der Wache. Gut. Ich meine, es gibt noch viele andere potenzielle Frauen im Dorf. Aber ich kann jetzt ja nicht einfach mal hergehen und alles durchschwängern. Also, ich meine... Also, biologisch machbar wäre es. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel es ermöglicht. Ich glaube, man darf immer nur eine feste Frau gleichzeitig haben. Unerhört, wenn ihr mich fragt. So. Ich kann es nicht Günther nennen. Ich bin enttäuscht. So. Jetzt erstmal zu meinem Hammer. Das Trieb läuft soweit flüssig bei euch, ne? Also, ich sehe... Bei mir sieht es zumindest gut aus. Aber gibt es... Ähm... Gibt es irgendwelche Ruckler oder sowas? So Mikroruckler hier und da oder so? Dass ich weiß, dass ich ein bisschen was umstellen muss. Wenn nicht, dann ist alles gut. So. Hammer... 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 Nicht Homer... Hammer... Da. Hm. Rundhölzer fehlen mir noch. Ja, super. Da müssen wir noch ein paar mitnehmen. Stöcke haben wir die meisten fertig. Die Taverne steht bald. Schön. Ich glaube, wir brauchen echt nur noch die zwei Rundhölzer. Das Dach ist soweit auch fertig. Sehr schön. Dann gehe ich mal schnell die Rundhölzer holen. Leichte Ruckler. Hm. Könnte ich irgendwo was umstellen vielleicht? Das ist eine gute Frage, ob es... Warum ist die Fern... Das meiste hat sich zurückgestellt, kann das sein? Fernsicht mittelreich, Kantenkletzung reicht mittel. Nach Bealtwertung, gut, das kann man auch hochlassen. Die Schatten niedrig, Texturen können auf mittel. Und Laub kann auch ein bisschen runter. Kann sein, dass das vieles auslöst. Jetzt soll es eigentlich besser sein. Hoffen wir mal. Weil die Grafikkartenauslastung ist dann nicht ohne. Ich meine... Es wäre kein Problem mit der Grafikkartenauslastung, wenn ich nicht noch auf Grafikkarte, ähm... fokussiert streamen würde. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ich habe mich schon gewundert, das spielt sich irgendwie besser aus, als ich es in Erinnerung hatte. Also so an sich privat zu spielen, wäre das Spiel aber absolut kein Problem. Wenn ich gleichzeitig streamen, kann es ein paar Ruggler geben. So, ich hoffe, jetzt läuft es besser und flüssiger. Wenn nicht, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen an der Bitrate drehen. Oder ich stehe doch nochmal auf CPU um. Aber, also, was Rennen hier... Streamen angeht. Aber naja, das kann auch wieder Probleme verursachen. Hm. Äh, nee, du nicht. Kinga, du wirfst eh bald. Passt schon. Ähm. Zwei Hölzer waren es, glaube ich, nur, ne? So, Hallöchen, liebe Hütte. Einmal. Zwar... Verdammt, es waren dreimal. Oh, Moment mal. 91, ja, das müsste das letzte sein. Äh. Besser mit der Graf... 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 Achso, jetzt ist es jetzt besser geworden, was Ruggler angeht. Perfekt. Das höre ich gerne. So, Madame, bitte lassen Sie mich ans Holz. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, Glocke gar nichts. Obwohl, ja gut. Ich meine, ich kann natürlich meine Grafikkarte jetzt auch auf Verschleißmodus umschalten. Die müssen nur noch ein halbes Jahr durchhalten. Gut, ein halbes bis ein. Im Laufe des nächsten Jahres würde ich mein PC nochmal sehr stark aufrüsten. Das letzte Mal ist jetzt etwa vier Jahre her und ich habe so einen etwa vier Jahreszyklus, den PC zu upgraden quasi und jetzt sind die meisten Komponenten so langsam an der Dauer, wo ich wirklich sage, okay, jetzt sollte ich mal wechseln, vor allem, weil ich wirklich mal passende Hardware hätte, um damit zu streamen. Also ich habe an sich einen relativ guten Gaming-PC, den man auch heute noch halbwegs verwenden kann, aber für Streamen nicht perfekt. Vor allem auch die CPU. Ich habe immer noch eine Vierkern-CPU und das ist für Streamen plus Spielen ein bisschen problematisch. Du kannst auch genau sagen, was die Leute machen können in der Schenke. Das hört sich gut an. Stimmt, wir können jetzt endlich mal jemanden einstellen. So, das machen wir auch gleich mal. Ja, Management. Malvina, du wirst hier Schankwirt. Arbeitsplätze zuweisen. Taverne. Arbeiter zuweisen. Gastwirt. Kann ich denen auch genau sagen, was sie als Gastwirt machen sollen? Weil ich meine, es ist doch dann... Äh, ja, das passt. So, ähm, Feld. Ja, das sind die Felder, die man machen kann. Taverne. Crafting. Ah, 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 ah. Was haben wir denn da? Wir können sie machen lassen. Wir können die Leistung aufteilen. Und die nimmt das dann aus dem... Ja, das ist doch nice, wenn die das dann wirklich rausnimmt und dann umwandelt, ist das doch perfekt. Gebratenes Fleisch kostet Fleisch. Ich bin... Ich bin total... Erschüttert bin ich. Kohl und Fleisch, das braucht man nicht, die dicke Suppe. Wir brauchen Karottenfleisch. Da können wir produzieren, bitte. Da machen wir mal zu... 30%. Dann zu... Zwiebeln gebratenes Fleisch mit Soße. Weil Zwiebeln ernten wir auch, bitte auch zu 30%. Und... Zu etwa 40% gebratenes Fleisch. Hauen wir mal so... 40, 40. Und ansonsten ein bisschen gebratenes Fleisch. Warum gibt es zweimal gebratenes? Ach so, weil du machst du das Fleisch. So. Lassen wir es erstmal dabei und schauen wir mal, was dann so rausgeerntet wird. Ja, nice. Was ich vom Spiel halte, von 1 bis 10, boah, das ist schwierig einzuschätzen. Weil es ist die Frage, wie ich das Spiel bewerte, wie es jetzt ist, oder das, was es mal werden soll. Weil, wie es jetzt ist, 1 von 10, das ist schwierig. Es macht unglaublich Spaß. Und ich habe aber noch nicht... Ich habe noch nicht den Punkt erreicht, den du sagst, du bist jetzt am Ende des Spiels. Ich würde mal sagen, es ist jetzt schon eine 6 von 10 oder 7 von 10. Wenn man mit einberechnet, dass das Spiel zum Endgame hin keinen Content mehr hat, großartig. Also, dass du keine Konflikte mit den Dörfern hast, dass du keine Kämpfe führen kannst, dass es keine Banditen gibt und so. Aber was ich bedenke, wie sich das Spiel noch updaten kann, dass dann eben irgendwann noch so viele Mechaniken und Sachen dazukommen. Es ist halt noch so viel drin. Das kann halt wirklich eine 9 bis 10 von 10 werden. Hm. Bald endet der Herbst übrigens. Eine dicke Suppe ist eine Soße. Hm. Hm. Nicht wirklich. Nicht immer. Soßen sind halt wirklich dafür da, nicht so gegessen zu werden, sondern ja quasi als Beilage mit. Also hier, ähm. Dass du sie quasi zu Mahlzeiten mit dazu servierst. Bei einer Suppe ist es so, du kannst auch eine Suppe dick machen, ohne dass es eine Soße ist. Und trotzdem noch eine Suppe ist es. Es ist gerade schwer zu erklären. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Eine etwas dickere Suppe ist immer noch eine Suppe. Äh. Machen wir noch mehr Brennholz, würde ich sagen. Ich bin aktuell eigentlich ganz glücklich, dass so wenig verbraucht wird. Und das Stroh kommt auch mal weg. So. Dann hacken wir uns mal Brennholz. Äh. Nee, Mist. So, nee. So, okay. Genau, beispielsweise Kartoffelsuppe kann ziemlich schnittig werden. Einfach weil Kartoffeln sind ja ein natürliches Dickmittel. Wegen der Stärke. Ja, man kann es geschmacksverstärkern, ja. Das Endgame-Problem hatte Banished auch. Ja, gut. Also das Endgame-Problem hat eigentlich... Ganz ehrlich, das Endgame-Problem hat fast jedes Aufbau- und Strategiespiel. Es gibt sehr wenige Spiele... Also die meisten Strategiespiele haben wirklich das Problem, am Anfang hast du Schwierigkeiten und sobald du ins Late-Game kommst, bist du Gott quasi. Äh. Handwerkliches Wissen würde ich sagen, ne? Dass es noch schneller hochgeht. Oh, geringerer Haltbarkeitsverlust von Hämmern wäre aber auch schon sexy. Aber ich würde trotzdem es schneller beschleunigen, dass es schneller geht. Egal, was darf man brauchen, ist nicht so wichtig. Schnelleres Backen ist mir eigentlich auch egal. Das Bauarbeiter wäre dann interessant. Aber machen wir erst mal das handwerkliche Wissen höher. F. F, 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 F. F, F, Du P, Respekt. Ich kann auch dick werden, bin ich eine Suppe? Eine sehr gute Frage, Tobi. Jetzt sind wir schon bei existenziellen Fragen ankommen. Ja, wunderbar. Gut, haben wir eigentlich noch irgendwas an Quests? Interessantes. Bekomme einen Erben, da bin ich ja kurz davor. Ich stehe hier von Unigus, das ist jetzt noch nicht weiter. Warte auf die nächste Jahreszeit, darauf warte ich auch. Ja, es gibt ansonsten gerade nicht so viel zu tun. Gut, ich soll noch zu Wilhelm fünf Bären liefern. Ich glaube, das war ganz unten im Süden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, bei Hornigar. How about no? Aber hier haben wir auch Quests bei unseren Leuten. Wir können trotzdem mal in die Stadt gehen und neue Leute an... Wie viel haben wir jetzt eigentlich an Potenzial? Bevölkerung 10 von... Ach stimmt, wir müssen auch mal reparieren, ne? Das sage ich ja schon ewig. Äh, unser Haus für meine zwei dann. Zwo, vier, sechs... Ah ja, wir haben schon wieder... Ja, wir haben schon wieder maximales Kapazität. Weil die vier ja eh nicht benutzt werden können. Aber ich kann doch bestimmt schon mal das nächsthöhere Haus bauen am Wald, ne? Oh Gott, ne, längst nicht. Äh, ja gut. Ich würde sagen, gehen wir schlafen. Futtern muss ich so schnell nicht. Gehen wir pennen. Oh, gut, was heißt da? Er wurde auch... Also ich glaube, Tobi war sogar vor dir, Mod Karadis. Wow. Letzter Herbsttag. Dann ist der Winter da. Hm. Oh, ich habe das Brennholz die ganze Zeit bei mir gehabt. Höh. Ähm. Was wollte ich verkaufen? Irgendwas hat sich doch zum Verkauf richtig gelohnt. Aber gut, bevor ich... Ich würde trotzdem mal gerne die Stadt vorbeigucken. Was sollte ich kraften am besten, dass ich schnell und gut Geld mache? Ich meine, wir haben jede Menge Steine. Das heißt, wenn man da noch eine Menge Stöcke auf den Weg mitnimmt, kriegt man jede Menge Messer gemacht wieder. Aber ich möchte auch mal was anderes als Messer machen. Oh Gott, mein Bogen ist ja bald kaputt. Oh. Was gab es so? Zum Sohkraften war es ja, glaube ich, ein bisschen schwieriger, was Gescheites zu machen, ne? Denn dann sollte ich schon was an der Instation machen. Mensch, da ist so ein Tower-Rash. Hehe, he. Hm. Ja, Bären. Ja, gut, Bären. Bären sind so eine Sache. Wir haben Herbst gerade. Von dem Game Herr der Ringe-Mod kann man natürlich auch machen. Ich glaube, aus Rundholzern könnte ich auch Schaufeln machen. Aber Rundhölzer würde ich mir lieber zum Bau aufsparen. Da würde ich lieber erstmal, obwohl Steine können wir langfristig auch gebrauchen, klar. Aber ich nehme mir trotzdem erstmal so 18 Steine mit. Und mache einfach noch ein paar Messe. Ja, stimmt. Ja, das ist echt das Argument, Marc. Dass ich die Häuser auch bald mal upgrade, dass der Holzbrennenhalsverbrauch nicht so hoch ist. Vor allem jetzt, wo Winter kommt. Vielleicht sollte ich mich jetzt wirklich mal darauf konzentrieren, sowohl die Stadt zu reparieren, als auch aufzuwerten auf die nächste Stufe, die ganzen Gebäude. Dass Ja, dass die Leute immer nicht solche Wimperchen sind. Und die das ganze Brennholz verfeuern. Wo leben wir denn? So, äh, gucken wir nochmal ganz kurz vom Kornspeicher, was wir so zu Futter mitnehmen können. Seit wann das Spiel in Entwicklung ist, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Äh, das ist, glaube ich, nicht das, was ich will. Das sind nicht die Droiden, die ich suche. Irgendwas, was am Kaputtgehen ist. Ja, das Fleisch mit Soße hier hat schon mal bessere Tage gesehen. Nehmen wir mal zwei Stück mit. Was futtern für unterwegs? Ähm, eine Beere. Hui. Ho, 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 jetzt aber manche übertreiben hier. Hasenfall habe ich schon ewig nicht mehr aufgewertet. Zweige, Zweige, Zweige. Und sobald ich überladen bin, werden Messer gemacht. Auf dem Weg zur Stadt nochmal. Dann gucken wir nochmal, ob wir schon mal die nächsten Leute betören können. Dass wir dann frisch gleich rekrutieren können, sobald der Platz da ist. Dann geht's ab, sage ich euch. Aber ja, jetzt über den Winter Geld zu sammeln, dass ich die Steuer abgeben kann, weil die wird jetzt ziemlich teuer, glaube ich. Da haben wir ein bisschen was. Samen verbrauchen bringt sehr viel Geld. Und die benötigst du nicht mehr dadurch. Stimmt, die Feldarbeiter brauchen ja gar keine Samen, ne? Ja, 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 das wäre echt eine Idee. Da die Felder jetzt automatisch gemacht werden, hat sich das ja gelöst, soweit das Problem. Oh Gott, wie viele Stöcke ich noch mitnehmen kann. Stocks. Nicht Stongs, Stocks. Ganz viele Messer. Mach das Rohstofflache leer genug, damit auch das Holz reinkommt. Der Steinbruch. Ach stimmt, die ganzen Steine kommen ja vom Steinbruch. Stimmt, ich habe einen Steinbruch, deswegen sind die ganzen Steine drin. Ja, okay, Herr, da hältst du alle Hacken. Ja, stimmt. Dann könnte ich mal demnächst halt so eine Hacken machen. Jetzt gebe ich einmal noch Messer ab und bezurze nochmal die Leute und gucke mal, was es so an Quests gibt. Näherei 2 freigeschaltet. Meine normale Näherei kann ich ja nicht so eine Näherei 2 aufwerten, oder? Macht es ein bisschen uncooler. Von für Färbebottige. Für Färbebottige, die gibt es hier noch. Nebenstoff und Kleidung, okay. Und dann... Mehr Arbeiterschlitze. Gut. Kochen und Backen. So ein Speicher. Mehr Plätze für Arbeit. Oh, mehr Plätze für Arbeit. Das bedeutet, wir können noch mehr Köche einstellen. Oh, kochen, backen und destillieren. Nice. Erst die Tavernenstufe 3 schenkt überhaupt erst aus. Ich glaube, dann kann ich es weniger eine Schenke nennen, sondern mehr eine Taverne, ne? Der stimmt bei Mensch, man sieht in uns ja. Moment, äh... 580. Wie viel Geld habe ich aktuell? Na gut, ich kann es mir jetzt schon fast leisten. Es sei denn natürlich, ich gehe jetzt richtig dick auf Einkaufstour. 1er abreißen und jetzt 2er draus machen. Hm, 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 hm. Aber ich wollte doch gerade eben die Gebäude... Wie bist du eigentlich? Jemand, der mit zu mir in die Hood kommen will, habe ich gehört, ja? Äh, wie ist die letzte Zeit ergangen? Oh, das hat ihr gefallen. Sehr gut. Wie ist die letzte Zeit ergangen? Frage ich mal nochmal. Wie ist die letzte Zeit ergangen? Äh, ja. Ich bin erstmal zufrieden mit dem Fortschritt. Wir müssen nur noch einmal schaffen. Feldarbeit, harte Job. Verdammt. Okay. Laden. Oh man, also dieses System müssen die auch richtig nochmal überarbeiten. Dass du halt wirklich 3LandError hast, zum Leute bezwürzen. Problem. Stein an der Hacken bringt 33 das Stück. So. Momentos, Zeitos. Adelikos, Glubschus. Oh, 15! Denkst du, du könntest so einen machen? Hm. Ich würde gerne sehen, wie du das machst, so wenn du das jemals versuchst. Ich glaube, die Frau kommt mit uns mit. Das sind wirklich nur wieder nur noch Frauen. Wir bauen jetzt wirklich so ein Harem auf, das ist nicht mehr normal. Die ist auch schon bei 60%. Stimmt, ich könnte auch mal gucken, was für Werte du hast. Sag mal her. Äh, was ist der vierte Wert eigentlich? Was soll das sein? Hm. Gertruda. Gertruda. Ergang? Ist ja egal. Schönes Wetter. Das geht natürlich immer mit dem Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es ja dort, wo wir sie haben wollen. Das ist die 70. Gut. Da haben wir schon mal zwei Chicks ready to pick up. Irgendwelche Quests gibt es ja nicht, aber der Uni-Horst kann mir mal ein bisschen was abkaufen. Die ganzen Pilze, nimm mal bitte. Dann nimm mal ein bisschen die... Das bringt mir nicht viel, aber ein bisschen Johanneskraut kannst du trotzdem mal nehmen. Dann die ganzen Messe. Und das reicht erst mal. Alles klar. So, stecken wir mal den Hammer. Nimm mal die Spitzhacke. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu tun erst mal. Ich wüsste jetzt nichts, was mich hier noch interessieren würde. Es sei denn, ich gehe schnell nach Honeka runter, um die Quest abzugeben. Ah ne, ich habe ja die Bären gar nicht. Ja, genau, Karate. Ich meine das Überredungssystem. Das ist das... Das Anführungszeichen Überredungssystem. Ich rede mit den Leuten fünfmal über das Wetter, wenn ich Glück habe. Und habe jemanden überzeugt, ins Dove zu kommen. Ich weiß nicht, die müssten irgendwie mal was einführen, was wirklich mehr darauf basiert, das Gegenüber vielleicht irgendwie Informationen über denjenigen zu sammeln und den dann zu bezürzen oder Aufträge zu machen oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was nicht damit zu tun hat, dass du jetzt fünfmal mit jemandem über das Wetter redest und schon kommt er mit dir mit. Beziehungsweise, wo es einfach nur zufällig, auf Zufall basiert. Ob er das jetzt mag, was du sagst oder nicht. Ja, wie ist dieses Games? Also mir macht es sehr viel Spaß, Phil. Jede Menge. Im Winter nicht über das Wetter reden. Ist das jetzt wirklich ein ernst gemeinter Tipp oder ist das eher ein Witz? Ach gut, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt habe ich die nächsten zwei ja schon mal klar gemacht. Ich gehe mal kurz was trinken. Und sowohl im echten Leben trinke ich gerade ein bisschen. Und jetzt auch im Spiel. Und Füster, danke schön für die fünf Euro. Und übrigens auch für die Mitgliedschaft von vorhin. Ich liefere nur eben die Eisenbahnen ab. Gut. Achso, okay. So kann man es auch nennen. Alles Fleisch mit Soße. Hanukmen. Füster schreibt was. Das erste, was ich lese danach, ist Hanukmen. Eine Runde Edge von Pastel wäre irgendwann auch mal wieder eine Idee. Da wollte ich mir seit Ewigkeiten endlich mal die Quick Slots umbelegen. Ich habe es bis heute immer noch nicht gemacht. Verdammt. Wir benötigen mehr Eisen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Winter nach der Wetterfrage meist Minus 5 geben. Hm. Kann natürlich sein, dass es auch wirklich mit dem Wetter zusammenhängt. So viel Logik habe ich von dem Spiel gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Hallöchen, Elena. Es ruckelt wieder? Echt? Was zur Hölle? Aber warum? Es ergibt keinen Sinn. Ist irgendetwas, was wir noch ändern könnten, dass es nicht mehr solche Probleme macht? Gehen wir bei meinem Laub aufmittel. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, was... Nee, eigentlich meine... Sowohl meine Grafikkarten als auch CPU-Auslastung ist gut. Ich gucke gerade mal, ob der Upload passt. Der sollte eigentlich auch passen. Seltsam. Dafür so geht es gar nicht. Okay. Es kann auch sein, dass es ein Leck seitens YouTube war. Gut möglich. Es geht wieder, es geht wieder. Hm. Hm. Bei mir nicht. Dass ich durch den Wald geworfen bin. Im Wald war es am Ruckeln. Hm. Okay. Sobald ich es nächstes Mal durch den Wald laufe, beobachte ich das auch mal. Vor allem auch, was die Auslastung sagt. Vielleicht muss ich doch auf CPU umstellen. Ja, das Essen kommt rein. Das ist wunderbar. Dann würde ich mich mal ans Reparieren machen. Obwohl, wenn ich ausbaue, muss ich dann überhaupt noch reparieren? Ich baue mal mein persönliches Häuschen aus. Gut, bei mir kann es eigentlich egal sein, aber ich mache es trotzdem mal. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ähm, aufrüsten, brauche ich Lehm. Stimmt, ich wollte ja noch eine Lehmgrube bauen. Das war noch eins meiner Ziele. Ja, klar. Aber dafür brauche ich erstmal wieder ein neues Haus, weil das ich, ich brauche ja ein Lehmarbeiter. Ne, Moment, ich habe ja, ne, Moment, ich wollte gerade sagen, ich habe ja meine Frau. Aber stimmt, die ist, die wirft ja bald, ne? Hm. Ich meine, wir können unseren Jäger Olaf kurzzeitig zum Lehmgrubenarbeiter machen. Ich würde die Lehmgrube trotzdem erstmal bauen. Und wie hieß es? Richtung welches Dorf war es? Ne, darüber, ne? In die Richtung war es, glaube ich. Sollte es ja Lehm geben. Erstmal gucken, was ich überhaupt brauche, um das aufzubauen. Landwirt, ne, Landwirtschaft war es nicht. Das war hier Abbau. Ressourcen. Eine Mine. Wie, Quatsch. Grabungsschuppen. Acht Rundholz, die nehme ich mal schnell mit. Junge, hör auf damit. Gebäude. So, ach du liebe Zeit, haben wir jetzt mittlerweile Holz. Nice, das läuft ja. Ja, ich bin fast richtig geraten, Julian. Ich bin 29. Wird endlich mal Zeit, die Frauen in die Mine zu schicken. Aber ernsthaft, ey. So, schauen wir mal. Es hieß doch, Lehm soll hier in Richtung, in diese Richtung irgendwo am Fluss sein. Stein. Die Frage ist bloß, Moment mal, sehe ich das vielleicht mit einer Spitzhacke besser? Stein. Stein. Ne, Johanneskraut. Fragt nicht, warum ich da irgendwas mit Lehm gelesen habe. La, 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 la. Hm. Zweige, noch mehr Zeug, noch mehr Sachen. Ich möchte wissen, wo ich meine Lehmkruppe hinbauen muss. Das hier ist einfach nur Waldboden quasi. Weiter nach Unigost. Nach Unigost. Unigost ist doch der, der, der Stadtverwalter hier in dem, weiter, noch weiter in die Richtung. Wie weit muss ich denn da noch? Und woran erkenne ich Lehm eigentlich? Ich habe noch nie Lehm gesehen hier im Spiel. Ich erwartet, dass es eher so eine bräunliche Farbe hat, wie hier der Waldboden, aber das macht ihn wahrscheinlich schwer zu erkennen dann, ne? Äh, hm. Braune Pfützen auf dem Boden. Zählt. Einfach nur Pfützen. Also das ist nicht wie dieser Waldboden hier, ne? Wie das hier. Das zählt nicht. Ja, das ist Waldboden. Das ist kein Lehm. Einfach nur ein roter Haufen. Das da hinten vielleicht. Nee, das ist auch der Waldboden. Brauner kleiner Haufen. Ich verstehe. Jetzt ergibt alles hin. Jetzt, wo ich weiß, dass der braune kleine Haufen dahinter steckt. Weil Lehm wäre schon eine tolle Sache, dann können wir mal die Häuser abgraden. Braune kleine Haufen. Braune kleine Haufen. Vielleicht scheitert es am Ende daran, dass ich die ganze Zeit nach Kacke ausschaue, halt. Nach dem Wald rechts vom Weg ins erster Dorf. Nach jetzt rechts. Äh, wird das auf der Karte angezeigt? Oh Gott, das wäre echt peinlich, wenn es das würde. My main, Fallen, Leute, Quest, alle Gebäude. Nee, ich glaube, dass diese Braunstellen auch kein Lehm sind. Das ist einfach nur, nee. Jetzt, jetzt nach dem Wald rechts, meint ihr, ja? Jetzt ist der Wald vorbei, soweit, größtenteils. Jetzt rechts, meint ihr, oder was? Also dahinter. Der Wald rechts von dir. Also hier rechts. Ich guck mal. Hä? Das da vielleicht? Ah! Ton vorkommen. Ton ist ja auch okay. Ja, dann würde ich mal sagen, der Ton macht die Musik. Ab geht's. Toll, das muss ich bis hierher nicht. Ich werde einfach außenrum abholzen, um das zu bauen. Ich lasse mir das nicht bieten. Äh, Moment, bauen. Gebäude. Ressourcen. Der Grabungsschuppen. Äh, so, 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 so. Ich baue ich das jetzt am besten. So, Filler. So. Vielleicht gar nicht einfach. So sollte es hinhauen. Da hat er jetzt schön Platz für den Leben. So. Dann holen wir mal die Axt raus und machen mal schnell. Thank you, Dino. Yay. Trisch den Baum, bis er zusammenfällt. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gott, wie viel Hundholt ich brauche. Als würde das Zeug auf Bäumen wachsen. So. Warum finde ich... Ah, da. Das Gebäude sieht aus wie ein Klo. Guten Abend, Sachsen Quadrat, Ende. Du mal. Heute spielt Lautstärke eigentlich so hin. Ich muss das machen eben auch mal ein bisschen lauter, weil ich höre für mich gerade selbst nicht sehr viel. Besser. Die kleine Hütte wird neben dem kleinen braunen Häufchen gebaut. Ich meine, habe ich doch so ziemlich, ne? Also so mehr daneben geht schon fast nicht. Ich glaube, es ist nah genug. Was gab es bei mir zu essen? Nichts Besonderes tatsächlich heute. Einfach nur ein paar Brote belegt. Ich hatte nicht mehr großartig was da. Okay. Spielplatzstärke ist gut. Na, das hört sich doch okay an. So. Dann holen wir mal wieder den dicken Hammer raus. Ah, was ist mal... Da haben wir mal ordentlich Holz. Ja, das geht doch. Stroh braucht man da natürlich, glaube ich, auch noch. Ah, jo. Das wird knapp. Axt haltet noch durch. Nein. Äh. Gut. In der neuen Axt wär ich so da so nicht dran vorbeigekommen. Also, was soll... Sollts. Kurzer FPS-Einbruch. Wenn sie kurz sind, ist es ja noch okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dagegen... Kann sein, dass das neue Update vom Spiel auf oder was dann... Das ist seltsam. Dass sich Performance ins Negative ändert, ist immer blöd. Updates. Immer wenn ich denke, ich habe das Problem jetzt behoben, dass das flüssig läuft... Spackt es danach wieder rum und... Gibt es ja auch mal Steine. Hä. Ich möchte jetzt nicht die Spitzhacke verwenden. Ah, da. Schatten ausgemacht. Nicht ganz aus. Ich habe es halt reduziert. Schatten haben hier niedrig. Ich glaube, die kannst du gar nicht niedriger als niedrig machen. Hm. Wo war dieser Schlingelbaum, den ich eben erwischt habe? Da. Zwei. Drei. Das Dach zweimal Rundholz. Ich sollte von viermal ausgehen. Äh. Okay. Alles klar. Dann eben so. Wenn du den Baum fällst und er bleibt trotzdem stehen. Das nenne ich mal dem Schicksal getrotzt. Einfach nur. So. So. Eins. Zwei. Drei. Wusste ich doch gleich, dass es vier sind. Jetzt brauchen wir noch Stroh. Ah. Das Problem ist, ich glaube, hier in der Nähe vom Dorf ist kein Stroh, oder? Das Problem hatten wir doch schon mal. Oder? Haben wir doch Glück. Ah. Haben wir nicht. Mist. Dann muss ich das Haus morgen fertig bauen. Aber vielleicht kann ich dann gleich mal ein paar Steinhaken machen, die ich dann auch verkaufe. Wenn ich dann schon mal morgen wieder auf dem Weg zum Dorf bin. So. Jetzt beobachte ich auch mal den Stream, während ich durch den Waldlauf komme. La, la, la. Machen wir doch richtig viele Runden. Jetzt brauchen wir. Hippie-Urstlastung. Ah, ja. Geht schon ziemlich hoch. Wald ist anstrengend fürs Spiel. Liegt's am Laub? Es könnte sein, dass es am Laub liegt. Das habe ich zwar schon mal runtergeschalten. Noch weiter runter möchte ich eigentlich nicht unbedingt gehen. Das wird dann langsam schon echt böt. Böt. Machen wir mal Laub auf niedrig. Ich merke jetzt keine großen Unterschiede, was das Laub angeht. Es wird eh langsam Nacht, von daher passt das. Wegen Stroh. Sollte aber eigentlich soweit passen. Es ist gut, hier und da gibt es einen ganz kleinen Ruckler, aber ich glaube, das ist noch im Akzeptablen. Warum liegt hier Stroh? Ja, genau. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ah, cool, kotze pro, hi. Ja, nicht großartig was. Ich bin erst wieder rein, hab die Schenkel gebaut und jetzt hab ich die Lehmgrube gemacht. Passt alles noch. Wie weit ich im Landwirtschaftstech bin, kann er das überhaupt sehen, dass er in der Schauen das bauen kann? Ich guck gleich mal rein in den Techbaum. Erstmal noch ein bisschen Schilf. Für das gute Stroh haben wir jetzt genug. Ich brauchte 8 Pro. Ja, ich hab mehr jetzt genug. So. Nicht hier. Da. Landwirtschaft bin ich nicht wirklich weit. Und ich glaube, ich werde auch schwer weiterkommen mit Landwirtschaft, weil ich das ja jetzt automatisiere und mich nicht selbst großartig drum kümmer, aber ganz ehrlich, die meisten Sachen wären eh nur wichtig. Okay, durch Tierhaltung wäre es schon wichtig, was zu machen wieder. Okay. Mampfen. Mampfen. Ich trinke schnell noch was am Fluss und fülle die Flasche auch mal auf, wo ich ja 7 ist es. Ne, Moment. Das ist meine Tasche. Der Trinkschlauch ist gar nicht belegt aktuell. Machen wir es mal wieder. Und... Und... Ui. Ach, ich bekomme auch Auffangspunkte, wenn es die Arbeiter machen. Na, das ist gut zu wissen. Wasser... Und so trinken. Ist ja zum Glück gesundes Wasser. Mein Dorf braucht Scheiterhaufen und Hexenstühle. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass niemand erwartet, die spanische Inquisitions-Update kommt auch irgendwann. So. Ähm... Aktuell... Mit langem A. Sind wir ganz gut dabei. Ich könnte mal fix noch gucken. Wenn ich... Steinhacken machen will. Stein und Stock. Ja, das geht. Ich glaube, von beiden habe ich ziemlich gut was da. Ich hoffe, die sind auch nicht so teuer. Dann kann ich dann nämlich auch gleich dann was richtig gut machen noch. Weil wie viel Stroh brauche ich? Ich brauche 8 Pro... Teil 8. 16, 32 Stroh brauche ich. Der Rest kann weg. Das heißt, 11 Stroh können abgelegt werden. Dann bin ich genau da, wo ich sein will. So. Und ich gebe hin. Hallo Frau. So. Nein, Karate. Das war ein Witz. Oh. Ich habe ein Kind. Hallo Schatz. Äh, ja. Kannst du mir bei etwas helfen? Ich muss... Ich muss den Häcksler testen. Gibst du mir mal kurz das... Äh... Äh... Passt schon. Alles gut. Äh... Weiter. Wind... Oh, es ist Winter. Ich glaube, ich sollte mir mal was anziehen. Überhaupt mal was anziehen. Die ganze Zeit nur mit Hose rumzulaufen. Äh... Einmal die Felsstiefel. Dann die Pelzhaube. Und ich glaube, das war es. Mehr hatte ich glaube ich gar nicht an meiner Kleidung. Äh... Ja. Dann holen wir uns Steine. Die Leute gehen zur Arbeit. Und dann werden wir ordentlich Haken gemacht. Und ich muss nochmal... Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Äh... Bevor ich irgendwas anderes mache... Machen wir nochmal Brennholz. Das ist wichtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Domi. Wie viele Leute ich habe. Ich glaube aktuell sind es 10 Leute im Dorf. Wie viel es noch werden können. Ich glaube noch eine ganze Menge. Da ist noch Platz nach oben. Wir haben noch so viel Gebäude-Limit nach oben jetzt bald freigescheitert. Da kommt eine Menge bei rum. Boreno-Holz. Gott, wie viele Rundholzer mittlerweile da sind. Heftig. Gleich nochmal Rundholz, bitte. Äh... Brennholz. Stimmt, mit dem Kind sind es 11. Das zählt wahrscheinlich schon mit, ne? Gucken wir gleich mal die Verwaltung rein. Wenn du jetzt spielst, darfst du im Kindergarten weiterspielen. Yay! Das Gebäude-Limit kann ordentlich erwöhnt werden. Wenn man so mit der Zeit seine Reputation steigert... Dann kommt das... Dann wird das richtig hoch. Im Laufe der Zeit. Mein Kind... Jetzt schon? Ich glaube... Hieß es nicht, dass die ersten paar Jahre sich die Mutter noch ums Kind kümmert... Und dann die Mutter wieder frei wird... Und das Kind dann wahrscheinlich auch? Ich glaube nicht, dass wir dem eine Arbeit zuweisen können, oder? Der ist Null. Der... Pritze-Boy. Äh... Alles klar. Warum darf ich ihm eigentlich selbst keinen Namen geben? Sind wir in so einer... Matriarchischen Gesellschaft, dass nur die Mutter den Namen bestimmen kann, oder was? Rakimir und Kinga haben sich entschieden. Das Kind soll Pritze-Boy heißen. Er hätte wenigstens einen Pritze-Boy draus gemacht. Das wäre cooler gewesen. Oder einfach nur Günther. Beruf, Mutter. Alles klar. Arbeitsplatz zuweisen. Oh, zu jung zum Arbeiten. Es gibt kein zu jung. Hm. Ich glaube, die Aussage ist nicht überlegen. Zum Arbeiten! Macht das die Aussage jetzt wirklich besser? Eigentlich nicht, aber... Gut, immer noch besser als die andere... Wir der Ausrichtung. Äh... Gut. Äh... Wir wollen... Brennert abgeben. Hm. Passt. Passt, passt. Ich glaube, das reicht erstmal. Dann nehmen wir mal ordentlich Stein mit. Oh Gott, sind Steine schwer. Das haben Steine so an sich, glaube ich. So, noch ordentlich Stöcke. Und dann zeige ich euch mal, was eine Hake ist. Das Kind hat bessere Werte als manche Arbeiter. Moment mal. Stimmt, die Werte habe ich gar nicht angeschaut. Tatsache. Der ist null Jahre und hat schon ein Dreier-Skill im Fischen. Nice. Äh... 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 Feld anlegen muss ich nicht, Tobias. Ich hat dafür habe ich ja meine Plebs. Die machen das jetzt schon. Mein Kind ist wirklich ein Wunderkind. Er hat schon seinen ersten Fisch gefangen. Der war noch gar nicht geboren. Und ja... Versucht euch das mal bildlich vorzustellen. Äh... So, jetzt bringen wir noch hier das mit. Das Stroh habe ich jetzt auch, was ich brauche. Dann machen wir noch ein kleines bisschen Haken mit. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. So rum. Oh, so viel können wir gar nicht mehr, ne? Machen wir noch ein bisschen Stöcke und ein paar Steine, aber... Sehr viel ist da gerade nicht mehr drin. Ich hoffe, das ist wenigstens was wert. Äh, Türme, es gibt... Es gibt zumindest Palisaden. Cool Katsopro. Also, zumindest das. Von wegen jetzt, dass man sich Feinde macht und kämpft und so. Das ist noch nicht im Spiel drin. Aber gut, es gibt Tiere zumindest. Eins, zwei, drei, vier. Also, ich halte Mitternacht im Sinn. Vielleicht wird es auch... Einser oder so. Mal gucken. So, hallo Welt. Ich würde sagen, die Hasenpfeile funktioniert. Immer noch. CPU-Auslastung vermeiden. Bitte, was ist denn da los die ganze Zeit? Ich habe so das Gefühl, dass die Grafikkarten-Auslastung vom Spiel immer höher wird, je weiter das Spiel in der Entwicklung vorankommt. Ganz am Anfang hat es überhaupt keine Probleme gemacht. Mit jeden Updates wird es schlimmer und ich muss immer weiter entgegensteuern, dass es flüssig bleibt. Zum Streamen. Also, so wie ich spiele, ist es mega flüssig. Aber der Streamen wird halt beeinflusst leider. Sein Exa, sowas hatte ich schon mal damals, als ich mit D-Live angefangen habe, als ich übelst im Stream wahn war. Da habe ich ja mal die Nacht durchgestreamt. Und Leute sind aufgestanden am nächsten Tag. Ich habe immer noch gestreamt. Das ist durch. Lehmgrube, ich bin auf dem Weg. Da haben wir sie. Okay, jetzt, also ganz ehrlich. Oh Gott, da sind ja noch mehr Lehmgruben. Also im Winter sieht man die mega gut. Die Lehmgruben. Also in Zukunft, wenn ich Lehmgruben suchen gehe, schaue ich einfach im Winter. So. Holzhammer. Klöpf, klöpf. Und dann lassen wir uns mal nebenan bringen. Damit beklatschen wir dann richtig geil die Wände. Und dann fühlen wir uns richtig toll. So. Grabungsschuppen abgeschlossen. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir einen Gräber. Dann nehmen wir mal unseren ehemaligen Jäger. Den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Da hat er sogar drei in... Ne, Moment mal, dass er sich jagt. Berger, Erquirk hat er zwei zumindest. Oh, unsere Sammlerin aber. Ulrika, du wirst mir mal eben... Äh, Bergarbeiter? Müsste es sein, oder? Gibt ja gerade eh nichts anderes hier. So, dann bräuchten wir jetzt aber... Dich, Olaf, als Sammler. Äh. Äh. Okay, Olaf. Andere Sache. Aufgaben verwalten. Quatsch. Quatsch. Äh. Olaf. Löschen. Arbeitsplatz zuweisen. Gottverdammt. Ne, es hängt oftmals ein bisschen. Arbeitsplatz zuweisen. Äh. Jagdhütte. Jäger. Moment mal. Ich hab doch den... Ne, sollte passen. Okay. Wann ich Schlachtmittele 2-Mods mache... Habe ich ja hier und da schon gespielt auf die Live. Ob ich es jetzt auf YouTube bringe, gute Frage. Die Schenke steht schon, Florian. Und die ist auch im Betrieb. Da muss ich später mal gucken. Jetzt haben wir noch eine Lehmgrube gemacht, die jetzt besetzt wurde. Jetzt gucke ich nochmal ins Dorf, wenn ich schon mal hier bin. Das nächste raus müssen wir auch bald machen. Leck. Hey, was ist denn mit dem... Warum ist dieses Spiel so... Ich weiß nicht mehr, was ich großartig noch machen soll, dass es nicht mehr leckt. Ich mach mal die Nachbearbeitung runter. Und vielleicht mal wirklich die Fernsicht verringern. Wenn das so... Ja, das sind doch eigentlich CPU-Sachen. Also, ich weiß nicht, warum das Spiel die Grafikkarte so stark ausgelastet, dass es sich auf Streamen auswirkt. Vielleicht muss ich da wirklich nochmal umstellen. Geht wieder. Oh Gott, mit der kurzen Fernsicht haben wir übrigens das Aufploppen. Das ist ziemlich nervig. Aber wenn es da durchflüssig läuft, soll es mir recht sein. Ist wieder okay? Gut. Ihr wisst schon, wie Bänke funktionieren, oder? Ich würde es nur erwähnt haben. Hallo. Moment, wer ist hier der Händler? Aha, da sind wir also. Zeig mal her. Ich möchte gerne verkaufen meine Hacken. Oh ja, vom Preis ganz okay. Aber dafür, dass wir so viele Ressourcen reinschieben müssen... Ich weiß nicht. Okay, meine Holzha... Äh, meine... Gut, ich brauche die Hacken selbst nicht mehr. Ich kann eigentlich auch die Hacke, die ich jetzt habe, verkaufen. Einfach nur, dann spare ich auch Platz. Ich meine, zwei Gewicht, das macht einen Unterschied. Zack, weg damit. Wenn man auf der Bank steht, hat man Distanz zum kalten Boden. Ja, okay, das ist... Ja, gut. Ja. Das ist durchaus ein Argument. Hm. Gut, ich glaube, ich habe alles, was ich hier tun will, ne? Oder ist jetzt irgendeine Quest hier aufgeploppt, zufällig? Nope, okay. Zurück nach Hause. Ah, das Aufploppen nervt schon auf die kurze Distanz. Ich gucke mal, aber wenn das mit den Legs eh nicht besser wird, dann kann ich es wieder hochstellen. Gut, ich glaube, hier im Stream werdet ihr es eh kaum sehen. Alternativ könnte ich natürlich auch noch einen anderen Weg gehen. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Da stellt sich die Frage, ob das einen Unterschied macht, aber ich probiere mal was. Ich gehe mal mit Minimal runter von der Upload-Rate. Vielleicht ändert das ein bisschen was. Und dafür stelle ich hier mal wieder die Fernsicht höher. Okay, mit der Hoffnung, dass das jetzt besser läuft. Sieht ein böse, verunglücktes Blumsklor aus. Hat wirklich Ähnlichkeiten. Möchte ich gar nicht bestreiten. Oh Gott, ich merke es gerade. Ich sehe es gerade im Nachhinein, wie übel das gerade leckt. Ich sehe es gerade. Ne, das ist die Grafikkartenauslastung. Das Spiel hat aus irgendeinem Grund, vielleicht liegt es auch an meinem Treiber-Update von gestern. Ich wechsle mal den Codec auf CPU. Ganz kurz mal Stream Reset. Bitte nicht wundern. So, da wären wir wieder. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich bin noch da. Ich warte mal kurz auf Feedback. Hat mich noch? Da kann es sein, dass der Chat vielleicht wieder hängt. Ich aktualisiere mal. Ah. Okay, wunderbar. Dann schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Jetzt habe ich mal wieder auf CPU zurückgestellt. Was ist das? Uh, ja, jetzt wird die CPU-Auslastung zwar ein bisschen riskanter, aber sie geht nicht auf die 100% hoch. Das ist schon mal was. Okay. Dann schauen wir mal, ob es jetzt flüssiger läuft. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Ja. Sieht gut aus, das freut mich doch zu hören. Dann könnte ich vielleicht doch trotzdem noch mal ein bisschen runtergehen. Ich merke, das wird trotzdem etwas kritisch. Es wird natürlich problematisch, wenn dieser Trend beibehalten wird vom Spiel und mit jedem Update, das es beim Spiel gibt, wird die Performance schlechter. Irgendwann weiß ich nicht mehr, wie ich das kompensieren soll, außer dass ich mir jetzt eine perfekte Streaming-CPU hole. Viel besser. Gut, dann muss ich mir das mal merken für die Evil-Dynastie. Dann geht das wohl nicht anders. Also wirklich viel, was war wirklich so schlimm? Also selbst, wenn man nicht im Alt war? Hm. Gut, dann mal zurück. Ich schreibe mich auch 144p, ja, dann ist alles gut. Dann ist ja GG. Ähm, hier wird angebaut, ja. Das will ich aber auch mal hoffen. Plebs, macht bitte weiter Plebs-Sachen. Das war sehr schlimm. Jetzt mal eine Frage von vorhin lesen. Ähm, wird mir nicht mehr angezeigt. Ich kriege Salz, wahrscheinlich aus dem Bergwerk, ne? Wird Salz hier und da nebenbei mitgewonnen. Nicht schlecht. Oh, hey, was wäre alles... Wie viel Fleisch wir haben, das rechte für die Ewigkeit. Hallöchen, lauscher, lauscher. Na gut. Dann würde ich gerne, sehr, sehr gerne... Ich meine, wir haben erst einen Ton, aber viel zu wenig. Ich könnte mich mal ums nächste Haus kümmern, dass wir noch mehr Leute reinkriegen. Und danach würde ich reparieren. Das reparieren nehme ich mir eigentlich auch schon viel zu lange vor, um ehrlich zu sein. Warum bin ich schon ein bisschen so überladen? Was habe ich denn dabei, was so schwer ist? Okay, ich habe Steine. Okay, das sind 10 Kilo. Du kannst ja wenig Essen verkaufen. Dann hast du nicht so viel Essen. Ja gut, ja, ich kann mich mal auch Essen verkaufen. Das wäre schon eine Idee. So, nächstes Haus. Nächstes Haus. Wir haben hier eins. Wir haben nachher hinten das. Ich bin gerade überlegen, wie ich noch weitere Häuser aufbaue, wenn ich noch welche haben will. Mhm, 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 mhm. Spricht ja nichts dagegen, hier auch noch eins zu haben. Ein einfaches Haus. Dann dort auf der Seite. In etwa so um den Dreh. Bisschen schief, aber das geht. Dann machen wir mal das nächste Haus, würde ich sagen. Dann können wir nochmal zwei neue Leute holen. Dann ist auch für alles gesorgt. Stimmt, vergangen wir lassen das natürlich. Ja, stimmt auch. Grüezi aus der Schweiz. Mal Grüezi zurück. Äh, wunderbar. Haben wir noch Brennholz? Uh, wird langsam auch kommen. Wir machen mal noch eine ordentliche Ladung Brennholz. Äh, da. Fischehütte wäre dann auch eine Idee, ja? Aber ganz ehrlich, Nahrung ist gerade nicht das Problem. Holzfäller habe ich schon zwei Stück. Sogar zwei. Damit es auch schneller reinkommt. Ne, Moment. Die Holzfäller zwei Stück, oder ich zwei Jägerhütten? Ich hatte zwei Holzfäller, glaube ich. Passt schon. Alles wunderbar. Ich meine, daher kommt ja das ganze Holz. Wir haben jetzt echt eine Menge runter. Also jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Nochmal ordentlich Brennholz rein. Aber das geht auch richtig gut weg. Ich merke schon. Mal richtig ordentlich jetzt. Mal richtig ordentlich zu kraften. Geh' ich zu Fußballstipf. Ne. Also ich kann's gucken, so ist es nicht. Ich hab' keine Abneigung, aber ich bin jetzt nicht so interessiert, dass ich alles verfolge. Äh, mal ganz kurz checken. Ich nehm' einmal normal auf, dann passt das. Hm. Hä? Sag mal, Spiel. Was geht denn jetzt ab? Ruhig bleiben. So. So. Genau. Hammer drauf. So. Nochmal 60 Brennholz. Und wisst ihr was? Das geht ja nicht kaputt. Machen wir mal einen richtig schönen Vorrat. Machen wir gleich nochmal einen 15er Stoß. Weiter verarbeiten. In der Zwischenzeit kann ich ja ein bisschen auf den Chat gucken. Irgendjemand muss es ja machen. Gibt ja neben mir gerade keinen anderen Streamer bei diesem Stream. Verdammt. Wenn ich einen Klon von mir hätte, dann würde der eine einfach spielen und der andere würde die ganze Zeit den Chat lesen. Und niemandem würde es auffallen. Außer beide reden gleichzeitig. Das ist ein Problem. Hast du einen Blick bei Tuttle, wo wollen wir die Skaven zu spielen? World Touring Club. Ernsthaft? Die Skaven bekommen noch ein DLC? Die sind ja noch nicht OP genug, ne? Damals erwähnt die Idee, der Gut gegen Böse-Angstfaktor. Ich meine, ich werde demnächst wahrscheinlich mal noch Videos machen. So Infovideos bezüglich Amtfaktor. Aber Gut gegen Böse. War das... Mann, das ist ein KI-Kampf. Ich kann mich ganz grob erinnern, dass da mal irgendwas war. War das ein KI-Kampf? War das irgendwas anderes geplantes? Ach stimmt, du meinst wahrscheinlich ein Kreuzzugmarsch, wo ich gesagt habe, statt jetzt nur Araber und Kreuzkrieg, da ich sogar sage Gut und Böse, auch noch da zu mischen oder so, ne? Ich glaube, da war irgendwas. Nein, es ist nicht so, dass ich Fragen extra nicht lese, sondern auch wenn, dann wird sie einfach übersehen, dann stelle sie einfach nochmal, wenn sie jetzt lange her ist. Also bitte nicht spammen, aber kann es sein, dass ich da manchmal überlese. Also manchmal ist der Chat ein bisschen zu schnell. Und ich kann ja nur bis zu einem gewissen Grad nachlesen. Brennhoff. So, jetzt haben wir ordentlich was da. Nice. Technologie für den Lehmentwurf. Kann ich dann auch gleich noch gucken? Aber ich bin ja gerade ein bisschen sparsam mit dem Geld. Du stehst auch die ganze Zeit ja mit dem Kittenarm in der Gegend rum, ne? Das ist wie mit uns... Na gut, okay. Bei den Stronghold-Müttern wäre ich ja froh, wenn sie nur in den Gegenden rumstehen würden und wir nicht ständig den Bauplatz blockieren würden. Genau wie die Besoffenen. Mütter und Besoffene. Ich sag's euch, das ist die schlimmste... Ich glaube, wegen Mütter und Besoffenen wird auch der BER nicht fertig. Äh, ja, das passt. Okay. Also, liebe Freunde, wir haben das. Dann will ich jetzt mal endlich bauen. Holen wir mal die Hölzer ran. Bringen wir mal eine ordentliche Latte auf die Arbeit. So. BR ist fertig im Betrieb. Das halte ich für ein Gerücht. Das ist wie mit Bielefeld. Die meisten Rundhütte sind... Naja, die meisten Rundhütte sind... Der ist gut. Längst noch nicht, sind alle verbaut, die ich brauche. Vielleicht noch ein paar Stücke auf dem Weg mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Das Spiel könnte flüssiger laufen. Ich merke's sogar gerade selbst bei mir, jetzt wo ich mit CPU arbeite. Naja, passt. Gibt's nicht Brennholzhaus? Ne, sowas gibt's nicht. Brennholz kann man nicht automatisch produzieren, soweit ich weiß. Stock, Stock, Stock. Ganz wichtig, auch mal Stock zu sagen, wenn man Stock verbaut. Sonst weiß das Spiel das nicht. Ja, es ist immer wichtig, zuerst mit dem Dach anzufangen. Stöcke haben wir ja genug. Wir wohnen direkt neben dem Wald. Wenn uns irgendwann mal die Stöcke ausgehen, haben wir was falsch gemacht. Oder die waren einfach zu exzessiv. Nein, ich bin ja schon so gewaltig mit der Grafik. Also entweder wird es die Performance vom Spiel wirklich kontinuierlich schlechter oder mein PC nehmen von der Leistung ab. Aber zweiteres glaube ich nicht. Weil meine Total War-Runden, die ich immer wieder spiele am Dienstag mit Bellator, die laufen eigentlich auch gut. Also die aller anderen Spiele machen keine Probleme. Aber irgendwie wird die Dynasty immer schlimmer. Hmm. Stock, 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 Stock. Spiel mit Spar. Stell dich mal davor, das Spiel mit Sparsteuerung. Hammer, 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 Hammer. Kleines KI-Turnier gegen mich selbst und ein paar Testmatches hin. Nichts von Stöcken sagen, sonst stockt es wieder. Das ist ein Argument. Überredet. Das ist durchaus ein Argument. Da gibt es nicht viel gegen einzuwenden. Die Fackel sah ja lustig aus. Ich habe mich nur verklickt. Stock, Stock. Stock, Stock, Stock. Stock. So, Stroh brauche ich dann natürlich auch wieder. und einen Hammer. Einen neuen Hammer, natürlich. Und dafür fehlt mir ein Rundholz. So schnell wie der Bauhammer-Verschleiß hier ist, das ist Wahnsinn. So schnell wie der Bauhammer-Verschleiß hier ist. Erst mit jedem Update wird es schlimmer. Also mit jedem Update wird es wirklich schlimmer, dass das Spiel immer Grafikkarten lastiger wird. Also die noch weiter auslastet und noch weiter. Dass dann fast gar nichts mehr für das Streaming-Programm übrig bleibt, dass das gescheit senden kann. Und das macht mich traurig. 8, 10, 14, 32. 32 Stroh. Ja komm, stimmt so. Stroh-Diebstahl, das lässt sich doch bestimmt zu einem einzigen Meme-Verein. Wenn der Stroh plötzlich fehl zur Frau hingehen. Ha, das Stroh, das hast du wohl geklaut, was? Alarm. Alarm. Äh, Stroh. Irgendwann geht ja auch der Schilf aus, so viel wie zu exzessiv, wie ich das abernte. Oh, die Schilfsaison ist wieder wunderbar dieses Jahr. Ich hab genug. Jetzt hab ich aber genug. Schilf. Tschüss, ich geh. Auf Wiederglubsch. Oh nein, da fehlt ja noch ein Rundholz. Oh mein Gott, ich glaub, ich hab zu wenig Stroh. Stimmt, das sind drei Teile je Seite, nicht zwei. Dann hab ich zu wenig Stroh. Verflucht. Dann wird das Haus erst morgen fertig. Es gibt fast alles ein Haus. Es gibt bloß nur Bauarbeiten, was ich selber machen und Brennholz. So langsam erschreckt die mich jedes Mal, weil die schon da so dasteht mit dem Kind. Irgendwann wirft's das auf mich, weil ich zu spät nach Hause komm. Wunderbar geht der Harem voran, Mietern. Das werden immer mehr... Die nächsten zwei auf der Agenda sind auch wieder Frauen. Weil im Rekrutinusdorf sammeln sich nur Frauen. Es hat sich einfach rumgesprochen, was für ein unglaublich... ...einen unglaublich großen Überzeugungswert ich habe. Rundholz wollte ich holen. Dieser kurze Brain Lag wieder. Meine Güte. Rundholz. Bitte Rundholz. Dankeschön. Wir haben noch Stroh hier. Ja wunderbar. Dann muss ich keinen neuen sammeln. 20 sollten offenbar nicht reichen. Eigentlich sollten 16 mehr reichen, weil ich mich ja um diese zwei Stücke vertan habe. Du kannst hier auch die Nacht durcharbeiten. Ich weiß nicht, ob sich das negativ auswirkt auf den Charakter. Oh Mist, ich brauche auch nochmal Rundholz. Und nochmal. Ja Leute, das ist ja ruhig langsam. Ich brauche zweimal noch. Genau, die kommen wegen meinem Rundholz ins Dorf. Das ist es. Das hat sich einfach umgesprochen, wie unglaublich viel Holz hier vor der Hütte ist. Dementsprechend ist das einfach unwiderstehlich. Noch zweimal Rundholz. Dann gehe ich noch ein paar Stöcke sammeln. Und dann habe ich es. Kann man es glauben? Die Frage ist eher, will man es glauben? Wo ich gerade sehe, wo ich durchaus noch Optimierungspotenzial habe. Wartet mal kurz. Das könnte die Sachen auch ein bisschen optimieren. Das hier kann auch mal weg. Und das hier kann auch mal weg. Ich mache gerade mal so einiges noch im Hintergrund. Au, äh, auf, was zu war. Andersrum. Vielleicht verbessert das auch nochmal ein kleines bisschen. Die Performance. Oh, ich kann mal mit Evil Dynasty zumachen. Das verbraucht eine Menge Leistung. Was zur Hölle? Okay. Okay, 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 okay. Das sieht doch gut aus. Wunderbar, da wären wir wieder. Ja, verdammt, wartet kurz. So, da wären wir wieder. Aber jetzt wirklich. Ich schwöre. So. Ähm, ich wollte... Tatsache, ich mag jetzt auch irgendein Spiel, dass es ein kleines bisschen besser läuft. In the game. Ich wollte auch Holzer. Habe ich Tieren und Holzer mitgenommen? Ja, habe ich. Wunderbar. Äh, ne, durchmachen hat keine negativen Auswirkungen. Hm, das ist natürlich interessant. Da kann ich, wenn es ums Bauen geht, vielleicht sogar mal Nächte durchmachen. Äh, ich kann die auch so upgraden, Freier Zocker. Ich muss die jetzt nicht abreißen vorher. Die Wände. Ich muss einfach auf Upgrade gehen und dann kann ich da schon die Häuser mit Leben bewerfen. Einfach nur schmeiße ich die Häuser einfach mit Kacke voll und dann sind sie besser isoliert. Weil ich einfach zu so einem Affen... Uh, 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 schmeiße mit Kacke aufs Haus. Einmal so... Stell dir mal vor, ihr seid so ein absoluter Vollidiot und die Leute feiern dich einfach für alles, was du machst, weil du einen Charisma-Wert von 100 hast, aber Intelligenz auf Null. Und die Leute so... Du wirfst einfach wie so ein Affe das Haus mit Kacke und die alle so... Oh, schaut mal, er isoliert unsere Wohnungen. Er kümmert sich so gut um uns. Uh, 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 hm. Äh. Genauso stelle ich mir das vor, wenn du tatsächlich in Spielen irgendwie Charisma 100 hast, aber keine Intelligenz oder sowas. Hm, 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 hm. Rundhölzer oder Stein? Ja, klar, aber... Das ist ja auch... Warte mal kurz. Wenn man jetzt eine Gebäudewand macht... Man konnte die ja nicht nur mit Leben, man ging dann auch... Man ging dann auch... Man ging auch rundhölzer und Stein. Also ich... Ich weiß nicht, ob man die wirklich komplett abreißen musste. Weil ich glaube, man konnte die auch hochstufen. Klar gab es einen Lebenbewurf, aber ich glaube, es gab noch mehr. Also ich glaube, man konnte die auch so noch weiter upgraden. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh... 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 Gebäude, bitte. Ach so. Also wirklich von Grund auf ein anderes Material zu... Das macht also auch einen Unterschied, ja? Also wahrscheinlich auch bei der Isolierung nehme ich mal an. Das kann ich ja für das nächste Haus machen, was gebaut wird. Bei den jetzigen... Es gibt sowieso noch genug, die ich bauen will. Da lasse ich die jetzigen einfach mal so, wie sie sind. Ich muss sie jetzt eh erst mal reparieren. Obwohl... Das Haus ist gerade erst frisch gebaut. Das ist bei 95%. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hoffe, ich darf irgendwann auch mal einen Baumeister haben, die mir die Gebäude automatisch reparieren. Weil wenn ich dann wirklich überall mit einem Hammer dann zu reparieren durchgehen muss, das wird ein bisschen ätzend. Übrigens, wenn ich... Übrigens, was ist zu reparieren, wenn ich dann sowieso hergehe und... Ich meine, hier sehe... Wie repariere ich das überhaupt? Was brauche ich da für Ressourcen für? Das wird ja nicht angezeigt. Hä? Sie fliegen. Ja, jetzt ist soweit alles vorbereitet. Weil so viel Steinweber haben, können wir wirklich auch bald Steinhäuser machen, ne? Das nächste Haus könnte wirklich ein Steinhaus werden schon, oder so. Ui, da... Ich glaube, wir sind ein bisschen... Ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Steinen. So soll es noch gehen. Hacke! Und wenn es mit dem Reparieren noch nicht geht, dann wird es natürlich doof. Wenn die Gebäude dann irgendwann einstürzen. Wenn man sie noch nicht reparieren kann, warum haben die dann überhaupt ein Decay-System eingefügt? Ich würde... Also als Entwickler würde ich das Decay-System erst einfügen, wenn es auch die Entwickler die Reparatur-Option gibt. Merkwürdig. So, noch ein... Puh... Ist echt so... Sind die Hacken so schwer? Ich meine, morgen gehe ich ja wieder in die Stadt. Äh, Stein H5... Für beide... Das ist gar nicht so schlimm. Was ist dann so... Okay, ich habe immer noch 17 Reststeine. Ich verstehe. Und viel zu wenig Stöcke für meinen Geschmack. Stöcke! So, das sieht gut aus. Ja, der Tag ist halb drin. Wir könnten sogar jetzt noch zum Dorf laufen und die zwei Leute einstellen. Hmm... Ich würde mal kurz was interessieren. Ich verstehe es nicht. Und wenn ich die Wände ersetze, wird es besser. Fragezeichen. Wir bauen mal unser eigenes Haus um. Ich glaube... Ich habe mir irgendwas eingebildet. Ich dachte, da hinten ist irgendwas gelaufen. Vielleicht ein Stück Dreh oder sowas. Wir können dann mal unser eigenes Haus upgraden. Gut, unsere Frau und unser Kind wohnen da. Die verbrauchen auch schon mal weniger Brennholz dann. Aber bevor wir einfach nur aufrüsten, würde ich sagen, gehen wir wirklich mal her und machen hier ein Steinhaus draußen. Richtig geiles. Wenn, dann sollten wir schon in der nobelsten Wohnung hier... Flechtwand mit Fenster. Tut mir leid, du bist gecancelt, so. Flechtwand mit Fenster. Ich würde sagen, nein. Der Steinwand mit Fenster. Oh, ja. Höchste Haltbarkeit. Yes. Wir können da Stück für Stück das Haus ausbauen, einfach. Wenn wir sonst nichts zu tun haben mit unserem Leben. Der Stein habe ich eigentlich. Das hätte ich auch gleich reinsetzen können. Ach, stimmt. Moment, Stockstein. Ich wollte ja noch die Haken machen. Mal ganz kurz im Chat gucken. Schmied gibt es schon. Ja, habe ich sogar schon eine gebaut. Eine Schmiede. Wie die Schenke funktioniert. Wie produziert die? Also, Invader Tor. Das habe ich am Anfang des Streams gemacht. Aber ich kann es gleich nochmal zeigen, wenn du willst. Schnellfrage, ist es in Ordnung, wenn ich für ein Kurzhörspiel die Rolle von Günther übernehme? Ich arbeite gerade hobbymäßig an einem Hörspiel mit den Stronghold Files. Also, mit deinen eigenen Videos kannst du machen, was du willst. Das ist absolut okay. Wenn du jetzt meinst, ob sie meine... Ich habe noch nicht mal wirklich die... Also, was meinen eigenen Hörspiel angeht, habe ich allerhöchstens ein neues Konzept. Aber es ist noch nicht absehbar, wann ich das mache. Aber wenn du jetzt für deine eigenen Projekte meinst... Es ist ja nicht so, als hätte ich Copyright an Günther angemeldet. Das gehört immer noch zu Firefly. Machen wir uns noch ein bisschen Fleisch mit Soße. Weil wir haben ja gerade Hunger ordentlich. Wir haben nochmal richtig reingehauen jetzt. Knusper, knusper. Die gingen schnell weg, ne? Wahnsinn. Aber bei Medi-Evil-Dein ist die Zeit eh wie nichts. Einfach. Oh, mal drei Steinhaken. Ja, wunderbar. Wie lange war es jetzt dran, um das zu bauen, was ich jetzt habe? Das kann ich so relativ genau sagen. Und zwar ist es fast meine Spielzeit minus eine Stunde. Ja, 20 Stunden etwa. Bin ich jetzt im Spiel. Das sind jetzt 20 Stunden. Ich glaube, aber wenn man weiß, was man tut, schafft man das bestimmt auch in 10 bis 15. Bei mir war auch viel Learning by Doing und so. Aber das, was ich hier habe, war jetzt in etwa... Moment, da unten sind unsere Schenke. Das ist jetzt in etwa... 20 Stunden passiert. Geht. Ist jetzt nicht übertrieben grindy, aber... Ja. Na gut, es ist schon ziemlich grindy, aber es ist... Es ist kein Life is Feudal. Bei Life is Feudal grindet er sich ab, die Nudel. Äh, also... Zack, 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 zack. Ui. Ui. Steinwand. Das ist mein Haus. Sieht auch viel, viel mehr sexy. Ich bin gerade überlegen, wollen wir alles... Ich meine, wir kriegen ja gerade Stein rein ohne Ende. Also Stein ist das geringste Problem. Es ist sogar noch mehr da als Rundholz jetzt gerade. Wenn, dann kann ich alle Gebäude hier gerade zu Steingebäuden machen. Die halten viele aus und dämmen auch richtig gut. Oh. Kann ich die Stein... Bei Steinwänden brauche ich da auch kein Leben... Kann ich dann immer noch einen Lebenüberwurf machen oder... Aufrüsten. Ich kann tatsächlich die Steinwände dann auch noch mit Leben bewerfen. Himmel, was wird... Bauen wir hier langsam Bunker? Sind wir dabei, Atomschutzbunker zu bauen oder sowas? Eeeh, jetzt guckt euch da an, die da zu Steine ist wirklich überhaupt kein Problem. Ist doch was, wenn wir schon so geil dabei sind, dann holen wir uns noch ein paar mega nice Steine rein. Äh, die... Hacken, komm mal weg. Die können wir später noch verkaufen. Jetzt brauche ich erstmal Platz. Jetzt muss ich mir erstmal die ganze Tasche voller Steine stopfen. Fragt nicht. Einfach nachmachen. So, dann noch Rundhölzer mitnehmen. Und dann wird mal weiter geupgradet hier. Äh, zerstören. Flechtwand mit Tür kommt. Das Billigzeug kommt. Die Frau denkt sich auch, was zur Hölle passiert hier. Ich dachte mal vor, hier seid ihr ganz, ganz friedlich mit eurem Kind drin. Auf einmal schlägt er mit dem Vorschlag... Oh gut, Vorschlag. Hämmerchen. Die Tür ein. Das ist schon... Das ist schon grausam. Muss man sagen. Also... Äh... Wände mit Türen. Steinwand mit Tür. Jawohl. Aha. Gut. Also... Die beste Isolierung. Wisst ihr? Das ist allgemein auch so. Grundsätzlich, was Isolierungen angeht. Also wirklich mal Relive auch. Die größte Schwachstelle bei jeder Isolierung sind immer die Fenster. Und... Wenn man wie hier überhaupt keine Fenster hat... Also kein Glas oder sonst irgendwas. Nichts zum Abdecken. Da kannst du mit dem besten Material der Welt isolieren. Da kommt trotzdem die Gelder rein. Das ist... Gut, okay. Und auch an sich die Fenster sind immer so das Problem, wie man Fenster isoliert. Das ist allgemein. Das ist so die größte Schwachstelle. Weil ansonsten ohne Fenster kann man ein Gebäude so gut isolieren, dass fast gar keine Wärme mehr rausgeht. Fenster sind immer so... So... Der Flaschenhals quasi. Äh... Zerstören. Aha. Wand. Oder das... Das war doch eine normale Wand, oder? Ich sehe es gerade noch mal ins Trieben. Ja, das war eine normale Wand. Du warst eine komplett gewöhnliche Wand. Damals war ich auch mal eine Wand. Doch dann habe ich einen Bauhammer ins Knie bekommen. Äh... Ich wollte jetzt bauen. Ich wollte... Bauen. Eine Wand. Aus Stein. Die gönne ich mir. Verdammt. Ach, die liebe Zeit. Was gibt es denn hier gerade alles in Kommentaren? Moment, Moment mal. Ich muss erst mal nachlesen. Äh... Äh... Muss dann aber die Bewohner den Häusern neu zuordnen im Management-Menü. Sobald ich jetzt einmal ein bisschen was abgerissen habe, aber meine Frau wird trotzdem noch hier drin wohnen, oder? Mobiler LKW, wenn er Atomwunden endlich kraften kann, kommt Gandhi und nimmt sie ihn weg. Wegen Gandhi krafte ich hier gerade meine Bunke. Äh, okay. Machen wir mal weiter. Oh Gott, das Gebäude hier abzugraden. Himmel. Aber ganz ehrlich, ja okay, bevor ich repariere... Das Dach könnten wir ja auch verbessern, ne? Da machen wir dann ein... Ein Dach mit Solarpanelen. Der braucht schon Mittel, Alter. Ich mach mal ein paar Zeit, Alter, Fortschritt. Die machen ja Empire Earth draus. Einmal mal ein paar Zeit, Alter, Skippen, dann wird das schon. Schlup. Recht hat er. Fast 200 Leute, das ist doch nicht schlecht. Schön, dass sich noch so viele einfinden hier. Für die gemütliche Abendrunde hier. So, dann bauen wir mal ein weiteres in unserem Häuschen. Das Stein wird auch immer mehr statt weniger. Verlaub ich, ich komme nicht hinterher. Wir haben aber richtig viele Steine, bebauen wir gleich mal ein bisschen mehr. Das muss ja was werden hier. Aus uns muss doch was werden. Ich muss zerstören. Das mal mit normales, das mal mit Fenster. Normale Steinwand. Steinwand mit Fenster. Wir machen jetzt einfach alles mit Türen voll. Tür, 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 Tür. Das könnte man wahrscheinlich wirklich machen, ne? Einfach überall eine Tür. Ja, klar, natürlich. Wisst ihr was? Weil wir schon so geil dabei sind. Wand, Wand, Wand. Wand, Wand, Wand. Ja. Verdammt, ich brauche gleich einen neuen Hammer. Guck mich nicht so an. Es ist nur zu unserem Besten. Ist mir egal, ob die kalt ist. Äh. Äh? Aha. Äh, das waren alles Wände, ne? Wand. 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 Mit Tee. Krack. Wie das knackst. Der könnte mir denken, du brichst dir den ganzen Arm mit, wenn der Hammer kaputt geht. Karafding. Ich habe nicht genug Rundholz. Verdammt. Runderholz. Aber Stein ist perfekt, weil Rundholz und Stein brauchen wir beides dafür. Und das haben wir beides gerade da. In guten Mengen. So, Bauhammer. Bitte. Sonst hauen die Leute ab, weil sie heimatlos sind. Ach so, das geht sowieso nur beim Wohnhaus. Und die Lager haben andere. Aha, verstehe. Die Lager haben dann quasi... Da musst du einfach die Abgrätser machen. Verstehe. Das ergibt Sinn, Tuten. Rundholz. Rundholz und Stein. Verflucht. Ich brauche Rundhölzer. Das Spiel macht selbst das Häuser bauen. Episch. Verdammt. Das war Stein, das wir gebaut haben. Kurzzeitgedächtnis. Geh weg, Holz. Niemand mag dich. Niemand mag deine Rundungen. So. 17 Stein. So muss das sein. Zack. Eisenhämmer. Ja, Eisenhämmer. Dafür bräuchte ich erstmal Eisen. Ich habe noch keine Eisenadern gefunden bis jetzt. Zumindest scheinbar nicht. Verdammt nochmal. Wie kann das so viel Stein bauen? Das ist ein Steinhaus. Warum braucht das bloß so viel Stein? Ich verstehe das nicht. Ich sage mich ein bisschen an das Projekt mit der Burg damals in, ähm, in The Forest. Es wird weiter an der Mauer gebaut. Also wirklich 70% der Zeit war Steine hereinschaffen für die Mauer. Äh, für die Burg. Das war cool. Ja, schon ziemlich sexy, würde ich sagen. Und was wird aus dem Strohdach eigentlich, wenn es mal größer ist? Ich meine, mit dem Aufstufen wird es wahrscheinlich... Ah, das... Ne, ich kann nur die Wand mit Kacke bewerfen, ne? Aber wie ist es... Wie ist es mit dem Dach? Kann man das Dach auch verbessern? Gut, was kostet es groß, das Dach nochmal neu zu machen? Komm, ich möchte es mal sehen. Ich überzeuge mich jetzt selbst. Äh, Strohdach, hölzernes Dach. Dach mit hölzernen Ziegeln. Brett und Rundholz. Brette? Brette? Die spinnen doch, die Frauen. Was macht die überhaupt? Okay, die nehmen die Pelze, hab ich einfach so... Was macht die? Was machst du? Moment mal, ich glaub... Ich glaub, ich kann's bestimmt bei ihr einstellen, ne? Einmal los. Ja, komm. Hier, schau mal, schau mal, schau mal. Ihr könnt auch hier... Oh, das ist ein mega, mega geiles Haus. Einfaches kleines Haus von mir. Das ist mega nice, dieses Haus. Da gehst du rein. Der Brezelbäu geht da ebenfalls rein. Wie? Nicht gehen wir auf, weil das Dach nicht... Oh, Mann. Ne, nein. Halt, 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 halt. Äh. 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 Bretter, ansonsten mach ich noch mein Strohdach. Das ist doch nicht weiter. Wie mach ich Bretter? In der Schmiede, das muss es sein. Bretter. Bretter, Bretter, Baretter. Ich nicht in der Werkbank? Das ist ja heute so eine Werkzeuge. Bretter sind ja kein... Vielleicht hinten beim Holzfäller. Äh. Äh. Tisch des Zimmermanns. Brennholz. Brett. Yes. Mach mir Bretter. Ja, jetzt steht es auch in den Kommentaren. Super. Ich hab aber nicht viele. Warum machen die Holzfäller nicht automatisch Bretter? Alles muss man ja selber machen. 210 Leute, die zugucken. Uh. Vermisst meine KI-Kämpfe. Keine Sorge, ich werde jetzt irgendwann auf meinem Zweitkanal auch so ein Kurzformat zu KI-Kämpfen machen. Wann ich es genau starte, weiß ich noch nicht, aber es wird noch kommen. Ähm. Haus zu machen, Haus zu machen, Haus zu machen, Haus zu machen, Haus zu machen. Äh. Halt. Oh Gott, wie viele Bretter brauche ich? Das ist ja, das grenzt ja an Mobbing. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Steine können mal wegkommen. Die will niemand mehr. Ein Rundholz dazu. Rüber. Ganz viele Bretter machen. Ich glaube, jetzt ist im Winter Umbau und auch nicht so eine gute Idee. Vielleicht lasse ich das doch und baue lieber im Frühling um oder so. Wenn die Leute nicht frieren. Ich habe gehört, das soll helfen. Ich mache nur dieses eine Dachteil jetzt und warte dann bis zum Frühling, bis ich weiterbaue. Bared. Guten Abend, Imenu TV. Ja genau, das wollte ich dann gleich machen, Marc. Ich habe bloß gerade gemerkt, dass es ein bisschen knapp wird. Nö, lass dir Zeit, Junge. Es ist ja nicht so, dass Frau und Kind gerade erfrieren. Mach dir noch einen kleinen Tee, während du die Bretter machst. Das ist alles okay. Kein Stress. So, ich glaube, das reicht erst mal. Lalalalalalalalalalalalala. Nnennennennennennennennen. Rett, 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 Rett. Schaut interessant aus. Hübsches Haus. Okay, Management. Mit Terren, gehen Sie bitte hinein. In das einfache kleine... Bist schon zugewiesen, ja? Ja, geil. Ja, geil. Wenn das nicht, dann ist alles gut. Du hast Haus, ja? Ein Fußbein ins Haus? Gut. Gut, dann säge ich jetzt eine ganze Menge Bretter. Komm. Den restlichen Tag lang. Weil ich dann gleich was habe, um die Dächer zu machen. Sonst werden wir doch nicht glücklich hier. Und glücklich zu sein, ist doch das Wichtigste. Ups, ich bin ein bisschen zu schwer. Ja, gut. Für die Bretter... No, 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 Bretman. Der ist gut. Der ist richtig gut. Bretman. 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 Aber der Stream läuft jetzt, ja? Also, so wie ich es jetzt auch im Replay sehe, scheint das in Ordnung zu gehen. Kann ich ja sogar überlegen, wieder auf 9000 zu gehen, was die Rüstri-Bitrate angeht. Scheint ja gut genug zu laufen. WB-Karadis. Du hast meine Frage nach Fanartikeln ignoriert. Äh, du hast eine Frage nach Fanartikeln gestellt. Deine letzte Frage war zu den KI-Kämpfen. Wie gesagt, du bist verzeihen, wenn ich nicht alles beantworten kann. Oftmals wird er gerne was übersehen. Vor allem, wenn ich ja gerade mal wieder eine Weile im Spiel beschäftigt bin, dann wieder zum Chat gucken, dann sehe ich wieder jede Menge Sachen. Das Problem mit dem Stream frage ich auch gerade. So. Wie schwer sind eigentlich Bretter? Oh, ein bisschen leichter bin ich geworden. Oh, jetzt wird es zunkel. Ja, wie gesagt, nachdem... Ja, nee, komm. Ich möchte den Wind jetzt einfach schnell hinter mich bringen. Dieser Winter ist uncool. Und er ist kalt. Moment, mir werden ja gerade die Gebäude angezeigt. Ich wollte ja mal gucken, wegen Questgebern, ne? Oh, ich habe sogar Quests in der Hood hier. Grübel. Ich meine, Bretter abgeben, klar. Dann läuft das. Pass auf, jetzt verbre... Oh, apropos verheizen. Wir brauchen neues Feuerholz. Da machen wir auch gleich mal was. Zack. Ach, komm. Dann können wir mehr machen. So. Warum ich keine Fanartikel... Das Problem mit Fanartikeln ist... Ich müsste erstmal einen Designer finden, der passende Merch macht. Ich selbst kann sowas nicht designen. Und dann müsste ich auch noch einen guten Partner finden für solchen Merch. Bei den Wändern möchte ich auch nicht solche billig Aufdrücke haben, sondern schon wirklich ein bisschen hochwertigere T-Shirts. Und die auch wirklich was halten. Mit Merch kommt ein bisschen was umher. Was ich von Paradox Games halte. Vor kurzem habe ich ja Grosetta Kings 3 gestreamt. Und... Also Paradox Games... Das Problem ist, man muss halt erstmal reinkommen. Wenn man richtig drin ist, macht es wahrscheinlich Spaß. Aber die Anfangshürde, einfach weil sie so komplex sind, die Spiele, ist halt schon ziemlich heftig. 56 Brennholz. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Da können wir aber noch ein bisschen mehr machen. Wutz. Machen wir mal richtig dickes Brennholz. Ich kann es vom Holzfäller machen, das ist ein Brennholz. Ich dachte, das ging nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Na komm, dann lassen wir den einen Tag jetzt noch Brennholz machen. Komm, dann reicht das erstmal, was wir hier haben. Hör mal auf, Junge. Junge, Junge, Junge. Dann stellen wir mal ein Management in Holzfäller um. Stimmt, ich wollte ja auch mal gucken wegen der Näheren, ne? Äh, näher. Kommen Sie näher, Madame. Kommen Sie näher. Äh, näher. Ja. Okay. Was lassen wir dich machen? Äh, hm. Naja. Ich werde so das Gefühl nicht los, dass eine Näherei nicht wirklich viel bringt. Ich meine, zum einen habe ich jetzt gar nicht mal das Flachs. Zum anderen sind die Sachen, die ich draus machen kann, die kann ich auch selbst machen. Nee. Ich glaube nicht, dass es sehr viel bringt, jetzt ein... Näher aktiv besetzt zu haben. Ich glaube, statt der Näherei würde ich dann diese Frau lieber... ...in die Minen schicken. Ja, was haben wir denn gerade noch für Arbeitsplätze frei? Wir könnten doch noch einen weiteren Sammler besetzen. Unsere Näherin, was kann die außer Nähen? Sie kann noch ganz gut jagen und fischen. Na, dann würde ich doch sagen, haben wir doch gleich einen weiteren Jäger gefunden. Näherei. Du wirst mir mal zum Jagd mitgehen und mir zusätzlich neben Olaf noch ein bisschen jagen. Denn wir brauchen jetzt wirklich, sobald jetzt noch mehr Leute da sind, noch mehr Nahrung. Das ist gut. Und bei den zwei Holzfällern, die wir haben, kann jetzt einer mal wirklich umswitchen. Ist eigentlich egal, welcher von beiden, ne? Holzschuppen 1 tut es auch. Es gibt nur Holzfäller. Kann man das wirklich switchen? Moment, Moment. Holzschuppen 1. Ah, doch, da. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber die Stöcke kommt trotzdem immer als Nebenprodukt mit rein, ne? Weil soweit ich das gesehen habe, haben wir immer wieder ein bisschen Stöcke. Aber komm, machen wir mal. So. 60. Oh, was ist denn mit der Musik los? 60% Rundholz. Von denen können wir immer wieder welche gebrauchen. Dann ein paar Stöcke. Da brauchen wir nicht so viele. Hauptsache, wir haben immer wieder welche da. Dann Brennholz. 20% sollte eigentlich erstmal reichen, dass die Leute mal Ruhe geben. Und 10% Bretter. Das hört sich gut an. Und die gleiche Einstellung hätten wir gerne auch für den anderen Holzschuppen. Äh, 60, 10, 20, 10. Jetzt musst du langsam ein paar Bretter zum Ausbau bekommen, aber die verbrauchen wir ja nicht. Äh, ja, ich glaube ich geh pennen. Tschüss. Guten Abend, Frau. War hinten eigentlich wirklich schon immer ein Fenster? Naja, was soll's. Earth 2150 hatte ich mal gespielt, ist aber ewig her. Oh Gott, ich muss noch den Chat nochmal ein bisschen nachholen. Wird mal ne Burg. Also man kann zumindest schon mal ein Dorf mit Palisadenverteidigung bauen. Also an sich mit Palisaden. Ähm. Äh, das weiß ich, Frau Zucker. Ich bin sogar schon am Ton machen. Also ich hab schon Ton eingestellt. Äh. Ja, man kann Palisaden aber wirklich Burgen und sowas. Ich glaub, das kommt vielleicht später im Spiel noch, dass du wirklich Burgen bauen kannst. Und vielleicht sogar dann so auch Kriegsgefolg oder bewaffnete Bauern machen kannst oder so. Um gegen Banditen zu kämpfen oder so. Und ein Reizsystem ist noch geplant. Ich glaub, da kommen noch viele Sachen dazu beim Game. Hier, ich krieg schon erst einen Ton. Das ist super. Okay. Jetzt, wo ich vieles automatisiert habe. Jetzt kann ich eigentlich mal hergehen. Die Haken nehmen, die ich habe. Hab ich noch Platz? Ich hab noch Platz. Dann nehme ich noch ein bisschen was von der Nahrung mit, die sowieso bald vergammelt. Ein bisschen was mampfen kann ich natürlich auch. Komm, dem einfach mal alles mit. Gewicht ist natürlich so eine Sache. Oh, es hat noch eine gute Weile hin. Die ganzen Riesenschirmpilze. Himmel. Kann ich alle mitnehmen. Die will auch keine Sau mehr haben. Äh, ja, ich glaub, das reicht. Dann mal guten Hunger, mein Freund. Was ist das, eine Temperatur... Was hat meine Temperaturanzeige gesagt? Ach ne, hier. Angenehm. Alles klar. Äh, warum geht die Tür nicht auf? Weil ich gegen die Wand laufe. Das erklärt so einiges. Gut. Dann mal zum Dorf. Die zwei Leute rekrutieren. Ich weiß bloß nicht, was ich mit denen großmach. Ich mein, ich könnte noch einen weiteren Holzfäller bauen. Nein, im Holz kann man nie zu wenig haben. Und noch ein weiterer Jäger vielleicht? Ja, ja, ja. Ich glaub, der eine Koch sollte schon reichen. Was ich für Musik höre. Puh, da hab ich keine spezielle Richtung tatsächlich. Äh. Äh, Potenzial, ja, Potenzial ist bei dem Spiel jede Menge da. So viel. Also, Potenzial... Was aus diesem Spiel werden kann, ist Wahnsinn. Also, wenn man sich bedenkt, dass das eine sehr frühe Alpha ist vom Spiel. Was da noch alles werden kann. Also, ich könnte mir echt vorstellen, dass es bei dieser... Neben diesen Dörfern... Bis jetzt stehen nur diese Dörfer als Grundgerüst. Neben den Dörfern kann es aber wirklich noch vielleicht irgendwo irgendwelche Lebensherren geben, die eine Burg haben. Was ist, wenn diese Dörfer zu einem gewissen Lebensherrn gehören und es steht irgendwo noch vielleicht in der Nähe der Berge oder so noch hier die eine oder andere Burg rum? Was ist, wenn du dir selbst eine Burg bauen kannst irgendwann? Was ist, wenn du... Wenn es auch wirklich dann so ein Lebenssystem gibt, dass du dann Dörfer einverleiben kannst? Vielleicht sogar mit... Mit diplomatischen, ähm... Fechteleien und solchen Sachen. Also... Gut, okay, wenn man so... Man kann auch genauso gut fast dann Mountain Blade spielen, aber... Ah, bei Mountain Blade hast du das kannst du nicht selbst bauen. Hier hast du wirklich das Selbstkraften und Aufbauen. Hm. 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 Ach, stimmt. Eine Lagerverwaltung bei den Lebensmitteln, ne? Was bringt das eigentlich? Das würde mich immer noch interessieren, weil ich glaube, ich habe da öfters gefragt, ich weiß nicht, ob es mal beantwortet wurde und ich habe es wieder vergessen, was sowohl die Lagerverwalter als auch die Nahrungsmittelverwalter überhaupt machen. Die essen einfach alles auf, was schlecht wird. Die werden einfach alle fett. Ja, auch die Lagerverwalter. Da wird dann Richard Löwenherz eingestellt, der frisst dann das Eisen weg, was schlecht wird. Das würde Eisen schlecht werden. Oh nein, das Eisen hat das Verfallsdatum erreicht. So, wer von euch will mitkommen? Äh, du warst auf 80. Müsst du mitkommen? Klingt genau wie das, was ich gesucht habe. Ja, perfekt. So, dann haben wir die Radegunda und Alice. Du musst noch ein bisschen warten. Gertruda. Du kommst auch mal mit. Genau, das habe ich gehört. Wunderbar, jetzt haben wir noch zwei Leute. Zwei Leute neue. Zwei Leute neue, richtig. Alice, hast du im Moment Zeit? Wie ist die letzte Zeit der Gang? Oh, das gefällt dir, wenn ich das frage. Schön, dass wir wahrscheinlich weniger. Jagd. Letzte Zeit der Gang. Ja, und da haben wir schon die nächste, die bereit ist, uns hier ins Gesicht zu springen. Und Agnes. Schöner Name. Tipps für die Jagd? Oh, das magst du zumindest. Wie ist die Arbeit? Nein, nein, nein. Egal. Dann pickel ich ja weiter vor dich hin. Äh, wow. Äh. Äh. Was? Was? Schau mal auf der anderen Seite vom Weg gegenüber dem Lagerfeuer an dem Tisch. Da müsste noch einer stehen, mit dem du rekrutieren kannst. Das heißt, da mir. Das ist da mir. Ah, Tatsache. Ja, Tatsache. Der ist rekrutierbar. Ja, gut. Junge. Komm mal her. Äh. Hat der Job? Ui. Ja, da fällt dabei. Da geht der ab. Das mit dem Adeligen, das ist dem scheißegal. Okay, aber ich habe schon mal Grundarbeit geleistet. Ich habe jetzt eh meine zwei Cheeks mitgenommen. Von daher passt das. Verkaufen wollte ich noch. Und dann bin ich eigentlich durch. So wie mit der Stadt. Also wohl mit dem Dorf, als auch mit allem anderen. Ich bin einfach nur durch, bin ich. Wer von euch handelt? Wir müssen hasch handeln. Quark. Zeig mir deine Ware. So, wir haben für dich ein paar mega geile Hacken. Guck dir das an. Feinste Qualität. Und Fleisch mit Soße. Hier nimm. Kurz vorm Ablaufen, aber wenn man hungert, isst man alles. Und die ganzen Riesenschirmpilze. Viel Spaß. Ich denke jetzt auch, ja danke, was soll ich mit dem Scheiß. Ich kann ihn schon rekrutieren, was? Ja gut, ne kann ich nicht. Ich habe nicht genug Bauplatz. Ich meine, ich habe... Tatsache, ich habe 88 Jahre. Aber es bringt nicht viel, weil ich habe jetzt genau die zwei neuen Hausplätze, die ich habe, verbraucht. Und dann ist Ruhe. Ruhe, sage ich euch. Dann müssen wir erstmal wieder ein neues Haus bauen. Ich meine, der Steinbruch funktioniert jetzt ganz gut. Wir könnten jetzt irgendwo nochmal Eisen finden. Aber wo, woher kenne ich Eisen? Wo weiß ich das Eisen? Gut, lau... Oh. Oh, oh, oh. Wir können doch eine Quest hier machen. Aber woran sehe ich Eisen? Wahrscheinlich irgendwo in den Bergen, aber... Weil da würde ich auch gerne noch irgendwo Eisen abbauen. Das würde ich auch noch gerne machen. Weil wenn ich dann noch Eisen abgebaut habe, dann habe ich wenigstens alles an Materialien. Dann würde ich vielleicht noch ein weiteres Feld irgendwann anbauen. Dass ich sage, jetzt mache ich dann vielleicht noch Flax oder solche Späße. Und Getreide. Gut, Flax kommt ja, glaube ich, auch so mit. Also aus vielleicht Getreide und Flax anbauen und so. Alvin Hallo Jäger, es ist in der Zeit für unseren nächsten Wettkampf. Ich werde nicht mehr am Zielschießen teilnehmen. Das ist ein Spiel für Kinder. Okay, woher kommt das? Sambo selbst hat mich ausgebildet. Ich jage schon seit langer Zeit wild. Das ist sicher einiges im Vertrauen dazu gewonnen. Ich habe einmal einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr. Bär, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine wirklich große Sache. Ich habe neun Stunden gebraucht. Sie sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch schwer zu finden. Glaubst du, du könntest das Bären? Nein, jetzt muss ich einen Bär holen. Äh. Es funktioniert bei der Richtung. Wenn du scheitest, behalte ich deine 200-Witzelzahlung voraus, wenn du nicht zurückkommst. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen um mich machst, mein Freund. Was ist, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe? Ich werde dir meinen Bogen geben. Das klingt sehr verlockend. Oh, okay. Bärenjagd, würde ich sagen. Nochmal. Schaffen wir das heute noch? Aber im Winter sind die Bären doch in den Höhlen drin, ne? Hält uns das auf. Der Tag ist noch ein bisschen länger, ne? Wir können mal ganz schnell gucken, ob wir jetzt im Süden die Bären finden. Das war doch irgendwie... War das hier im Süden... Ich glaube, das war bei diesem See, wo ich den Bär gesehen habe. Ne? Ich glaube, das war hier. Hier oder hier, aber ich glaube, das war hier. Oder was denn? Ne, es war der See, glaube ich. Der neben Honecker. Wollen wir da schnell hin? Komm, es ist gleich im Seck. Im Nordwesten von Honecker. Die Höhlen finde ich ja meistens nicht. Mein Bogen hält auch nicht mehr ewig. Oh, ich hoffe lang genug. Vor der Höhle im Süden und in der Höhle gibt es auch Reisen. Ein schöner Fluss. Meep, meep. Ich muss gerade mal was gucken. Ich dachte schon fast, ich hätte mich erinnert, irgendwo ganz weit von Abirten sogar eine Mine aufgebaut zu haben. Aber ne, das war bloß die da oben. Ich muss mich trotzdem irgendwann mal verwalten. Quests da haben, was? So. Im Süden einfach dem Flussverlauf folgen. Was? Was? Dann machen wir das mal. Da drüben war ein Fluss. Zwischen Branica und... Branica. Iiii... Ach so. Ach, da ist auch eine Höhle. Das wäre so glücklich in unserer Nähe. Und ich mache mir ja Stress. Ich jagge trotzdem weiter. Gut, mir leid, die Bären jagen sich nicht von selbst. Mal gucken, wo die Höhlen sein sollen. Ich habe schon viele Gerüchte über diese Höhlen gehört. Ich renne nach Süden. Gut, südöstlich ein bisschen. Aber weil ich zu diesem See will. Ich sehe Hasen. Also ich weiß, dass ich bei diesem großen See damals in Bären gefunden habe. Das ist eine gute Frage, ob die auch im... Oh, ne. Das ist ein Büffel. Bison, ähm, hier. Hm, Vincent Raven war es. Genau, Raven. Ein Darth Rehwan. Hier hinten habe ich den Bär letztes Mal gefunden. Mal gucken, ob ich ihn hier finde. Ansonsten gucke ich nach einer Höhle. Ich bin echt ein absolute Noob in diesem Spiel. Ich habe noch nie eine Höhle gefunden im Game. Ich bin aber anscheinend total blind. Aber ich weiß, dass es hier einen Bär gab. Genau hier habe ich letztes Mal einen Bär. Du bist kein Bär. Haha, Zaun im Bär. Okay, das ist dem egal. Erwischt, Freund. Gib mir deine... Gib mir deine Ware. Und vorwärts. Richtung, äh, wohin auch immer. Kann auch sein, dass der Bär, den ich letztes Mal getötet habe, immer noch weg ist. Aber letztes Mal habe ich hier einen gesehen. Jetzt nicht mehr. Ich erkenne den Zusammenhang. Wahrscheinlich sind die Höhlen jetzt alle in den Bären. Ja, genau. Also, wo genau von Honecker befindet sich eine Höhle in der Nähe? Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach mal. So. Weil ich habe noch nie einen Höhleneingang gefunden bisher. Caves. Map. Cave Locations. Nö, bitte kein YouTube-Video. Ich... Reicht einfach nur... ...ne Map. Oh, ich glaube, ich habe eine sehr gute Map gefunden. Äckeri. Boah, aber noch kleiner hättet ihr die Map nicht machen können, ne? Ihr Miesen. Obwohl, so geht's. Äh... Cave. Cave. Ba... Ba-ba-baren Cave. Ba-ba-ba-baren Cave. Ist jetzt nicht wirklich hochauflösend, die Karte, leider. Toll, auf der Karte, die ich gefunden habe, das sind zwar Caves auf der Legende. Aber ich sehe... ...auf der Map nichts davon. Nice. Ach, da drüben. Doch, da wurde eine angezeigt und da auch. Und da... Okay, jetzt sehe ich sie. Da soll eine sein und da soll eine sein. Okay, wartet mal kurz. Rechts und... Ich sehe gleich hier um das Eck. Tatsächlich. Wartet, 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 wartet. Einfach diesen Verlauf runter, wartet, wartet. Dann habe ich sie, glaube ich. So, wartet. Wenn ich das richtig gesehen habe, einfach diesen Flussverlauf folgen. Und hier müsste ein Höheneingang sein irgendwo. Dann nehme ich den. Aber soweit ich gesehen habe, sind hier oben auch einige. Unter anderem ja genau dieser zwischen den beiden hier. Den muss ich mir dann auch mal merken. Oh Gott, da ist schon wieder eine Wildsau. Ich kriege sie. Lass mich. Mein Bogen geht bald kaputt. Dann muss ich den Bärkampf noch überleben. Mein Bogen ist aktuell nicht entbehrlich. Moin, Schlumpfhans. Grüße, Sebastian. Ich habe dich mit dem Spiel so angefixt, dass du es auch geholt hast. Alles klar. Oh. Ich glaube, ich kam ein bisschen früher als gedacht zum Bär. Aber die Höhle gucke ich mir trotzdem noch an. Hello, my friend. Bär. Gottverdammt, dass man das verkackt. Uhlala. Uhlalalala. Zick, zack. Lass mich raten. Er ist genau hinter mir. Äh. Ne. Er ist unglaublich langsam. Hat sich erledigt. Drei Headshots ins Knie. Okay. Okay. So. Ich glaube, Eisen gibt es fast nur in Höhlen. Deswegen muss ich mir mal eine Höhle in der Nähe von meiner Stadt ansuchen. Und da auch mal eine Wien hin. Näh, 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 näh. Und dann können wir schon fast mal mit der Eisenverarbeitung anfangen. So, jetzt möchte ich auch mal, bevor ich nach Hause gehe, noch die Höhle angucken. Hier diesen Weg entlang soll es einen Höhleneingang geben, irgendwo. Volle Konzentration. Ich müsste eigentlich schon da was helfen. Warum bin ich so ein absolutes Höhlenopfer? Das gibt es doch nicht. Wieso finde ich denn keine Höhleneingänge in dem Game? Ah, da hinten. Oh. Ah. Ah. Das wird jetzt einfach nur ein Stein sein, sondern keine. Ah. So sehen die also aus. Meine Güte. Hallo Höhle. Hm. Hallo. Aber wisst ihr was? Gott, ich hoffe, ich finde die wieder raus. Gibt es hier viele Abzweigungen. Okay. Eine wichtige Sache. Spitzhacke. Wenn ich schon... Ja, Felsen. Ich werde mit dem billigen Scheiß weg. Ich bin hier für das Eisen. Wenn ich irgendwo Eisen finde. Reicht das eigentlich, wenn ich dann direkt vor der Höhle einen Grabungsschuppen mache? Wenn in der Höhle Eisen ist? Weil ich glaube, ich kann den dann irgendwo anders hin bauen. Okay. Schon zweieinhalb Stunden im Streben. Ja, das ist nicht ohne. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr. Hä? Ah ne, hier komme ich wieder raus. Kein Eisen? Ist das nicht eine von diesen Höhlen, die eigentlich Eisen haben? Ne, Moment. Wo bin ich? Ich dachte, hier geht es raus. Hola. Senor. Wir kommen nie wieder lebend raus. Ah, okay. Wir kommen wieder lebend raus. Ich habe kein Eisen gesehen. Schade. Ich suche jetzt nicht mehr länger. Der Tag ist bald vorbei. Ich muss nach Hause. Ich habe noch einen Arzttermin. Ich muss noch zum Friseur. Eisen sind in den Felsen. Ach so, einfach nur quasi die... Diese Felsen, die da sind, in der Mine, geben auch Eisen. Okay, dann... Hm. Okay, dann mag ich mal schnell drauf. Ich möchte mich mal gewissern. Das reicht dann aber, wenn ich tatsächlich einen Grabungsschuppen einfach vor dem Erhöhleneingang mache, ne? Hm. Ja, geil. Und Salz gibt es auch. Mega. Stein brauche ich erstmal nicht. Verstehe. Jetzt ergibt alles Sinn, Toten. Eisen. Endlich dann mal Eisenwerkzeuge machen. Wisst ihr, wie angenehm das dann wird? Eine Mine. Ach, ein Grabungsschuppen baut gar kein Eisen ab. Oh. Oh. Okay. Salz. Jetzt muss ich mal wirklich mehr Eisen mitnehmen. Bei Salz kriegen wir schon aus unseren Grabungsschuppen raus. So, ich glaube, das reicht fürs Erste, oder? Haben wir noch... Oh, gut. Wir haben noch Platz. Komm, ein bisschen was nehmen wir noch mit. Aber die gesamte Hülle war bärenfrei. Bärenlos durch die Cave. Wie viel wiegt Eisen eigentlich? Ja, eins pro Eisen. Ja, komm, das reicht erstmal. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch was zu... Zurück noch was zum Jagen. Jetzt haben wir ein bisschen Eisen. Das reicht vielleicht, um uns ein paar Werkzeuge zu machen. Was bringt Salz im Spiel? Ich kann mir vorstellen, zum Kochen. Ja, stimmt. Man kann doch Salzfleisch machen, ne? Man kann es bestimmt zum Kochen und zum Konservieren verwenden und so. Ähm, das Gebäude-Elimit erhöhen, ganz einfach, indem man Dynastie-Punkte erhöht. Du musst mit der Hauptfest vorankommen, um dann dein Gebäude-Elimit damit zu erhöhen. Böhr. Genau, Böhr. Björn der Böhr. Ein Vincent. Nein, noch ein Vincent. Oh, verdammt. Ich versuche mal ab durch die Mitte. Ha. Sie alle ignorieren mich. Gut, dass mein Sexy-Pil nicht auf Tiere wirkt. Oh Gott, Himmel. Wirklich gut, dass der nicht wirkt. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr werdet von der Horte von tausend notgeilen Hasen überfallen. Nein. Du kriegst dann so ein Meer einfach runter. Vincent sagt lol. Ja, wunderbar. Eine Runde Bistiality, bitte. Aber Kinga ist doch ein Wildschwein. Du hast genug Eisen für drei Spitzhacken. Aber es geht mir nicht nur um Spitzhacken. Weil die ist ja gut genug. Ich hätte gerne mal einen eisernen Bauhammer. Und... Na, also eine Axt. Was hätte ich sonst noch gerne aus Eisen? Unterwäsche. Äh, nee. Halt. Äh, was noch praktisch wäre. Wäre wirklich vielleicht mal... Ja, besseren Bogen. Gut, besseren Bogen bekomme ich jetzt durch die Quest. Ich meine, Eisenpfeile zu machen wäre natürlich auch eine Idee. Oh, 232 Zuschauer. Willkommen. Ha. Ich habe das Auge juckt. Wahnsinn. Und da links lang. Perfekt. Dann hole ich mir fix meinen neuen Bogen. Ich hoffe, der ist besser als meine bisherige. Ansonsten habe ich einfach noch einen... Hm. Ersatzbogen. Aber ganz ehrlich, brauche ich wirklich einen besseren Bogen? Ich meine, mit meinem jetzigen Bogen, mit den aktuellen Pfeilen, mache ich drei... Brauche ich drei Schüsse für einen Bär, der jetzt hier wirklich der schwerste Gegner im Spiel ist aktuell. Also, na gut, okay. Wölfe oder sowas One-Shotten zu können, wäre schon nicht schlecht, aber... Guck mal, also ein Bär. Hallo. Hat jemand einen großen, bösen Bären bestellt? Ich weiß nicht, wie man gewinnt. Wirklich? Ich dachte, das ist das Einzige, was ich tun kann. Gut, das ist genug. Hier ist mein Bogen. Einen langen Bogen. Oh. Du hast ihn dir verdient. Denn du bist besser als ich. Du warst es schon immer. Du musst es mir nicht geben. Ich mag einfach den Wettstreit. Nein, du hast ja... Doch, gib mir den Bogen, ey. Fähig hätte ich gewonnen. Ich verdiene es nicht. Ich sollte wieder auf dem Feld arbeiten. Wie ist mir mein ganzes Leben lang beigebracht? Der Typ ist auch schnell niedergeschlagen, ne? Der fordert mich heraus, ey. So, ich hab eben einen Bären erlegt hier. So im Ringkampf hier niedergerungen oder so. Und... Also, okay, ich hab auch einen Bären gejagt. Oh, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Wenn du einen Job machst, nur mit der Mentalität der Beste darin zu sein, also wirklich besser als alle anderen, ich weiß nicht, ob das wirklich die Mentalität ist, die du haben willst. Das ist so die Ellenbogen-Mentalität. Ja, und ich versuche nicht, meinen Mann zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist etwas ganz anderes. Wenn es das ist, was du wirklich willst, ist es in Ordnung. Wenigstens hattest du ein Abenteuer, nicht wahr? Ja, das ist wahr. Ich danke dir für meine Zeit zu pflichten. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis später. Bis bald, Ehrenwerterfreund. Bis bald. Jetzt hab ich einen Langbogen. Geil. Hat er auch eine höhere Haltbarkeit? Oh, doppelt so viel Haltbarkeit. Ich glaub, der Langbogen ist meine neue Freundin. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Kinga. Aber der Langbogen hat einfach... Ist einfach vom Sechsepil unschlagbar. Da kannst du nix mehr machen. Wenn der englische Langbogen das Feld, der walisische Langbogen das Feld betritt, dann ist einfach die gesamte Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit umgelenkt. Zweieinhalbfache, ja. Himmelfiel, Leute. Vor allem Fallschaden. Ich glaube schon, dass es Fallschaden gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren will. Leute, das sagen viele. Es ist, äh... Markus, es ist King dem Kamm als Bau- und Wirtschaftssimulator. Also King dem Kamm unter das große Kampfsystem. Aber als mit dem Bau- und Wirtschaftspart. Wenn du es so willst. Sagen die meisten zumindest. Hm, 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 hm. Der Rekurbogen ist am besten. Ja, der kommt auch noch. Falls du ein Trebuchet findest gegen 50 Kilo auf 300 Meter, kommt der Langbogen nicht an, ja. Trebuchet sind natürlich auch mega sexy. Aber das sind solche, solche ambulanten Typen, ne. Also Trebuchets haben so das Problem. Die sind halt ziemlich unbeweglich. Ja, stimmt, die vorhin mal aus Eisen. Das hab ich auch schon gesehen. Die haben nicht so viel mehr Haltbarkeit. Na, was? Sensen und Äxte. Ich mein, ob ich Sensen großartig brauche, ist so eine Sache. Aber Äxte auf jeden Fall, ja. Eine Axt auf jeden Fall. Sensen, dafür müsste ich überhaupt selbst mal erst... Ich meine, ich tue ja meine gesamte Feldarbeit auch automatisieren. Ich hab gar keinen Bock, selber anzubauen. Spiele ich hier Stardew Valley oder was? Oder einen Landwirtschaftssimulator. Geh mal was trinken. Oh, stimmt. Gute Idee, danke. Lü, 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 lü. Du Trebuchet hast du mich gerade fett genannt? Sie haben Durst. Schlup. Hm. Gut, eigentlich bleibt laufen, okay. So. Es gibt Fallschaden, alles klar. Dann muss ich das ja zum Glück nicht selbst austesten, am eigenen Leib. Das Lebensmittel verderben können, da fuhr der Bäcker am eigenen Leib. Äh. Warum hab ich so viel... Ah, stimmt, ja klar. Ich hab ja nicht... Warum hab ich so viel Fleisch bei mir? Vielleicht, weil ich einen Bären gejagt habe? Ich sag's euch kurz, seit Gedächtnis. Es ist dieses verdammte Altersheime. Äh. Ich hab Salz. Salz, 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 Salz. Stimmt, nochmal zur Frage vorhin. Was bringt jetzt eigentlich nochmal ein Lebensmittelverwalter? Das würde mich jetzt... Ich bleib jetzt mal ganz kurz hier im Menü. Was bringt mir ein Lebensmittelverwalter? Also wenn ich jetzt jemanden hier beim Kornspeicher einstelle, was bringt der mir? Jemand, der schon Erfahrung mit dem Spiel hat. Weil das frage ich mich schon so lange. Ich würde das eigentlich mal gerne wissen. Ne, die zwei Leunden mit Wunders sind noch nicht eingeteilt. Ich wüsste jetzt aktuell noch nicht... Ich hab jetzt noch nicht groß was für die. Kommt noch. Ich meine, vielleicht die Lebensmittelverwaltung und dann natürlich noch... Na, die Mine kann ich noch nicht machen. Ein weiterer Holzfäller vielleicht. Noch mal, Steinproduktion brauche ich auch nicht unbedingt. Wahrscheinlich noch ein weiterer Holzfäller. Noch keinen Nutzen. Hm, schade. Okay, gut zu wissen. Danke, freier Zocke. Das wollte ich hören. Okay. Fünf Metern gefallen, 30 bis 50 Damage bekommen. Ja, geil. So, dann gehen wir mal ordentlich pennen. Und dann würde ich mal sagen, gibt's erstmal... Aufs Maul. Äh, gibt's erstmal so ein, zwei Minuten Pause. Diesmal nur ganz kurz. Ich schwöre. Oh. Yay, Steuernzahlen. Yay, darauf ach du. Wie viel... Oh, mein ganzes Geld. Halt... Wisst ihr, wie... Wie... Wie hart ich dran gearbeitet. Gut, wir... Wisst ihr, wie hart andere Leute dafür arbeiten mussten? Für mich. Aber schön, wir haben Frühling. Das heißt, wir können mal wieder die... Nur mal in Klamotten anziehen. Und dann gibt's mal so eine ganz kleine... Das würde ich auch im Nachhinein nicht rausschneiden für das Video dann. Das passt so, wie es ist. Ähm... Ist nur ein, zwei Minuten. Ich bin nur ganz, ganz kurz noch was zu trinken holen. Ich hab grad nichts mehr da. Und der Hals tut langsam etwas weh. Ähm... Von daher lassen wir mal die Musik, wie sie ist. Da brauchen wir auch mal gar keine Stronghold Musik. Das passt schon. Ich würde nur kurz den hier machen. Zusammen mit der Musik. Das passt. Gut, dann würde ich mal sagen... Äh... Da. Sehen wir uns... In ein, zwei Minuten wieder. Ja, so viel zum Thema. Ich lass die Musik vom Spiel laufen. Ist natürlich blöd. Wenn die Spielmusik plötzlich aufhört. Hä? Okay. Ähm... Hallo, Chat. Was läuft? Äh... Wie viel ist 30 bis 50 in dem Spiel? Brauch ich gar nicht, Junge. Das finde ich... Achso, es ging um den Schadenswert vorhin. Alles klar. Okay, da wären wir wieder. Schön, Musik, dass du mich in den Stich gelassen hast. Ich hab dich auch lieb. Oh, alles schon bepflanzt. Geil. Das... Gefällt. Höh. Da hinten kommt dann noch ein ganz großes Feld hin. Das ist dann so außerhalb vom Dorf quasi. Hier möchte ich dann sobald mal zumachen, einfach. Äh... Ja, genug geplant. Ich möchte was... Ja. Ja, sehr. Sehr. Äh... Äh... Eisenwerkzeuge. Einfach nur... Ich muss das Eisen nicht mal verarbeiten oder so. Aber... Okay, ich hab Eisen, aber ich hab nicht das Rundholz. Bauhammer aus Eisenspitzhacken. Haben wir schon? Eine eiserne Axt. Mmh. Eine Schurschere. Ey, Eisenhäutungsmesser. Das ist wahrscheinlich... Ah, da brauch ich den Wollfaden für. Ich mach mir mal eine eiserne Axt. Hauen wir mal das ganze Eisen rein. Was? Äh... Okay, vier würde ich gerne behalten, weil ich würde trotzdem mal die Axt machen. Dankeschön. So. Dann mal rüber. Hallo Haus. Du gibst mir Holz. Jetzt, wo ich habe Holz, mach ich mir Axt. Ihr wollt Axt. Wie ein gewisser Troll sagen würde. Also, eiserne Waffen gibt's ja auch. Ja, so ein eiserner Spieß wäre schon irgendwo nice. Und auch so Eisenpfeile. Ja, aber... Äh... Technologie-Schema. Außerdem hab ich jetzt meinen Langbogen. Da hätte ich lieber meine... Eisener Axt. Verdammt! Äh... Technologie. Wieso hab ich so das Gefühl, dass ich noch keine eiserne Axt haben darf? Äh... Wäre eine Spiede. Doch, darf ich. Ja, 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 ja. Das magst du. Dankeschön. Der Rest wird ein bisschen teuer. Kann ich Eisene Axte verkaufen? Allgemein. Wie viel bringt mir Eisen eigentlich ein? Roh... Roh... Wow... Wohl 10... Ja, ja... Wir machen uns erstmal eine schöne Axt. Dann guck ich mal, ob es die mir auch bringt. Ja, genau. Hau einfach ein bisschen auf den... Warum haust du auf einer Zange rum? Und einfach so auf Sachen rumzuhauen, ist eine schlechte Idee. Du solltest es erstmal erhitzen. Ich sag's euch, wenn der Anführer IQ 0, aber Charisma 100 hat, ne? Alle jubeln mir zu, weil alle denken, ich hab voll die Ahnung, was ich hier tue. Wahrscheinlich bin ich auch zu 90% Org, weil ich einfach dran glaub, dass die Sachen funktionieren. Funktionieren sie plötzlich und ich hab einfach ein bisschen auf so einer Zange rumgehauen. Und plötzlich kommt eine funktionszüchtige Axt bei raus. Äh, wo ist denn jetzt meine... Hä? Willst du mich verarschen, Junge? Hä? Ach doch da, ich dachte... Ich dachte gerade wirklich, ich hätte... 250? Ja, das ist ein bisschen was wert, wisst du was? Ich glaube, ich mach noch zwei Eisene Echse zum Verkaufen, oder? 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 Oder ich mach einfach ein paar hölzerne Werkzeuge, weil ich glaube, die... Schaufeln waren nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Sperre sehr viel bringen. Einmal bräuchte ich Fäden. Letzte eine Hacke. Mordaka. Wann hast du mal die M16 freigeschaltet? Die Hammer sind... Die Holzhammer? Oder die Eisenhammer? Wahrscheinlich die Eisenhammer, aber die müsste ich erstmal freischalten. Jetzt ehrlich, um meine Steuern bezahlen zu können, ich bin schon echt am überlegen, mir jetzt einfach nochmal zwei Echse zu machen, aus Eisen. Apropos, wie viel mehr hat die Eisenachst eigentlich Haltbarkeit? Als die normale. Die Steinaxt hat... Oh, das ist Dreifache. Also ich glaube, die hält jetzt ein bisschen. Dankeschön. Jetzt, wo wir die Axt haben, dann machen wir den Langbogen noch als Neuzugang bei uns in der Wood. Das sieht bestimmt auch cooler aus, oder? Die alten Sachen kann ich einfach kaufen. Obwohl, den alten Bogen würde ich erstmal einfach lagern. Einfach nur so. Vielleicht brauchen wir ihn doch noch. Den eisernen Speer... Ganz ehrlich, ich brauche den Speer nicht mehr. Nimmt mir auch Gewicht weg. Eisenpfeile, bin ich eigentlich nur ganz froh, dass ich die habe. Leder und Pelz kann eigentlich weg. Ansonsten bin ich ganz gut vom Gewicht. Lass mich durchaus. So, ähm... Grübel, grübel, grübel. Oh, Rundholz war es, ne? Ich denke. Noch zwei. Äh... Ich soll Flachs anpflanzen. Kann man Flachs einfach so anpflanzen? Einfach so? Wirklich? Ich glaube, ich kann einfach mal jetzt... Ich mache jetzt einfach mal große... Wisst ihr was? Ich lege jetzt große Felder an. Jetzt reicht's. Mit dem Hammer. Äh... Dann machen wir hier hinten auch mal wirklich... Entbaumtes Gebiet. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich als Schaufel... Jemals was mehr als die Holzschaufel brauche, wenn ich mir angucke, was hier so... So, mal ein bisschen Platz machen hier. Denn hier kommen große Felder hin. Hier kommt dann meine große... Weil das da unten sind bloß meine kleinen Gemüsegärten, wenn du so willst. Hier draußen sollen dann die Felder stehen. Auf der großen, weiten Ebene. Ich trage zu viel, ja. Ihr könnt mich mal... So, okay. Meine Freunde... Wir werden nun... Ein Feld bestellen. Etwa hier. Und da machen wir das größte Feld, das jemals gesät wurde. Wie groß können wir eigentlich? Ach du Schande. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Äh... Jetzt ist die Größenbeschränkung. Okay, ich glaube... Ich... Also... Äh... 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 Ich glaube, so ein 10x10 Feld tut's auch. Dankeschön. Machen wir zwei 10x10 Felder. Das ist fair. Eins für Feld und eins für Getre... Äh... Eins für Feld, willst du mich verarschen? Äh... Eins für... Äh... Eins für Getreide und eins für... Leinen. Das gefällt. Jetzt machen wir nochmal 10x10. Nein, Baum, du hast mir das letzte Mal meine Pläne durchkreuzt. Sonst noch jemand, der Stress machen will auf dem Feld? Alles klar. Fällt plötzlich meine Frau hin. Auf dem Boden mit dem Kind in dem Arm. Und liegt das so im Weg rum. Ich komme dann bei Schaufelsäulen. Jetzt reicht's. Hört auf, um den Weg rumzulegen hier. Buddel, buddel, buddel. Äh... Mh... Na, ma... Jetzt. 10x10. Ganz einfach. Ja, und jetzt haben wir so die... Ziemlich die Hinterseite des Dorfs bepflanzt. Karotte. Was wollt ihr? Das ist keine Karotte, das ist ein Feld. Karotte. Oh, kacke. Ich muss das ja noch roden. Oh, nein. Ich mache rote das später. Tut mir leid, ich möchte erstmal die Baum... Oh Gott. Oh Gott. Ach komm. Nee, was soll's. Irgendjemand muss es ja machen. Wo habe ich überhaupt mein rote Zeug... Moment, das habe ich, glaube ich, weggenommen, oder? Ja, stimmt. Ich habe meine Hake ja weggenommen. Oh, shit. Stimmt, ich muss es ja roden. Und die guckt mich einfach nur so schadenfroh an. Ey, machst du auch mal was? Ja, klar. Du hast ja so viel gearbeitet. Genau. Äh. Die leben ja wirklich in den Häusern. Krass. Äh. Werkzeug. 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 Das größte Problem an zwei solchen großen Feldern ist... Genau jetzt, wo ich es erwähnen wollte. Weil gerade der Hühnerstall freigeschalten wurde. Das größte Problem bei solchen großen Feldern ist... Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr für die Tierzucht. Wo würde ich die eigentlich hinparken? Oder kommt die dann auf die andere Seite hinten? Nee, der Gutsch spricht auch nichts dagegen, ne? Äh. Ah, Boss. Werkzeug, ja. Wo ist mein Eisen hin? Wollte mich ver... Achso, stimmt. Ich habe sie da reingelegt. Lalalala. Oh Gott. Gibt mir meine Axt. Freier Zocker. Ich mache das sowieso nicht mal neu. Das lasse ich alles meine Plebs machen. Darum kümmere ich mich jetzt nicht mehr. Ich werde bloß noch sagen, was die bebauen sollen. Dann weiß ich ein paar Bauern zu. Und dann geht's ab. T. T. Ab T. Dong. 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 Ai, 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 ai. Dann eile ich mal in Höchstgeschwindigkeit, die restlichen Ressourcen abzugeben. Genug Münzen sollte ich jetzt haben. Notfall nehme ich noch ein paar Bären mit. Oh, ein bisschen über Tierhaltung, ja. Meine Fischhörter könnte ich auch noch reine machen. Aber Nahrung ist gerade nicht das Problem, ne? Aktuell würde ich das meiste wahrscheinlich wirklich auf Flach setzen. Weil, wie gesagt, Getreide oder sowas... Für die Tierzucht brauche ich es dann. Den Punkt habe ich keinen, ne? Ich habe bloß die Näherei freigeschaltet. Die Näherei, Quatsch. Der Hühnerstall. Steune, Hühnerstall, Tierfutter. In der Scheune könnte ich jetzt Mehl machen. Und meine Leute können auch nicht Mehl machen, solange ich die jetzt nicht freigeschaltet habe, ne? Dann mache ich das mal. Tierfutter forschen wir auch mal. Dann können wir demnächst mal wirklich einen Hühnerstall machen. Hühnerfutter. Wir können Hühnerfutter machen. Geil. Geil, sag ich ja. Jetzt haben wir eigentlich das Endgame erreicht. Jetzt, wo wir Hühnerfutter machen können, steht unserem großen Hühnerfuttermonopol nichts mehr im Weg. Da können wir jetzt einfach wirklich die größte Hühnerfuttermanufaktur im gesamten Reich aufbauen. Und damit das gesamte Land kontrollieren. Ich sag's euch. Das wird geil. Jetzt ist der Tag schon halb drin. Will ich jetzt noch schnell zum Dorf laufen und steuern? Ja, komm. Mach mal fix. Nahrung wollte ich noch mitnehmen. Das ist keine Nahrung. Das ist nochmal noch eine Menge Körner und Samen. Wie? Also, ganz ehrlich. Nie im Leben geht uns die nächste Zeit die Nahrung aus. Was die Jäger gerade reinschleppen, das ist doch der Wahnsinn. Apropos, da fällt mir gerade ein, wir können einen zum Sammler machen. Komm, Wilburga jagt und Olaf es sammelt. Jagdhütte. Nee, nee, nee. Du verstehst nicht, Olaf. Du verstehst nicht, was ich meine. Ich möchte dir nur durch die Blume sagen, dass du gefeuert bist. Um dich wieder einzustellen. Ja, Quatsch. Ich hau es zu weisen. Das mit dem Zuweisen könnten die auch noch ein bisschen nutzerfreundlicher machen. Man könnte meinen, das ist eine Konsolensteuerung. Jagdhütte. Sammeln. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ganz in der Augen, Grundspeicher nicht hin und vor da setzen. Das ist nice. Äh, was für Tampons empfiehlst du mir, Tobias? T-T-Teponine. Was zur Hölle ist das? Ach, Hallöchen, Schoggi. Und wenn, lässt du einen doch gleich zu Hause füllen. Oh. Brauchst kein Tierfütter, wenn du einen Bauern abstellst, der auf die Tiere raufst. Selbst die brauchen nichts? Also die NPCs brauchen wirklich überhaupt nichts an Voraussetzungen? Äh, upsie, Spiel. Aber gut, ich würde sagen, einmal machen wir es. Wir haben auch einmal selbst angebaut und geerntet. Dementsprechend auch mit Tierhaltung machen wir es einmal selbst, bevor wir es übernehmen. Einfach, um es gesehen zu haben. Erstmal Luft boxen, um nicht abzureagieren. Moin, Karl Decker. So, okay. Also, wir haben viel zu viel Fleisch. Viel zu viel Fleisch, ich weiß nicht, wohin damit. Gut, wenn mir langweilig ist, gehe ich einfach irgendwelche Veganer damit bewerfen. Das ist ja eins meiner Hobbys. Äh, so, okay. Hm. Äh, ja, ich nehme einfach noch ganz viel Fleisch mit. Obwohl, das mit Soße ist ja nicht mehr das... Ich... Das normale, aber noch nicht so viel. Und es zählt noch ein bisschen, nehme ich zwei mit. Wie viele Morscheln. Was wollen wir damit? Ich nehme die jetzt mit. Die sind sogar drei wert. Nice. Werden verkauft. Auf dem Schwarzmarkt. Auf dem Morchelmarkt. Hau ich dir raus. Und auf dem Weg gucken wir mal, ob wir ein paar Beeren mitfinden, nehmen können, tuten. Verkauft das Fleisch, ne? Das Fleisch bringt jetzt nicht so viel. Und ganz ehrlich, solange es noch da ist, wer weiß, vielleicht kommt ja demnächst... Eine riesige, keine Ahnung, eine Invasion von 200 Wölfen. Und ich bin froh, dass ich 200 Fleisch habe, um die zur Ablenkung werfen zu können. Oh, ging mal Ritsch, hallöchen. So, ich möchte jetzt... Du musst das Fleischbratenintervern anstellen beim Management. Habe ich doch eigentlich gemacht. Eigentlich habe ich es, bloß nicht so viel. Hätte ich nicht... Ich hätte auch nicht gedacht, dass man... Gut, okay, jetzt erreichen wir sowieso bald. Ich glaube, ich brauche einfach noch einen Koch mehr. Mein Gastwirt hat aktuell eingestellt... Tavelne. Sie hat aktuell eingestellt... Ach komm, jetzt lässt das schon wieder nicht... So, hier. 20% gebratenes Fleisch, 40%... Ja, gut, für Eintopf haben wir gerade nichts, ne? Aber die Saison kommt bald. Es wird echt Zeit, dass wir mehr Köche haben. Weil ja, 0,3 gebraten ist. Ich meine, Fleisch mit Soße ist schön und gut. Ist da was? Wie lange müssen wir das haben? Erhöhen wir einfach mal Fleisch mit Soße und gebratenes Fleisch. Wir kriegen später noch einen Töpfer. Was sagt eigentlich meine Anzeige? Management. 1708 Nahrung, genug Holz auf jeden Fall auch... Nice, würde ich sagen. Nice, 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 nice. Es ist gefährdet, nicht weiterentwickelt zu werden. Also, aktuell gibt es jede Menge Updates. Also, es ist gut. Es hat jede Menge Potenzial, wenn es weiterentwickelt wird. Natürlich besteht bei jedem Spiel das Gefahr, dass plötzlich die Entwicklung eingestellt wird. Ich meine, das Spiel macht jetzt schon Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel jetzt nur wegen dem Potenzial kauft. Das ist jetzt kein von diesen Spielen, wo man sagt, das ist absolut Kacke. Und man hofft drauf, dass es was richtig Gutes wird irgendwann. Ne, das Spiel macht jetzt schon Spaß, tatsächlich. Das Spiel macht jetzt schon jede Menge Laune. Wenn wir jetzt noch Spaß haben, nur die noch richtig viele interessante Mechaniken kommen später noch dazu. Genau so. Genau so. Taverne 3. Ja, Taverne 3 hat, glaube ich, erst, ne? Oder Taverne... Ne, Taverne 2 auch. Aber Taverne 2, für Taverne 2 brauche ich doch schon... Äh... 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 Random Zombie-Neus ist einfach nur... Äh... Erstmal, die zwei Wochen Pause haben mich echt übelst zurückgeworfen, was wieder die Überlegung angeht. Crafting warst dabei, ne? Gott, ich habe gerade mal die Hälfte von den nötigen Crafting... Äh... Das dauert noch ewig, bis ich die Taverne 2 machen kann. Ne... Ach ja, stimmt, Axt. Dankeschön. Ah, Krapsch. Weiß doch jeder, dass man mit der Axt in der Hand besser Bären sammeln kann. Logik in Spielen, das ist immer wieder toll. So, noch ein paar extra Bären... Für die Steuer. Stellt euch mal vor, ihr gebt eure Steuern in Bären ab. Das ist doch nice. Einfach den Rundfunkbeibetrag immer in Bären bezahlen. Bitteschön. Drei Kilo. Da stehen sie wieder alle auf den Bänken. So, wer von euch möchte meine Axt zu spüren bekommen? Steuereintreiber doch bestimmt. Da. Junge, ich bezahle meine Steuer in Äxten. Zeig mal den Kopf her kurz. Äh, nee, hier. Äxte. Und so. Du kannst meine alte Axt haben. Du kannst zwei von diesen Äxten haben. Also von diesen 250, die ursprünglich angezeigt wurden, ist aber nicht mehr viel übrig. Das ist aber... Das ist immer falsch angezeigt. Das ist schlimm. Ich bringe auch fast nichts. Oh Gott, jetzt kann ich meinen Steuern überhaupt bezahlen. Mist. Äh, warte mal ganz kurz. Ja, kann ich. Gut. Hier. Nimm. Herrlich. Ja, genau. Bar dem Geld da, Gobert. Schon bin ich wieder pleite, ey. Fragezeichen. Guten Abend, Kitsune. Äh, so da. Drei Kilogramm wären... 19 Cent. Was? Alvin, wie geht's dir? Nun, genau. Wie am ersten Tag unseres Treffens. Du siehst nicht glücklich aus. Warum denkst du das? Musst du dir nicht so... Du musst dir nicht so viele Sorgen um mich machen. Na, das Leben ist mein Stil. Nein, aber es ist die, die ich habe. Was ist denn? Jetzt hat er eine ganze Jägerkarre eingeschlagen, um die wieder in den Haufen zu werfen, sobald ich mal besser gejagt habe als er. Meine Enttäuschung lässt sich nicht in Worte fassen, Alvin. Ich verstehe. Das kam mal 22. Ich habe beschlossen, jetzt als Bauer alt zu werden. Samboer. Wer ist Samboer? Warum ist Samboer? Jetzt meinst du, wo ist Samboer? Ach, da hinten der Jäger wieder. Gut, dann gehen wir da nochmal fix hin. Der Tag ist ja noch ein bisschen... Ist der Chat eigentlich wieder eingefroren, oder seid ihr einfach nur alle zu schüchtern, gerade wieder zu schreiben? Weil ich hatte es letztens schon mal, dass der Chat einfach eingefroren ist. Wisst ihr, wie schlimm es ist, jetzt während dem Stream ein Feuer zu machen, um den wieder aufzutauen? Äh, ja hier, also... Ich möchte nur wissen, ob hier alles in Ordnung ist. Aha, sehr gut. Da sehe ich schon wieder was. Jetzt beschwere dich mal nicht. Hier sind Leute mit Steuern weit über 4000. Ja gut. Das mag sein. Ich hätte trotzdem gern wenige. Aber gut, ich weiß ja, dass mein Kanal zu sehr großen Teilen aus stillen Zuschauern besteht. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt so 20, 30, vielleicht 40 Leute auf meinem Kanal, die regelmäßig kommentieren. Von den meisten von denen erkenne ich schon immer wieder, wenn die Kommentare schreiben. Es gibt noch einige, die immer wieder neu dazukommen. Aber die meisten, die schreiben auf meinem Kanal, auch Kommentare schreiben, sind eigentlich so Veteranen. Ich glaube, der allergrößte Teil, so locker 90 Prozent bei mir an Zuschauern, sind wirklich stille Zuschauer. Das ist sowieso das, was die wenigsten ja bedenken. Selbst wenn sie lautstark, also wenn sie lautstark kritisiert werden oder sonst irgendwas, dass die merken, okay, es gibt aber trotzdem unglaublich viele, die zuschauen und genießen und einfach nur Spaß haben. Ui, Ryushin, willkommen als Herzog. Übrigens als kleiner Hinweis für alle, die auch schon Mitglieder sind, ich habe vor kurzem das gesamte System, also es heißt jetzt nicht mehr aufsteigender Herzog, es heißt jetzt einfach nur Herzog. Das liegt daran, dass ich drei Stufen jetzt insgesamt eingefügt habe. Herzog, Erzherzog und Großherzog. Im Grunde gibt es keinen Unterschied. Alle drei haben den gleichen Vorteil, dass ihr jetzt das Bild von den Herzogen, von Stronghold neben euch habt, mit der Ratte angefangen und ihr werdet irgendwann zum Wolf. Ähm, auf längere Zeit und dass ihr natürlich Emotes, äh, mehr Emotes verwenden könnt im Chat. Aber diese Vorteile sind für alle drei gleich. Also ich habe diese drei Stufen nur für Leute erstellt, die mehr unterstützen wollen. Vielleicht gibt es später irgendwann noch andere Vorteile, aber aktuell bringt es nichts mehr, äh, es bringt nicht mehr, mehr zu geben, seien ihr wollt es. Das ist der Sinn dahinter, für alle, die sich wundern. Es gibt jetzt einfach drei verschiedene Herzog, aber die machen alle drei das gleiche im Grunde im Prinzip. Ach, ich wollte schon sagen, ist das Tragezeichen jetzt weg? Meine Güte. Schweigende Mehrheit. Genau, die schweigende Mehrheit. Ich gehöre auch zu den stillen Zuschauern. Ich trinke Kaffee und stricke. Das ist doch eine schöne Kombination. Obwohl du mir sogar was sagst, Jogi. Tatsächlich. Ich glaube, dich habe ich hier und da auch in den Kommentaren gesehen. Also zumindest, was Leute die Kommentare anschreiben, äh, schreibt, angeht, habe ich durchaus hier und da ein ziemlich gutes Gedächtnis. Selbst wenn es Leute, ich habe vor kurzem erst jemanden wiedererkannt, der vor acht Jahren meine Videos geschaut hat und kommentiert hat. Damals bei meinem ersten Spellforce Let's Play. Und dann mal wieder, heute wieder, nach ewig langer Zeit mich wiederentdeckt hat und kommentiert hat. Ich habe diejenigen wiedererkannt. Dachte ich mir auch so. Okay, krass. Heftig. Ich kann mich echt erinnern an denjenigen. Äh. Ja. Dann. Boost für den Algorithmus. Cool, ich stricke. Komm, wir machen jetzt den undwindianischen Strickclub auf. Weißt du was? Ich suche doch noch nach Merchandise, ne? Wer braucht schon irgendwelche Merchandise-T-Shirts? Ich lasse mir jetzt einfach Merchandise-Pullover stricken von der Community. Äh. Äh. So. Äh. Da bist du. Ey. Du. Sambo. Seid gegrüßt, Jäger. Ich komme in... Ich komme von den Weiten des Alls. Aus der Venus. Von der Venus. Bist du sicher, dass das Leben ist, das du dir wünschst? Genau auf dem... Punkt. Alles klar. Dass du dich an Anneln wenden. Natürlich. Nun. Mochtest du ihn? Was hast du... Jetzt müsste er so richtig das Gesicht verziehen. Was willst du? Er ist ein guter Jäger. Aber es war hart, wir gehen gegen mich frei zu verlieren. Warum erzählst du mir das? Warum sollte mich das interessieren? Alleine in den Wäldern zu Hause muss auf lange Sicht ganz schön anstrengend sein. Kann sein. Tut mir leid. Aber wir haben schon wieder Charisma 100 einfach nur, ne? Ansonsten können wir nicht, aber wir haben Charisma 100. Tut mir leid, aber du wirst nicht jünger. Bräuchtest du nicht eine Art Lehrling? Hm. Ich wäre dir dankbar, wenn du mich jetzt nicht töten würdest. Bitte was? Ich weiß, was du versuchst. Ich bin nicht dumm. Die Wahrheit ist, dass ich etwas Hilfe gebrauchen könnte. Ich spüre es jeden Tag mehr und mehr. Es ist harte Arbeit. Großartig. Ich werde es ihm sagen. Aber ich brauche keinen Schlappschwanz, der einfach aufgibt, wenn er versagt. Du kannst ihm noch eine Chance geben, wenn er zu dir kommt. Wenn er zu dir kommt, hat er eine Lektion gelernt. Gut, aber er muss mir etwas Besonderes bringen. Ich möchte sehen, dass er für das, was ihn erwartet, bereit ist. Er würde dir dafür danken. Ich tue das nicht für dich. Und jetzt verschwinde. Okay. Tschüss, Kamerad. Äh. Der Chat. Einen Moment. Einen Moment. Sparte der Untertitel-Zuschauer lustig, die seine Videos zum Einschlappen. Schlafen schauen. Ja, da gibt es auch einige tatsächlich, Hacksölze. Was, ich zocke, trinke extra süßen grünen Tee. Und zocke Siedler-Sieben. Das ist doch auch schön. Ah, na, 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 na. Strict für den Fürsten. Strict. Strict. Ein paar Kettenhemden stricken. Ja, natürlich, klar. Warum auch aus Eisen machen. Das kriege ich tatsächlich sehr häufig gehört, dass ich eine beruhigende Stimme habe. Kann ich schwer, natürlich. Selbsteinstufung, Selbsteinschätzung mit Stimme ist natürlich immer schwierig. Man kann sich sowieso selbst... Also sich selbst zu hören, quasi, ist sowieso schwierig. Immer so ein schwieriges Thema. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es den Leuten gefällt. Es gibt ja manche Leute, die schon gesagt haben, dass meinen Kommentarstil und meine Stimme einen hypnotischen Effekt haben. Dass die dabei entweder auch übelst abschalten oder einfach sehr schnell einschlafen. Es gibt ja wirklich manche Leute, die können sich niemals Videos von mir zu Ende gucken. Weil sie zwischendrin so müde werden, dass sie einschlafen dabei. Das finde ich ständig heftig, wenn man sich so echt überlegt. Ich meine, es ist ein Segen, dann quasi diesen Effekt zu haben. Aber es ist gleichzeitig auch ein Fluch. Wenn es manche Leute gibt, die sich nie deine Videos vollständig angucken können, weil sie vorher wegpennen. Einfach nur. Ich bin der Pummel... Ich bin Pummeluf-LP einfach. Genau so. Fehlt bloß noch der Edding, dass ich die Leute anmale, die im Stream einschlafen. Gut, im Stream? Okay, die gehen ja länger. Aber so ein Video? Eine... Das müsste ich auch mal auf die Probe stellen. So ein Ein-Minuten-Video. Ich bin schon wieder nach der Hälfte eingeschlafen. Was? Bis war ein Extreme mehr. Eine halbe Stunde mindestens noch. Vielleicht noch anderthalb. Ich geh auch zu den Einschläfern. Ja, super. Luf. Utwin-Luf. Genau das. Utwin-Luf. Genau das. Utwi-Luf. Irgendwie so. Gib nicht die Nasein, die macht Videos zu Asiatischen. Ach Gott, da... Ich weiß... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Dieses mehr oder minder... Also dieses... Ah, ist ja mehr? Weniger. Dieses Essen. Einfach gemeinsam... Es ist einfach mit jemandem... Mit einem Streamer zusammen essen oder sowas. Das ist in der asiatischen Kultur ja stärker geprägt. Und das ist bei denen auch unglaublich beliebt. Kritisch wird's bei den Streamern, die anfangen, lebendige Tiere zu essen. Das gibt's auch. Hm... Das... Da gibt's manche grenzwertige Kanäle. Das ist böse. Genau... Genau, Mukbang. Kurin. Das war's. Und wenn der Höhnerfutter wieder stuftet. Da kommt dann der... Wie er so schön genannt wird, der Rügenwalter. Also der eine, der bei der Rügenwalter-Werbung damals so in die Apotheke gegangen ist, der die Frauen ja so beeindruckt hat. Das war so dieser übelst männliche Mann, der so... Wie er so zu grimmig reinkommt, so... Hm... Die mit der Mühle. Wie viele? Alle. Genau das müsste einfach Günther sein. Der so zum Höhnerfutter kaufen geht. Genau. Faktorio. Meine Güte, das ist immer eine Frage, Karl Decker. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Wenn ich mal wieder ein Hörspiel mache... Ähm... Erinnert mich nicht. Ich weiß, ich hätte schon... Ich bin schon sehr lange mein weiteres... Ich müsste es irgendwann mal realisieren, aber... Hm... Vielleicht hat er gesagt als getan. Aktuell bin ich jetzt, gerade weil ich noch meinen Zweitkanal reaktiviert habe, da auch schon sehr beschäftigt. Ich glaube, ich finde aktuell nicht die Zeit, da noch sowas in der Richtung zu machen. Bis wann ich streame? Noch so eine Stunde, würde ich sagen. Joni, Joni. So, vor der Kanäle, warum geht sowas auf Twitch, ne? Da stellst du die richtigen Fragen. Da stellst du die richtigen Fragen. Äh... Bin ich bald mal zu Hause? Leute, gebt mir bitte meine... Meine Stadt. Wo ist meine Stadt? Da. Aha. Wirst du noch öfters kursieren? Also, aktuell spiele ich ein bisschen privat weiter, auch um mich ein bisschen einzulernen. Ob und wann es nochmal Videos dazu gibt, wird sich zeigen. Baum, 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 Baum. Keine Sorge, wir sind gleich da. Reinigen wir uns schlafen. Ähm... Wichtig ist noch... Wir wollen jetzt beim nächsten Mal ja schön mal das Feld bearbeiten. Können wir... Wir können noch nebenbei... Zweitens als Landwirt einstehen können wir noch nicht, ne? Da bräuchte man eine bessere Bahn, nehme ich mal an. Und für eine bessere Bahn... Äh... Landwirtschaft... Scheune. Arbeitsgebirge für die... Gebirge, Gebäude. Vielfalt dabei... Also, die zweite Scheune bräuchte man dafür. Da bräuchte ich... Boah, da bräuchte ich Landwirtschaft für. Nein. Nein. Nicht euer Ernst. Aber ein Hühnerstall wäre realistisch. Wir können uns ja ein paar Hühner holen. Hier holen wir uns mal ein paar... Oh Gott, mein Durst. Mein Durst. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah... Ich mach jetzt den Barbarossa Notfall... Notfallplan. Tauchgang aktivieren. Ach... Das ist einfach voll, ich kann da rein springen ins Wasser. Bauchklatsche. Puh. In einer Scheune können 10 Leute angestellt werden. Was? Ja, nice. Na dann baue ich mir eine lange Sache, also Sorge, keine Sorge. Ich baue mir eine lange Sorge, keine Sache zu... Hä? Gehirn, was tust du? Gehirn, bitte nicht komische Sachen machen. Ich baue mir eine lange Zeit, keine Sorgen zu machen. So rum. Äh, oh Gott, ich glaube nicht mehr eine Menge unreife werden. Wie unreif? Du kannst deine Leute auch jetzt auch zur Farmer. Das ist nice, 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 nice. Erstmal, erstmal noch was essen. Ich habe doch, glaube ich, da. Nom, nom. Geil. Da liegt die Frau schon. Legen wir uns dazu oder müssen wir auf der Couch schlafen, weil ich zu lange weg war. Ich leg mich mal dazu. Ha, ich war früher wach. Merkt euch eins. Erster zu rufen ist fragwürdig auf YouTube und im Internet oder sonst irgendwo mit der Freundin im Bett ist es ein No-Go. Das, da habt ihr dann was falsch verstanden, wenn ihr das feiernd ausruft. Ähm, warte mal kurz. Also, äh, ich wollte die Felder jetzt bestellen. Dafür brauche ich eine Hake. Okay, die Hake ist noch hier drin. Nee, da ist die Sende. Wo habe ich die Hake hin? Da unten, wo habe ich... Hä? Lass mal alle Kisten durchgucken. Und du hast die kaputt gegangen. Nee, ich habe die so häufig nicht verwendet. Vielleicht meine Hauptkiste? Ine, Mene, Miste, die Hake in der... Nee, habe ich nicht. Wo ist die hin? Oder habe ich die immer noch? Ich habe eine Spitzhacke. Gut, dann mache ich einfach noch eine neue. Ist ja jetzt nicht... Ist ja kein Hexenwerk. Hier drin vielleicht? Nee. Okay. Dann mache ich eine neue. Steine reicht. Zehn Stücke, vier Steine. Das ist nicht das Problem. Was sagt das Lager eigentlich? Bretter werden langsam mehr. Äh. Hä? Warum habe ich keine Stöcke? Ah, weil wir zu wenig Brennholz haben und das schon wieder verbraucht wird. Das gibt es doch nicht. Schlagen wir mal eben noch ein bisschen was. Ich muss die Brennholzproduktion erhöhen. Das reicht tatsächlich nicht, was ich jetzt habe. Frank-Stefan-Utwin ist angekommen mit Hackfleisch. Alles klar, ab von Stirling. Sechseinhalb Tausend für die Scheune. Ach nee, es muss eine Scheune... Oh. Moin zum Thema Stille, Zuschauer. Oh, jetzt, 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 jetzt kommt gleich. Jetzt kommt gleich die Klatsche. Äh. 40 Brennholz kommt zurück. Den Stock brauche ich erstmal nicht. Moment. Doch, den brauche ich schon, aber ich hole mir schon wieder welche. Ich muss mal jetzt meine, meine, Holzfäller ummanagen. Sonst habe ich ein Problem. Holzschuppen. So. Da machen wir jetzt mal Rundholz 50 Prozent und erhöhen Brennholz auf 30. Und hier auch. YouTube hat mir das hier vorhin vorgeschlagen. Ich hatte ja gerade nichts zu tun, außer Prokrastination. Hoho. Äh, meistens jetzt Freitagabend. Ramona. Eigentlich immer Freitagabend, so ab 19 bis 20 Uhr so um den Dreh in den Abend rein. Mittlerweile. Habe ich jetzt so umgestellt. Die machen das ja für mich. Uuuu. 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 Äh, Moment mal. Äh, wer ist gut in Landwirtschaft? Du hast ne 2. Kinga kann dann irgendwann auch. Die hat gerade 69. Die hat gerade den 69er Stimmung. Ich verstehe. Ich verstehe. Äh, was ist das eigentlich in der Mitte? Finske. Das dritte. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Symbol anfangen soll. Sie ist Feldarbeiter. Hier hat man noch einen weiteren Kinga. Ja komm, du wirst schon hoffentlich noch besser. Stellen wir mal Sie als Feldarbeiter ein. 2 ist jetzt nicht die Welt. Aber, ich weiß nicht. Wir hätten ansonsten nur Ivona. Aber die hat dafür richtig hohe Gewinnung. Ne, ne, komm, nimm er dich. Du wirst noch hoffentlich, ich hoffe, ich kann dich noch zuweisen, der Scheune. Ah, bis zu 4 Leute. Nice. Ja. Farmerfeldarbeiter, 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 Farmer. So, dann, mit 1 kommst du mir nicht ins Haus, aber 3 Jagd. Da können wir doch Willburger. Ne, du bist falsch. Ivo. Verdammt. Der Brezelboy braucht noch ein bisschen, bis er höher ist. Dann nehmen wir dich mit den 2. 3. Ja, Moment, das geht ja auch nicht. Das ist ja Holzfäller. Wartet nur, bis Kinga wieder da ist, ey. Was machen wir dann mit Gertruder? Gertruder. Gertruder ist richtig gut im Jagen, aber einer von meinen Jägern kann ich jetzt auch nicht großartig umstellen. Jägersammler, guter Kräfte. Die werden doch, glaube ich, eh besser. Komm, du wirst mir jetzt trotzdem Farmer und machst einfach mit. Ist mir jetzt egal. Aufs Feld! Du wirst jetzt auch Feldarbeiter. So. Äh, so. Kurz Chat. Deine Lagerhäuser sind voll. Uh. Dann muss ich mich drum kümmern. Drittes Symbol ist Diplomatieren hat noch keinen Nutzen. Ah, okay. Alles klar. Lagerhäuser sind voll. Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Echt? Die Lagerhäuser sind voll? Tatsache. Was nimmt da so viel ein? Das Leder. Alter. Er braucht so viel Leder. Obwohl, Steine sind noch viel schlimmer. Ich nehme erstmal eine Menge Leder mit. Ich muss das mal irgendwann weiterverarbeiten. Leder, Leder, Leder. Leder. Oh Gott, das ist jetzt auch voll. Leder. Damn. Im schlimmsten Fall verkaufe ich einfach Leder. Vier. Ja, vier Gold ist doch ganz okay. Dann nehme ich einfach eine riesen Packung Leder mit. Verkauf die einfach einmal. Mal. Ich meine, ansonsten und heute Steine. Die Steine nehmen so viel Platz ein. Die nehmen gut fast die Hälfte vom Platz weg. Na gut, was gibt es da für eine einfache Lösung? Ich meine, Steine verkaufen ist jetzt auch nicht wirklich sinnig. Ist nicht, was Trong holt. Ich könnte dann noch die Häuser ausbauen damit, aber ich muss erst mal was zwischenlagern. Ich brauche dann ein größeres Lagerhaus. Das kann ich aber noch nicht bauen, oder? Kann ich? Speicher. Ressourcenlager? Doch, kann ich. Ich kann Ressourcenlager 2 machen. Das größte Problem wird aber sein, Shit. Oh Mann. Ich muss irgendwie das Ressourcenacker 1 leer räumen. Puh. Das Leder kann ich in edle Schuhe verarbeiten. Kann ich das schon machen? Schuhe. Edle. Edle Stiefel. Das ist eine Menge. Edle Stiefel kann in... Aber ich glaube, das habe ich noch nicht erforscht, oder? Äh. Näherei. Ich meine, ich kann erst mal normale Schuhe auch machen, ne? Das ist dann wahrscheinlich Näherei 2. Aber das habe ich noch nicht ganz, ne? 1.000 Pfund. Obwohl, doch, habe ich schon. Könnte ich also machen. Aber ich habe nicht das Gold gerade dafür. Ah Mist, ich habe nicht gerade das Geld dafür. Ich habe gerade allgemein kein Geld. Ich bin gerade übelst pleite. fälschte die. Ja, okay. Da müsste ich bis zur Näherei 3 gehen, dass ich die guten machen kann. Jetzt wird sie mal einen Stab dazu legen. Ach, man kann drüber hinausgehen. Okay, danke, freier Zocke. Das hört sich gut an. Ich würde trotzdem mal ein größeres Lagerhaus machen. Aber wie, wie mache ich jetzt ein Upgrade für mein Lagerhaus? Ich müsste ja es ja quasi abreißen und neu platzieren. Aber ich muss ja irgendwie das Lager leer räumen. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wäre jetzt einfach noch ein weiteres 1er Lager zu platzieren. Irgendwo hinten. Alles umzuverladen. Das 2er Lagerhaus hier hin zu platzieren. Und alles wieder zurück zu schaufeln. Lang lebe die Komplexität. Kann ich den Stein irgendwie verkraften? Können wir das verkraften? Ach, ich verkrafte das einfach nicht. Nein. Nie im Leben. Steinsachen. Steinwerkzeuge. Wurfsteine. Sind Wurfsteine was wert? Steine, Nächste. Steinhacken. Ich glaube, Steinhacken war nicht ohne. Da brauchen wir Stücke und Steine. Aber vor allem viele Stücke. Und Stücke sind ein kleines Problem. Ich glaube, ich mache die Idee mit dem größeren Lager, bevor ich mir jetzt ewig lang den Kopf zerbreche. So, bedeutet, wir bauen jetzt einfach mal ein anderes Lager hier auf. Ob ich runter brauche. Oh, Pferchen. Ne, Scheuner und Pferch ist auch hat mehr Arbeit und ein größeres Lager. Da ist die Dreiversion kommt dann. Hmm. Zehn habt ihr gesagt. Zehn Holz. Gut, dann geben wir euch mal eure Zehn Holz. Warum bin ich schon wieder so schwer? Was sind jetzt denn die Bären? Zehn unreife Bären, die ich irgendwann mal verkaufen muss. Jetzt sind wir Zeitfreunden. Das sind wir themaweise hier mal als das nicht klappt. Einfach mal mit dem Torn. Vielleicht irgendwie mal irgendwann mal mit irgendwas. Ich meine, ein KI-Kommando wäre auch mal wieder eine Idee. Hat mir Koga mal angeboten. Müsste ich mal gucken. So, ne, nicht das 2. Habst du das Wahnsinns, Junge? Speicher, Ressourcenlager 1. Das klatschen wir einfach mal her. So, kapääh. Pass auf, ich darf es dann am Ende wieder nicht abreißen. Dann raste ich aus. Ne, es muss einfach gehen irgendwie. Hauptsache, ich hab es erstmal gebaut. Kommentare. Taschen, kleine. Kleine Taschen, stimmt, ist auch eine Idee. Angestoßen. Hammer. Boah, Mann. Kein Holz zu haben ist grauenvoll. Ich muss auch mal wirklich, weil ich merke, ich hab halt einfach zu viel Brennholzverbrauch. Genau, aus diesem Grund muss jetzt mal wirklich ein Großteil von meinem gesamten Holzeinkommen äh, da war's. In Brennholz gehen. Nicht geba... Welches einfach Haus ist hier nicht gebaut? Du bist fertig. Du bist fertig. Geht. Du bist fertig. Du bist fertig. Du bist fertig. Hä? Welches, welches von euch ist nicht gebaut? Erzählt mir doch nix. Jetzt ist das das, wo die Leute, aber... Nicht gebaut. Okay, okay, das brauche ich. Ja, okay, okay, okay. Keine Arbeite. Nicht gebaut. Der Richtung. Nicht gebaut. Das muss das sein, was ich frisch gebaut habe, aber... Ich hab die Stelle ausgelassen. Nein! Deswegen ging die Beliebtheit unter 50%. Ich hab mich schon gewundert. Zweige kommt her. Wandert in meine Taschen. Boah, wie schnell... Guckt euch das mal an, wie schnell das Feld hier ist. Das ist ja geil. Ich dachte, das muss ich alles selbst machen. Boah, ist das schön, für sich arbeiten zu lassen. Daran kann ich mich gewöhnen. Äh, okay, also. Bauen. Fühlt sich ja viel besser an. Okay, ich brauche Stöcks. Ganz viele Stöck. So, und ich wollte mal noch umstellen auf mehr Brennholz. Die Holzfäller müssen mal so richtig, 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 richtig viel Brennholz... Äh, ja, halt. Na, Mist. Jetzt zurück, so. Mehr Brennholz. Gehen wir mal 30 zurück und sagen wir mal, ihr macht sogar 50% Brennholz. Ist doch euer Hut. Wisst ihr was? Ihr macht sogar noch mehr. Das muss hauptsächlich verfeuert werden. Das andere ist dann alles dann frei zur Verfügung. Für Schandtaten bereit. So, und hier das Gleiche. Dann gehen wir auf 20% runter. Der gesamte Rest. Das Brennholz. Yes. Okay. Stöcke. Äh, du kannst jetzt ein Gebäude abreißen, wenn du es noch nicht gebaut hast. Das ist cool. Nein, Brennholz sind vier Einheiten für die Wohnen. Wenn die Wohnen dann Holzverbrauch von vier haben, was sollst du denn ein Brennholz pro Stunde herstellen? Da können wir mal kurz, 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 ganz kurz, durchrechnen. Wir haben 13 Bevölkerung. Und Holz, Brennholz haben wir jetzt, glaube ich, ich glaube, da haben wir genug. Ich glaube, Brennholz hat mal genug jetzt. Äh, Holzschuppen. Holzfäller. Äh, hier, äh, da. Knapp zwei. Ja. Dann sollte ich genug haben. Dann habe ich knapp vier Brennholz. Mal vier sind 16. Das sollte reichen. Auch mit den, und das ist, ist das schon mit den schlechtesten, mit der schlechtesten Isolierung einbezogen. Und im Winter ist es ja höher, ne? Aber ich glaube, das ist der Durchschnittswert, nehme ich mal an. Sollte hinhauen. Dann habe ich jetzt genug Brennholz. Aber einen dritten Holzfäller werde ich dann wirklich gebrauchen können. Oder ich, ich mache einen Upgrade für meinen bisherigen Holzfäller. Einen Upgrade für den bisherigen Holzfäller kann ich mir bald leisten. Goll. Das ist mega. Dann reiße ich einfach den alten ab. Stücke, Stücke, Stücke. Stocks. Aber habe ich einen Stein eingesammelt? Von dem habe ich ja mittlerweile, glaube ich, ein paar. Habe ich gehört. Gerüchte gingen um. Ich wünschte, man könnte sich irgendwie noch so einen Handelskahn aufladen. Ich wünschte, ich könnte wirklich so einen richtig dicken Kahn beladen mit Wahn in die Stadt fahren und dann einfach alle Pleite machen dort. Alle übers Ohr hauen. So, hallo Hütte. Wieso baust du jetzt wieso baust du jetzt ein freier Lager hin? Und schieb die Ressourcen Lager hin und schieb die Ressourcen zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wie ich jetzt gerade das Lager leer bekomme, ohne dass ich jetzt woanders ein Lager platzieren kann. Ich möchte die Position gerne behalten. Obwohl. Hier würden auch zwei Häuser nach hinten passen, ne? Oder noch ein anderes Gebäude. Spreche so viel dagegen, zu sagen, wir machen hier zwei Häuser hin und machen hier hinten unser Lager? Ja gut, ich hätte, aber ich meine Lager und Kornspeicher am selben Platz zu haben, ist eigentlich keine... Okay, was spricht dagegen, dass wir jetzt das Lager machen und später kommt da zwei Kornspeicher dahin? Hm. Ich glaube, die Idee gefällt mir. Klopf! Nein. Nein, nicht schon wieder. Kommt bitte, das ist nicht euer... Wie war es nochmal, dass das Abreißen jetzt funktioniert? Das ist ja nicht so, dass die Truhe jetzt voll ist, ne? Ja, okay, vielleicht liegt es daran, dass die Truhe voll ist. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich muss irgendwas oben platzieren wieder. Äh, Steine? Und die Stöcke, die wir haben. Rüber. Äh, 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 äh. Schnellfrau, es ist ein Notfall. Es ist mir egal, das Kind kommt oder nicht, wir müssen hier das Lagerhaus umräumen. So, jetzt schnell weg, 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 bevor es nach produziert wird. Ne, funktioniert nicht. Mann, ey, Lagerhäuser abreißen ist so krampf in dem Spiel. Es ist, es ist wirklich, ne, gut, es sind acht, ja, es sind acht Rundhölzer und acht Rundhölzer haben 16, ja, ne, es ist immer noch zu schwer. So, weg damit. Rüber. Jetzt schnell abreißen. Hä, hä, hä. Ah, Freiheit. Ne. Ach, Mann. So eine Scheißen-Dreck. Ihr da, ich muss mal eure Kiste ausleihen. Ich probiere es noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann baue ich es, dann mache ich den ursprünglichen Plan und schippere das einfach rüber. Okay, ich schippe es rüber. Das Zweitlager ist sogar größer. Ja gut, aber es ist noch ein bisschen Platz. Ich meine, schauen wir mal, wie groß ist das Zweitlager? Ach, ich darf es nicht auswählen, ohne die nötigen Stämme im Moment zu haben. Zweitlager ist größer. Wie groß ist es denn? Super, dann habe ich mir jetzt... Oh Mann, habe ich mir... Was hat das Spiel für Probleme mit dem Abreißen? Das ist so nervig, ey. Jetzt, wenn das Lager hier wirklich nicht hinpasst, dann hätte ich es vielleicht wirklich gerne da hinten hin platziert, aber jetzt habe ich da dieses Grundgerüst im Weg. Ah. Ähm. Ja. Machen wir mal. Versaßenlager zu... Oh la 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 la. Also, okay, es passt hin. Grundsätzlich. Nur wird dann links, rechts kein großer Platz mehr übrig bleiben. Hm. Ja, da hinten wäre es perfekt. Jetzt ist das... Puh. Hier funktioniert auch gar nichts gerade. Verdammt nochmal. Okay, dann baue ich das Lager fertig. Reiß es danach wieder ab. Das hat ja damals auch noch so funktioniert, ne? Vielleicht funktioniert es ja, wenn ich... Jetzt habe ich schon wieder keine Stücke mehr. Das Spiel macht mich fertig. Gebt mir alle Stücke, die ihr habt. Wie mehr nicht? Ich habe doch eben noch viel mehr... Ne, Moment, ich habe die woanders reingetan. Ich habe die da hinten rein. Es ist 0 Uhr. Ne, aber... Wo sind meine Stücke hin? Ich hatte doch irgendwie 50 Stücke oder so. Hat die irgendjemand weggenascht? Ne, Moment, habe ich die meine... Normale Truhe, oder? Frau, du hast nichts mit den Stöcken angestellt, oder? Gut. Klopf, klopf, klopf. Jetzt mal der Test. Wenn ich jetzt abreise. Na, natürlich nicht. Man darf ja nicht einmal im Leben was Schönes haben. Äh, da haben wir es eben. Dann bauen wir es komplett auf und reiten es danach ab. Danach soll es funktionieren. Das hat ja damals auch schon geholfen. Hölles Lager, ey. Was für eine Ressourcenverschwendung. Dieser Lagerplatzpack ist wirklich eklig. Ich lege erst mal die unreifen Bären rein. Ich brauche... Frageplatz. Stroh haben wir auch eine ganze Menge. Stonks. Kein Stock, kein Stock. Sonst drauf gehauen. Nice. Und knack, wird dir die Hand gebrochen beim Hämmern. Äh, gut. Falsche Tür. Wenn du dich in der Tür hörst. Äh, Kraftding als einer Bauhammer. Ja, mit einem Haus geht es wahrscheinlich, SH. Das ist... Dieses Problem ist bis jetzt immer nur mit dem Lager aufgetreten, wenn ich es umplatzieren wollte. Oder war es... War es letztes Mal... Ne, Moment. War es das Lager nicht. Aber ich glaube, mit dem Lager gibt es wahrscheinlich noch Probleme. Könnte ich mir vorstellen. Oh, danke für den extra Stock. Stocks. Stonks. Neun Holz. Dann holen wir mal den dicken Hammer raus und zeigen dem Haus mal, wer ja am besten nageln kann. Dankeschön. Kein Applaus. Oh, Baumst... Ist doch... Schöne Überleitung. Danke für die 1,50. Ähm... Schön. Gefällt. 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 So, überall den Shit durch. Nur damit ich es wieder abreißen darf, ja? Passt auf, dann darf ich das nicht abreißen. Das Lagerhaus steht hier auf ewig. Das verfluchte Lagerhaus von Udwinville. Greif. So, so. Das obligatorische Frauenkreischen jetzt hier einblenden, bitte. Stroh nehmen wir mal mit. Der Stein kann zurück. Die Rundholzer braucht keine Sau mehr. Einen Applaus hast du. Ha, dankeschön. Stock. Dieser blöde Innenbereich. Wer hat denn Design? Das war ich. Verdammt. Höh. Das Lagerheben als Dorfdepp ist nicht leicht. Ich bin ja wirklich der Dorfdepp. Anders kann man es nicht bezeichnen, die Rolle, die ich gerade einnehme. Gibt mir mehr Zweige. Ein Zweig. Schweig, du Zweig. Aus Leder kleine Taschen machen, dann habe ich Geld wie Heu. Das hört sich gut an. Aber das größte Problem ist, ich habe auch kein Heu. Heißt, dann habe ich auch kein Geld. Nein. Ne, also es ist eine gute Idee auf jeden Fall, aber das Leder ist noch nicht mal das. Ja gut, ich habe trotzdem viel Leder, ne? Ich kann da wirklich mal was draus machen. Und irgendwann gehe ich dann ins Schuhgeschäft über. Ich werde dann irgendwann einfach zu Airbandi und werde Schuhverkäufer hier in der Stadt. Wenn die es die viel bringen sollen, ist das echt eine Idee. Stock, 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 stock. Ich glaube, jetzt habe ich genug Stücke. Ich hoffe es zumindest. Es fehlt bloß noch, dass ich jetzt irgendwie noch Football-Mannschaft beitrete und dann drei Touchdowns in einem Spiel schaffe. Wann es drei? Wann es vier? Verdammt nochmal, das ist viel zu lange her, das ist meine Kindheit gewesen. Das ist ewig her. Äh, ja. Wollen wir mal fertig. Ich glaube, vier Touchdowns in einem Spiel waren es. Äh. Jetzt hat Karate schon wieder Dislike getrollt. Das ist doch bloß eine Rache für die verpassten Kisten damals. Schlupf. Klopft, 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 klopft. Bisschen können wir noch. Sind noch genug Zuschauer da? Sind noch genug? Pass auf, sind es ja gleich wieder da. Hä, 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 hä. So. Verdammt, die Stücke reichen nicht. Wie viele Stücke kann ein normaler Mensch denn überhaupt brauchen? Oh, jetzt habe ich auch noch ein Stroh zu wenig. Was ist denn los, ey? Ich möchte dieses Lagerhaus fertig aufgebaut und wieder abgerissen haben, bevor die Sonne unten ist. Kann die wirklich aktiv beim Zusehen Zusehen gehen. Beim Zugehen Zugehen Äh. Ähm. Zu. Am Am Untergehen Zusehen. Der Hauptsicht, ich bin jetzt auf diese Wortkombination gekommen, der Sonne beim Untergehen Zusehen. Mein Gönner würde sich jetzt so oft vermixen zu anderen Worten. Das ist schlimm. Zweige. Noch mehr Zweige. Noch mehr. Oh, ja, genau. Ihr wisst, was ich will gerade. Nice. Ne, Steine. Pff, ihr könnt wegbleiben. Zed Stone Noises. Oh. Vier Touchstone. Ah, die ist doch noch richtig im Kopf. Nice. Wunderschönen guten Abend, Hansi Knüpple. Bleib so wie du bist und unterhalte uns weiter mit deinen abgefahrenen Witzen. Oh, danke schön. Weiß nicht, wer Albandi ist. Das ist so. Gut, man muss es nicht kennen. Also, für meine Generation war es eigentlich Kindheitsprogramm, also beziehungsweise war das so ein sehr bekanntes Fernsehprogramm. Eine schrecklich nette Familie. Wie ist die Sendung? So eine amerikanische Serie. Da fehlt immer noch was. Nein. 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 Nicht ein Stock. Nicht ein Stock. Oh, danke, Stock. Du hast mich gerettet. Weg. Weg. Also, du bist fertig gebaut und jetzt weg. Hauptsache, ich habe dein Holzschuppens freigeschaltet, weil ich jetzt das Ding komme. Du gehst jetzt wieder weg. Tschüss. Hau ab. Niemand mag dich. Ja. Ah. Ah. Ja. Ah. Berserker-Modus. Du hast niemals, Freunde. Niemals. Ja. Runter mit dir. Nieder mit dir. Blödes Lager, ey. Das ist mir so auf den Sack. Den ganzen Tag habe ich gebraucht dafür. Oh, das ist ja cool. Gebt euch das mal. Unsere Schenke sind tatsächlich die Leute. Zumindest am Rumsitzen. Ich meine, die müssen sich jetzt nicht besaufen oder so, aber die sitzen hier schon mal rum. Aber ja, wie gesagt, so, ja, es gab viele, viele Sachen, die man als Kindheitsprogramm bezeichnen könnte, aber schrecklich in der Familie war schon ganz cool. Hallo. Oh, ein Kessel. Nice. Oh, hier sitzen echt die Leute. Wenn es dann später noch wirklich so Trinkanimationen gibt, wenn es dann wirklich so eine Atmosphäre aufbaut, wie Kingdom Come, wäre das mega. So, aufgebaut und abgerissen haben wir. Wo mich das Lager wieder abgerissen hat. Das ist eine lange Geschichte. Es war mal an einem lauen Sommerabend. Nee, ich wollte das... Kurzfassung, ich habe es einfach falsch platziert. Das war das neue... Ich würde das neue Lager platzieren. Das ist ganz Kurzfassung. Ich wollte ein neues Lager platzieren. Planung fehlgelaufen, einmal falsch platziert und ich konnte es nicht abreißen, bis es fertig gebaut war. Das ist immer noch so ein Bug im Spiel, leider. Und das war schlimm. Dann habe ich etwa zwei Stunden geweint. Noch eine Stunde mich betrunken. Und dann haben wir mit dem Stream weitergemacht. Äh, nee, halt. Wir sind fertig. Passt. Aber ich hätte gerne noch einen weiteren Hammer. Dafür brauche ich noch Rundhölzer. Ich glaube, zehn... Ja, ich brauche noch Stöcke. Einen weiteren Bauhammer werden wir brauchen. Ich werde morgen gleich das neue Lager platzieren. Dann haben wir Ruhe. Haben wir. Gebt mir mehr Stöcke. So. Welchen Platz? Ach, Yu-Gi-Oh! Tatsächlich nicht sehr viel. Yu-Gi-Oh! Ging an mir vorbei. Meine frühe Kindheit war Pokémon und meine spätere Kindheit war Dragon Ball. Also... Und auf weitere Animes, abseits davon, bin ich wirklich erst dann ab 17 plus oder so draufgestoßen. 16, 17 plus. Äh... Yu-Gi-Oh! Tatsächlich nicht. Ich habe immer wieder von gehört, aber es ging an mir vorbei. Ja gut, okay. Also zumindest Anime. Es gab da noch viele Cartoons, die ich geschaut habe, aber zumindest im Bereich Anime. Äh... Schlafen. Digimon am Rande angeguckt. Hier und da. Aber hauptsächlich habe ich Pokémon geschickt. Ich weiß nicht, wieso. Ich war einfach so im Pokémon-Fieber, dass ich Digimon immer in meiner Kindheit zumindest als eine billige Kopie angesehen habe, ohne zu wissen, was es überhaupt ist, groß. Aber, ja, Digimon hat durchaus schon seinen Existenzgrund. Ich habe es bloß nie großartig geschaut. Ähm, jetzt bauen wir mal das Lager. Moment, ich brauche es mal. Habe ich den Hammer? Den habe ich schon gebaut, okay. Dann brauche ich 10. Fragt nicht 10 was, ich brauche nur 10. Gebt mir bitte 10. Sa. Näm, näm, näm. So, Gebäude, Speicher, Ressourcenlager 2. Schaut euch dieses mächtige Prachtteil an. Und das Ressourcenlager ist eigentlich auch relativ groß. So, wo platzieren wir das am besten so, dass wir sowohl das Ressourcen... Ich würde sagen, thematisch wird es besser ein bisschen nach links passen, dass wir auch rechts den erweiterten Konzspeicher hinbekommen dann. Das heißt, das erweiterte Ressourcenlager wird etwa so sein. So ein bisschen leicht links versetzt. Obwohl, müssen wir es wirklich versetzt machen? Oder können wir es nicht einfach so bauen, dass es so hier langsam zugeht? Ich meine, es muss jetzt nicht perfekt so anliegen. Es muss einfach so rübergehen ein bisschen. Oh, ich wünschte, ich könnte hier weiter rauszoomen, um das ein bisschen genauer zu sehen. Aber irgendwie so könnte es doch eigentlich auch innenhauen, ne? So. Das ist okay, ne? Es ist einfach ein bisschen rübergegangen. Es hat jetzt einfach hier ein bisschen zugemacht. Okay, es ist jetzt nicht so eingeknickt, wie ich es geplant hatte, aber es passt. Und dann können wir hier in die Richtung noch den Konzspeicher hinbauen. Dann haben wir immer noch alles, was wir brauchen. Es ist immer noch so beim Weg, dass wir das noch platziert bekommen, die ganzen Sachen. Ja, das sieht doch noch was aus, tatsächlich. Ja, das kann man so lassen. Ich versuche mich gerade zu überzeugen, es nicht wieder abzureißen. Könnten wir eigentlich? Komm, das würde mich jetzt trotzdem interessieren. Ob der Bug jetzt existiert die ganze Zeit? Nee, geht tatsächlich nicht. Das ist total kaputt. Egal. Ich will es ja eh aufbauen. Das war jetzt nur zu Testzwecken. Kann man fürs Lagerhaus Stein benutzen? Nee, das geht nur für normale Häuser, dass man das aufwertet. Also zumindest die Materialaufwertungen sind eh durch die... Durch die höheren Stufen. Bitte noch weiter Stribble, oh ich bitte. Also bis 1 mache ich vielleicht noch, ob ich noch bis 2 mache. Hm. 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 Ähm, ran mal ein Halb, Monster Ranger, Detective Conan habe ich hier und da ein bisschen geschaut. Ran mal ein Halb und Monster Ranger ging ebenfalls an mir vorbei. Was habe ich sonst noch geschaut gehabt? Ich bin gerade am überlegen. Was ich in meinen Kindern tatsächlich geschaut habe, war Shaman King. Das fand ich auch ganz cool. Ansonsten... Vielleicht noch einige andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Einfach spontan. Stimmt, wenn ich mich recht erinnere, kommt zu Shaman King doch jetzt demnächst noch mal eine neue. Hier ist eine neue Serie, die jetzt wirklich das originale Manga-Ende verwenden will, weil ich glaube, dass die Serie damals hatte ein selbst erstelltes Ende. Ähnlich wie es mit Fullmetal Alchemist war, wo sie dann später Bobo Hood nachgereicht haben, was dann wirklich sich ans Manga-Ende hält. Ich glaube, da war was. Aber, äh, ja. Knuspe. Jetzt geht's ans Haus bauen. Ärmel hochkrempeln. Und ab geht er. Jetzt wird das Rundholz rausgeholt. Und dann wird gebaut. Gut, Platz für zwei Leute. Aktuell bringt's ja nicht viel, die Leute einzustellen, ne? Aber es hat mehr Platz. Ja, ich weiß, es ist mit dem Platz nicht so wichtig, dass man's hier hat, aber ich find's trotzdem schön, wenn's passiert. Das ist jetzt nicht immer so, dass es diese Anzeige ist, dass der Platz nicht reicht und so. Ich brauch viel mehr. Ich brauch so viel Holz. Das kannst du gar nicht in Worte fassen. Haha, ich hab' mal Satzhammer. Das zieh ich so aus dem Ärmel raus, ne? Das ist fast alles Rundholz. Oh mein Gott. Okay, die Bretter können wir noch verbauen. Aber so spontan krieg ich das nicht richtig gebaut jetzt. Dann brauch ich was anderes, dann verkaufe ich noch ein paar Sachen. Hallo Frau. Tschüss Frau. Nehmen wir mal die Bretter mit. Genug so viel, wie ich tragen kann. Ich glaub, die werden wir alle brauchen. Ja genau, das ist das, was ich meine in der Jesebar. Also, Chairman King sollte ein neuer Anime kommen. Bis das neue Lagerhaus fertig ist, na gut, das dauert gar nicht mal so lange. Tatsächlich. Ich brauch halt bloß noch die ganzen Rundhölzer. Das ist jetzt, ich hab' die Frage, ob ich selbst Holz fällen will. Nicht unbedingt. Ich warte einfach, bis die Holzfäller's rangebracht haben. Äh, äh, nein, nicht rumhämmen. Tu es nicht. Oh, Baumständer, danke für die 2 Euro. Baumständer, die moderne Rentenversorgung. Die Baumständer Rentenversicherung. Jetzt auch in ihrer Apotheke. Moment mal was. Da gibt alles keinen Sinn. Ich nehm' alle Britter mit, die ich hab'. Das Leder und daraus kleine Taschen. Ja, ja, mach' ich, mach' ich, mach' ich, mach' ich. Keine Sorge. Immer mit der Ruhe. Die Taschen laufen uns schon nicht weg. Es sei denn, es sind Krokodile, die noch leben. Dann laufen uns die Taschen weg, aber das zählt ja nicht. Das ist ja noch das Rohmaterial. Das Leder ist ja schon abgezogen und fertig da. Warum komm' ich jetzt eigentlich auf Krokodile? Ich mein', klar gibt's Krokodile-Leder, aber... Ich mein', ich mein' bis zum Quid ist meistens das größte Klischee immer von wegen krokodil-Leder und so. Äh... Die restlichen Bretter kommen zurück. Dann verbauen wir noch die Rundhölzer, die da sind. Das sind nicht mehr viele. Dann bauen wir eine ganze Menge Taschen. Wir bräuchten eigentlich eine Taschenkrafterin. Also eine Frau, die uns die ganze Taschenkraft hat, die ich dann Natascha nenne. Das wäre nice. Wie wir alle wissen, man fängt immer mit dem Dach an. Die goldene Regel. Jawohl, MR, auch wenn ich nicht mehr so lange mache. Taschen. Taschen. Das ist mein Kleidung. Das sind die Spinnenräder. Das ist die Flechtwand. Ich glaube, ich habe die Taschen nicht in der Näherei gemacht, sondern hier bei der Werkbank. Oder doch in der Näherei. Verdammt nochmal. Warum finde ich dich nicht? Schneiderei. Ah. 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 Wie viel... Wie viel... Wiegt so eine Tasche eigentlich? Die wiegt fast gar nichts. Ja, nice. Wenn die fast nichts wiegt, dann kann ich da richtig viel von machen. Hm. Jetzt wird geschneidert. Was? 30 Taschen auf Bestellung. Oh Gott, es könnte ein bisschen dauern. Okay, Chad, wir haben Zeit zum Reden. Wie ist das denn jetzt mit der Challenge von Hand of Blood gelaufen? Du meinst die Challenge mit den... Mit den... Wo er gesagt hat, man soll einreichen, wenn man drei... Also beim Discord posten, wenn man drei gemacht hat. Ich habe es einfach gepostet und gut ist... Ob noch was kommt, ich weiß es nicht. Ich sage es dir, irgendwann haue ich eine Megaspende raus in drei bis vier Jahren. Da machst du ja so einen auf... auf Mr. Beast, ne? Äh, Shoggy. Nein, und Stronghold nennt sich das. Wir haben nicht genügend... Ja, okay, ja, das... Ja, ich erkenne das Problem wieder. Ich erkenne das Problem wieder. Apropos für alle, die jetzt gerade nebenbei nähen oder stricken, ich solidarisiere mich gerade in Streamform, indem ich ja auch Taschennähe gerade. Während ich im Relife jetzt ganz angestrengt an meinem Getränk nippe. Lass dir mal einer sagen, ich kann nicht multitasken. Hm. No. Für Animationen nähe ich aber ein Hemd. Das ist... Das sind Details, Cara. Details. Das Wichtige ist, dass ich eine einfache Tasche nähe. Das Hemd ist eine Illusion. Weißt du... Ihr darfst nicht vergessen, ich habe einen Charakter mit Karma 100. Ich gehe in die Stadt und verkaufe 30 Lumpenhemden und die denken einfach, das sind Taschen. Das wäre einfach so eine richtige Comedy-Story irgendwie von so einem Typen, der Charisma 100 hat und Bargaining, also so Verhandlungsgeschick und Charisma 100, aber sonst überhaupt nichts kann. Null Intelligenz, nur irgendwas, einfach alles kriegt und alles schafft, obwohl einfach überhaupt alles versaut und überhaupt nichts hinbekommt. Das wäre so richtig schön. So. Mehr Leder, bitte. Ich würde sagen, wir nehmen wie viel... Ja, noch etwas... Ja, noch etwas... Ein bisschen was können wir drin lassen. Noch ein paar Taschen. Das wird der Ärmel genäht, der schon dran ist. Ja gut, ihr dürft ja nicht vergessen, vielleicht näht er den Ärmel ja... Obwohl, der ist ja schon komplett dran genäht, ne? Hm. Immer wieder schön. Tschüss, Tierso. Stich. Und Stich. Und Stich. Das ist übrigens eine verdammt fette Nadel, sehe ich gerade. Wenn du damit durchnäht, machst du so die übelsten Löcher rein. So, das Hemd ist genäht und das ist einfach so... Fingergroße Löcher plötzlich drin im Hemd überall. Oh, danke schön. So groß wie das Ursprungsloch, das du eigentlich genäht hast. Du bist jetzt 20 Mal da oder so. Oh, danke. Was meine Meinung zur Definitive Edition von Age of Universe 3 ist? Ähm... Habe ich noch gar nicht gespielt. Obwohl ich es da habe eigentlich jetzt mittlerweile. Solltest du mich anstellen. Ich kann definitiv schneller zusammennähen. Dann würde ich mal sagen... Da schlafen mir meine... Deine Strickstücke... Da schlafen mir meine Strickstücke ein. Hm. Würde ich mal sagen. Bist du eingestellt? Nur leider... Glaube ich nicht, dass ich die hier hinstellen kann. Äh... Gut. Okay, spätestens jetzt mit dieser ganzen Lederverarbeitung könnte es sich vielleicht wirklich lohnen, NPC hinzustellen, der die ganze Zeit für mich näht. Und vor allem jemanden hinzustellen, der nähen kann. Im Gegensatz zu mir. Meine Lieblings-K.I. in Strung heute? Gute Frage. Ich mag viele, aber... Wenn ich mich unbedingt entscheiden müsste, würde ich vielleicht sogar fast sagen, Friedrich. Schon fast. Das nehme ich noch zum Verkauf. Oh Gott, haben wir noch viel Leder übrig? Was zur Hölle? Oh Gott, die Feder und dieses Gewicht. Das da drückt, das ganze Lager. Äh... Haben wir eigentlich schon mittlerweile... Nee, noch Stempf. Warum kriege ich kein Holz mehr rein? Seid ihr das Wahnsinns? Ich muss mal Steine loswerden irgendwie. Ich nehme jetzt einfach ein paar mit. Mir gab es, was bringt oder nicht? Ich muss Gewicht loswerden. Ich muss Gewicht verlieren. Jetzt haben wir schon bald wieder Sommer. Was näht er denn im Hemd rum? Wenn er Taschen her ständen will. Psst. Mein Protagonist ist ein ganz toller Mensch. Müsst wissen, der Charakter zählt. Es ist nicht wichtig, was man kann. Wurfsteine sind teuer. Echt? Also wenn ich jetzt einfach Wurfsteine mache und die dann verkaufe, ist das... Okay, dann weiß ich schon mal, was ich mache. Dann bräuchte ich schon was. Also bei der Masse an Steine, die ich gerade reinkomme, bekommen, kann ich jetzt entweder alle Häuser aufwerten. Einfach im Dorf. Oder... Ich lasse es einfach. Oder ich mache einfach Wurfsteine in Massen und verkaufe die dann. Das ist nicht wichtig, was man kann, solange der Geldbeutel gut gefüllt ist. Genau das. Genau das. Wozu nähen können, wenn du jemanden einstellen kannst, der näht? Das ist eigentlich so ein bisschen auch das Prinzip von dem Spiel hier, ne? Wenn du es so willst. Nur der Sohn vom Scheich ist reich. Stimmt, seitdem das Bein weiß man doch eigentlich, dass Wurfsteine teilt. Das ist ein Argument. Das ist wirklich ein Argument. Irgendjemand von euch, den ich vom tollen Wetter erzählen kann, vom wunderschönen... Ach, du bist eh schon auf 72, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Irgendjemand von euch da noch gut in der Landwirtschaft ist. Das, da brauche ich noch Leute. Äh, Landwirtschaft 2. 2. Und du bist für mich gar nicht vonnöten. Na gut, okay, dann nehme ich euch... 2 ist ja schon mal besser als 1. Ja, das ist die Weisheit des Tages. Nehmt sie mit und verbreitet sie in der Welt. Schönes Wetter. Yay! Das Wetter geht mittlerweile immer. Immer, sage ich euch. Äh, Feldarbeit? Okay, Marke. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Ist in letzter Zeit der Gang? Achso. Hm, okay. Abgesehen vom Wasser sieht das Spiel sehr schön aus. Und ich habe sogar die Einstellungen runtergedreht. Dass alles gut läuft. Das könnte doch viel schöner aussehen. Ach, stimmt. Ich glaube es ja auch noch. Äh. Äh. Wir reden nicht miteinander. Moment. Äh. Ganz kurz noch verschnaufen. So. Du hast... 1 Landwirtschaft. Aber du könntest mir später Eisen abbauen. Star mir. Oh, da hast du sowieso schon 88 Zustimmung. Meine Güte. Habe ich hier rumgeflottet wieder in der Stadt. So. Zeig mir... Nein, 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 nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Vergeiß es. Zeig mir deine Ware. Ich möchte was andrehen. Keine Freundschaften schließen. Da fühlt sich das Abzocken doch weniger moralisch an. Die ganzen Bären können weg. Die Steine... Ja komm, ich habe eh genug. Ich bin aus Hause einfach mal weg, dass ich Platz habe. Ähm. Taschen. Ja. 500 Gold. Oder Geld. Oder Münzen. Oder was auch immer. Komm, ich mache mal die eine Tasche weg und mache hier 47 weg. Dann ist die eine wieder ganz gut dabei. Zack. Jawoll. Auf Wiedersehen. Danke für eure Knete. Tschüss. Eisen abbauen ist aber ein Frauenjob. Hm. Ja. Ich meine... Das ist halt schon ein Argument, ne? Das ist ein Argument. Kann ich jetzt auch schwer was gegen sagen? Hm. Äh. Technologie. Was kann man sonst so machen? Es hieß doch, dass Schuhe sehr, sehr wertvoll sind. Nicht wahr? Das heißt... Da kann ich mich ja auch mal den Tectry hochnähen. Ich werde der größte Näher der Welt. Da war es ja die Näherei. Äh... Moment mal. Wenn ich die Tasche noch gar nicht freigeschalten habe, was nähe ich da eigentlich die ganze Zeit? Ich kann es ja hoffentlich sehen, was ich dann brauche, ne? Ich... Ich sehe es. Ich werde es sehen. Okay. Gute Nacht, Lord Feuerzeug. Mir kannst du von mir erzählen. Alles klar. Ich gehe mal wieder. Tschüss. Auf nimmerwiedersehen, ihr Trottel. Ah, ha, ha, ha. Mit den ganzen Geldsäcken so rausrennen, nachdem ich alle über den Tisch gezogen habe. Stimmt, ich bräuchte eigentlich jemanden, der Richard heißt und in der Eisenmine arbeitet. Wenigstens muss ich mir da um die Nahrungsversorgung keine Gedanken machen. Hat bloß den Nachteil, dass nur die Hälfte von der Eisenlieferung ankommt. Verdammt. Oh, Nose. Du nähst nur die Standardsachen. Jawohl, ich nähe nur die Standardsachen. Was können wir eigentlich tun? Wieso habe ich so das Gefühl, dass du... Ne, Moment. Ich glaube, der lagert das... Ah. Ich glaube, der lagert das hier rein, weil mein Lager voll ist. Ich glaube, wir sollten uns mit unserem Lager beeilen. Komm, wir hacken hier mal. Oida. Die Axt braucht nur noch drei Schläge. Nicht nur, dass die Haltbarkeit höher ist, die ist auch schneller im Verarbeiten. Ja, geil. Das einzige große Problem, was jetzt noch existiert. Ich habe immer noch zu wenig Ladekapazität. Ich meine, okay, dass ich so wenig Baumstämme tragen kann, verstehe ich schon irgendwo von der Logik her. Aber ich wünschte, es gäbe zumindest wie bei Vervorist oder so solche Schiebedinger oder... Entschuldigung. Irgendwas, einfach irgendwelche Kannen oder sowas. Irgendwas zum Transportieren. Das wäre schön. So, die nehme ich mal mit. Die werden dann gleich verbaut. ASMR. Ah, wartet mal ganz kurz. Ein bisschen hat der Tag noch. Ich spreche nochmal mit Alvin schnell. Okay. Okay. Oh nein, ich bin überla... Wegen dem einen Stock, den ich jetzt in die Hand genommen habe, das ist nicht euer verdammter Ernst. Ich werde eh einen neuen Bauhammer brauchen. Die müssten eigentlich wieder nachwachsen können. Kingdiss, die Burne. Ja, boy. Reitschwein passend zum Streitkolben. Einen anderen Fleischkörl in der Hand. Ach Mist, die Hühnerfarm. Die Hühnerfarm. Hallo Alvin. Hallo. In Ordnung. Das reicht jetzt. Macht euch bereit. Zu die Waffe ziehen, ne? Wozu? Sambo braucht dich. Er ist schon alt und sucht nach jemanden, der in Zukunft seinen Platz einnehmen kann. Hat er dir das gesagt? Nun, vielleicht hatte ich nicht genau diese Worte verwendet, aber ich habe sie sinngemäß wiedergegeben. Was erwartet er von mir? Dass ich alles hinschmeiße und ein einsamer Jäger wie er werde? Das Beste in diesem Landen. Ja. Willst du das nicht? Sicher. Ich wünschte, ich könnte es. Ich habe es geliebt, aber es ist nicht so einfach. Sicher ist es, dass du ein erwachsener Mann bist. Es ist in der Zeit, dass du anfängst so zu leben, wie du willst. Willst du damit sagen, wenn ich einfach zur Sambo gehe, macht er mich zu einem Gesellen? Nun, vielleicht nicht einfach mit leeren Händen. Du könntest einen Vincent oder so jagen. Wo finde ich einen Vincent? Davon sieht man... Du hast einen Bären gekillt, aber noch keinen Vincent gesehen. Bist du wahnsinnig? Aber keine Angst, mein Freund. Ich weiß genau, wo du sie finden kannst. Vielen Dank, aber es ändert mich zu einer Tatsache, dass ich nicht einmal mehr einen Bogen habe. Gut, dagegen kann ich etwas unternehmen. Ich bringe dir einen wirklich tollen Bogen mit, aber versprich mir etwas. Was? Dass du aufhörst an dir selbst zu zweifeln. Deal. Ich bin bald zurück. Da will ich einen Rekordbogen haben? Alter, was soll eigentlich der Scheiß? Der hat mir letztens einen Langbogen gegeben und jetzt möchte er im Gegenzug einen Rekordbogen haben. Ich dachte, ich bin derjenige, der hier abzockt in der Hurt. Verdammt nochmal. Ein ganzer Plan. Ein wunderschöner teuflischer Plan. Also, ich bin derjenige, der hier abzockt in der Hurt. Oder einfach Günni. Hallo, Kenkitz. Und gute Nacht, ähm, SH. ausgesprochen keine sorge wir sind bald da alles gut niemand wird verletzt ja dann kann ich längst noch nicht herstellen im letzten bogen er bald will er in der balliste oh wildschwein danke schön schon vorbei moin ilona ja aber ja die richtige idee von wegen guten morgen ja schon 0.40 ne also sehr viel länger als bis 1 mache ich nicht also ich mache jetzt noch das lagerhaus fertig kann sein dass vielleicht deswegen keine neuen Baumstimme gelagert werden weil es das lager voll ist und die werden jetzt alle hier gelagert wie viele Bären sind hier und wie viel verdorbenes Zeug und wie viel Dünger herstellen wir können massiv viel Dünger herstellen aber 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 oh mein gott unser lager braucht dringend wieder platz hier geht es gerade drunter und drüber Leute Notfall mein Inventar ist schwanger und es muss sofort entbunden werden da boah als würde dein Leben davon abhängen nein das Rundholz ist schon wieder leer wie viele Rundholz wie viele Rundholz ich brauche für dieses Lager das ist ja ein Verbrechen genau so fühle ich mich gerade Rundholz warum gibt es hier gerade drüber ah verdammt nochmal aber hier ist doch Platz äh ja verdorben Zustand 100% ja was ist eigentlich wenn verdorbenes Zeug nochmal verdorben ich habe die Holzproduktion umgestellt aber das müsste doch trotzdem ins Lager gebracht werden automatisch brennholzbrett ah ja ich habe die Holzproduktion umgestellt aber es müsste doch trotzdem Rundholz dabei rauskommen klar habe ich jetzt nicht so viele aber es werden immer noch welche hergestellt da ist ja gar nichts dazu gekommen mein Ding gibt euch das mal gibt es euch äh 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 da Holz schnupfen und der macht mir immer noch 20% Rundholz eigentlich wir bretzen keine ah stimmt ja na klar oh das Rundholz wird automatisch zu Brettern weiterverarbeitet die gesamte Zeit ach nö dann lass mal die Bretter wenn ich Bretter brauche dann mache ich sie selber oder ich mache es später nochmal ich sage dass die Bretter machen sollen haut rein bitte macht mir Holz klar natürlich die haben es einfach direkt zu Brettern weiterverarbeitet da ich da nicht dran gedacht habe okay passt boah also die Felder da hinten das ist schon sexy mhm 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 Und was trinken könnte ich ja auch. Ne, Moment. Verdammt, stimmt, zu Jahreszeitenwechsel ist eh alles vollgefüllt. Das vergesse ich jedes Mal. Äh, da. Wenn ich dann... ...noch mehr Holz haben will. Ich meine, was wäre die Alternative? Der Hühnerstall, was braucht der? Schon wieder Rundholz. Toll. Ich geh' pennen, tschüss. Wird in meinen Ruf als Bretman gerecht. Das hör' ich gern. Und wie geht es dem kleinen Günther? Ist mir egal, wie er heißt. Da ist jetzt Günther. Das hab' ich beschlossen. Dankeschön, Mark. Gott, ist das ein Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Wunderschön. Äh. Ach ja, stimmt. Ich hab' ja Kohle und Karotten... Hab' ich Kohle und Karotten angebaut? Moment mal, wenn ich jetzt Kohle und Karotten angebaut habe, dann brauch' ich ja das Fleisch mit Soße gar nicht mehr. So, ich hab' ja diese Suppen, dann... Ich werd' sehen. Äh. Ja, dein erstes Wattetunerfutter sein. So gehört sich das. So, Leute, lasst mal... Lasst mich mal durch. So meinte ich das nicht. Verdammt. Ich wollte hier irgendwo einen schönen Baum abseits suchen. Äh. Jetzt geht's nicht einfach Rampage und räumt die ganze Stadt leer. Die Grunzen der Apokalypse. Wenn du sauer warst, auch alle mit anderer Meinung auf den Scheiterhaufen. Jupp. Zum Beispiel, wenn man sagt, dass du nicht nähen kannst, zack, auf den Scheiterhaufen. Junge, du musst, du musst das Ärmel, das Ärmel annähen, das, das noch nicht dran ist. So was würde nur eine Hexe sagen. Fabrenzi! Na, sag mal. Bitte, mach, mach die Kiefer. Danke. So, dann bringen wir noch ein bisschen Holz ran. Ja, die altern und sterben wahrscheinlich auch irgendwann. Also, der Charakter kann auf jeden Fall altern und sterben. Ich weiß nicht, wie es mit den PCs ist, aber ich glaube auch. Das wäre zumindest komisch, wenn du irgendwann so 200-jährige Leute hier für dich Holzfällen noch hast. Mit selbstgebautem Rollator. Äh, vielleicht nicht irgendwo rum. Also, ist eine schwierige Sache. Ich glaube eher, dass sie verschwinden. Und selbst wenn sie mal rum, also ich glaube schon, dass es dann sowas wie eine Bestattung gibt oder sowas. Also ich meine, ich könnte es mir vorstellen, dass es wie bei manchen Spielen dann ist, wie bei Bandaged oder wie bei Frostpunk oder so, dass du dich dann darum kümmern musst, dass du dann hier nicht um Beerdigungen kümmern musst und so. Aber bis jetzt, ich meine, wahrscheinlich können sie aktuell sowieso nur durch Alter sterben. Ich meine, wenn sie, wenn sie unzufrieden sind, verlassen sie die Burg. Also verlassen sie das Dorf einfach nur und ansonsten können sie ja nicht sterben. Rote Haare habe ich auch sowieso schon verloren, unabhängig vom Ärmel. Gut, stimmt. Rote Haare waren damals wirklich ein Problem. Zumindest in so kurzen Zeit, als Hetzkenhexen verfolgt wurden. Das ist ja eine kürzere Zeit, als die Leute denken. Historisch. Wenn man ausgerechnet mit roten Haaren und vielleicht noch ein bisschen auffälligen Gesichtsmerkmalen und exakt in dem falschen Jahrzehnt quasi geboren ist, dann hat man natürlich die Kappe auf ein bisschen. Irgendwie so. Schlecht. So, ich hätte jetzt gerne bald mal mein Lager fertig. Kriege ich jetzt eigentlich mal Rundholze? Warum sind wir da so... Vielleicht hätten wir den Holzverlöten. Und auch, naja, gut, dann die spätere Zeit nach dem Mittelalter nochmal, ja. Aber es geht ja jetzt gerade ums Mittelalter. Okay, ja, ich hab vorhin mal die Spansch-Inquisition erwähnt. Das war nicht im Mittelalter, aber... Hallo, Wildschwein. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Fiks. Aha. Und noch einer. Fiks. So. Ja, in der Renaissance kam es dann später. Ich mein, ja genau, im späten Mittelalter ging es ein bisschen los, aber es war nicht so viel. Das meiste war dann wirklich in der Renaissance. Aber Hexen verbrennen, das würde ich nie tun. Das sind doch, das sind alles nützliche Arbeitskräfte. Wenn jemand herkommt und mir das Nähen abnimmt, bin ich dankbar. Und verbrenne denjenigen nicht als Hexe. Wo kommen wir denn da hin? Wie kann man diese Birke verfehlen? Sich nicht bewegen, das Ziel zu verfehlen. Das, wie gesagt. Es geht, es geht um den Charakter. Mein Charme muss nicht gut sein in irgendwas. Er muss einfach nur gut aussehen können. Und die Leute... Wie gesagt, mein Charakter hat eh so einen Charisma-Wert von 100. Wie gesagt, das bringt alle dafür, für sich zu arbeiten, ohne einen, das ist wirklich ein sichtlichen Grund. Macht irgendeinen Scheiß die ganze Zeit. Aber hey. Habe ich schon wieder vergessen, bei Mega zu gucken, ob da Holz ist. Ich brauche so viel Holz für dieses Lager. Das ist eine Qual. Warum, Welt, warum... Warum Holzfäller, warum tut ihr das? Ich hatte doch vor kurzem noch so viele Rundhölzer. Die sind alle weg. Alle verloren. Okay, dann muss ich anderweitig Stein schaffen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt ein paar Wurfsteine. Wer etwas dagegen hat, soll jetzt den ersten Stein... Wir werden jetzt Stein werfen gehen. Wer etwas dagegen einzuwenden hat, soll jetzt den ersten Stein werfen. Moment mal. Stein werfen. Hauptsache, ein Wurfstein ist ein Steinwerkzeug. Ja klar, so macht man Wurfsteine. Was macht der? Sind das... Ne... Ne... Was für eine Animation ist das? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Vielleicht ist er gedanklich gerade in einem Konzert und spielt gerade Dirigent. So, was bringen mir die Wurfsteine? Oh ja, die bringen ein bisschen was. Und vom Gewicht... Puh, sind die schon schwer. Die sind genauso schwer wie vorher. Oh, also... Um Steine loszuwerden, ist das nicht unbedingt die beste Idee. Sieh was. Was zur Hölle ist das überhaupt für... Warte mal ganz kurz. Habe ich jetzt. Verbrauchen die sich... Verbrauchen die sich einzeln? Oh Gott, kann ich weit werfen. Ja, sobald der weg ist... Ich darf keine weiteren ausrüsten. Ich muss die immer wieder neu reinziehen. Das ist ja total bescheuert. Ich verbrauche irgendeine Möglichkeit, steindos zu werden. Ich muss irgendwo Steine loswerden, außer sie wegzuschmeißen. Alle Werkzeuge, die am meisten Stein brauchen... Kann ich den Stein in der Kleidung machen, einfach... Stock, Stein, Federn... Stein, Pfeile... Stöcke und Steine für Messer... Stöcke und Steine für Messer... Ja, wahrscheinlich die Messer am ehesten noch. Und die Hacken. Ja, die hacken wahrscheinlich. Zwischenzeitlich auch... Nö, da muss ich aber wieder zurückstellen. Man merkt mir überhaupt nicht an, dass ich faul bin. Äh, ja... Mal bitte wieder rein... Dem Stein... Der Stein... Das Stein hier kommt raus. So, dann verbrauchen wir auch mal die ganzen Stöcke... Die jetzt auch jede Menge Platz wegnehmen. Ich merke gerade, ich habe ein Steinmesser neben meinem eisernen Messer. Steinpilze, Nierensteine. Ach, Hallöchen, Kastellan, Technikus, James, Nieder. Gar nicht gesehen gehabt auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick habe ich dich gar nicht gehört. So, die Stein hacken gehen wenigstens schnell. Verhältnismäßig schnell. Ein bisschen schnell. Ganz kleines bisschen. So, wir haben es jetzt bald einse. Ist das nicht ein schöner Sommer? Wir bauen Steinhacken. Bauen die Burg. So weit sind wir noch nicht. Hm, hm. So. Steinhacken. Zack. Und zack. Das wird aber auch ziemlich schwer zu transportieren. Ein paar machen wir trotzdem noch. Brennholz haut weiterhin hin. Das ist schön zu sehen. Ja, boah. Ich meine, bauen die Burg ist... Wäre perfekt. Wäre einfach perfekt. Leider kann man keine Burg bauen. Ich meine, ansonsten gäbe es ja die Möglichkeit Zäune. Aber hier... Ich habe es leider noch keine Technologie für Stein Zäune. Ich könnte tatsächlich hergehen und jetzt mal die Häuser weiter ausbauen. Das könnte ich tun. Aber das mache ich vielleicht dann beim nächsten Mal. Aber jetzt mit Häuser ausbauen anzufangen, könnte sich ein bisschen ziehen. Minimal. So. Ein, zwei Jahre. Zumindest wenn ich alle ausbauen will. Aber damit würde ich auch Brennholzbedarf reduzieren. Und damit wiederum meine Rundholzproduktion ankurbeln. Win-win. Ich meine, ich könnte natürlich auch hergehen und jetzt noch einen weiteren Holzfäller machen. Den Stufe 2 Holzfäller endlich mal. Ach, du hast gerade das Bug-Video in Bevor es gesehen. Jupp. Das ist cool. Das war auch lustig damals. Genau sowas. Genau so. Ja, ich wünschte tatsächlich, das Spiel hätte so ein bisschen das Ressourcensystem von Bevor. Das war nämlich echt gut. Äh, ja, die Hacken kommen nochmal zurück. Äh, Steinhacke. Nice. Okay, haben wir. Nun, der nächste große Schritt. Zu schauen, ob die Holzfäller Holz haben. Wir bräuchten dann wirklich zu langsam einen dritten Holzfäller, ne? Wir brauchen, wir müssen weiterhin frisch mit Baumwetter. Gott, hast du mich erschreckt, Olaf. Komm schon, komm schon, komm schon. Hm? Das ist der Tisch des Zimmermoans. Brennholzbrett. Das darf doch nicht euer Ernst sein. Bringt bald durch die Rundholzer. Ja. Seid ihr denn des Wahnsinns? Was gibt's doch nicht? Ich hab doch schon mittlerweile gar keine... Oder ist das jetzt im Lager gelandet? Oder wird das hier gelagert? Oder... Ich komm grad nicht drauf. Was ist... Was ist der Trick? Warum wird grad kein... Oder wird das falsch erkannt oder so? Und die bringen gar keine... Warum, warum, warum... Warum wird kein... Wir hätten kein Rundholz mehr produziert. Das ergibt keinen Sinn. Nicht... Also die letzten Tage ist kein einziges Rundholz mehr hereingekommen. Aber angeblich produziert ihr wie viel? Und was soll das aus? Es gibt nur noch eckiges Holz. Ja, klar. Okay, dann stelle ich jetzt mal kurzzeitig komplett um. Oh nein, ich volltrottel. Ja, klar. Brennholz wird doch auch aus Rundholz gemacht. Oh nein. Ich kann... Düh. Ach, verdammt. Nochmal. Das darf doch nicht sein. Natürlich. Klar. Klar. Oh Mann. Ich sag's euch. Charisma 100 Intelligenz 0. Ich wundere mich die ganze Zeit, ey. Ich brauchte mehr Rundholz. Dringend. Ja, ich hab's jetzt auch gesehen, Tommy. Genau jetzt, wo ich's auch gemerkt hab, ey. Das ist so ekelhaft. Ah. Ich geh jetzt nochmal in den Wald und voll selbst Holz. Ich muss auch mal ein bisschen gewichtlos werden. Warum trage ich Fleisch mit mir rum? Ach, das stimmt. Ich hab ja vorhin ein Schwein. Entschweint. Ich hab es entsaut. Warum ist es trotzdem so schwer, mein Inventar? Sind es wirklich 42 Stücke? Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist aber hier aber nichts mehr Besonderes. Hm. Wir laden mal noch das Fleisch ab. Die Steine können auch noch schnell loswerden. Ja, wir haben ein bisschen Fleisch. Ich merk's schon. Das ist ein bisschen lächerlich. Da kommt der Koch nicht mehr hinterher gerade. Na, guckt mal an, was hier gerade gestapelt wird. Hm. Steine weg. Kommt nochmal zum Shad rüber. Zum Shad. Zum Shads. Level 1 Shad. Na, das Stufe 2 Holzfällerlager baue ich auch gleich. Aber ich möchte zumindest das Lager fertig bauen. Danach, das Stufe 2 Holzfällerlager ist gleich meine nächste Priorität. Kieferbruch. Kiefer. Kiefer. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Weil er läuft einfach immer durch den Wald. Was fällt ihm ein, ne? Holz. 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 So schön, so schön machen, dass der Wald nicht unbedingt dünner aussieht. Daran denken immer Längsstreifen, keine Querstreifen. Im Wald. Die machen schlank. Moment. Ich wollte ja, dass er dicker aussieht, ne? Also doch Querstreifen. Verflucht. Jetzt könnte ich hier sogar schöne Bären zum Futtern. Ja, wisst ihr was. Ich hole mir mal ein paar Bären. Dann ist mal Ruhe. Im Kapuff hier. Okay. Mit vollwertiger Bärigkeit geht's dann gleich weiter. Kusspritz halt. Nice. Nice. Ich tue wirklich, dass sich die Bäume bei Zeit mal mit Nachwachsen beeilen. Weil aktuell habe ich ja schon wirklich ein bisschen Sorgen, immer noch mehr Bäume wegzumachen. Weil dann so langsam wirklich mal der Walz, den ich jetzt neben mir drin habe, immer lichter wird. Oh oh. 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 Und was das Stronghold 1 gegen 1 angeht, das ist eine so alte Frage. Im Grunde nein. Es funktioniert halt einfach nicht, wie man sich's vorstellt. Jetzt einfach mal zu sagen, ja spiel einfach mal gegen einen Zuschauer. Aber ich frage mich, warum sich viele Leute das so einfach vorstellen. Im Sinne von, ja klar, natürlich. Ich habe ja zum Glück nur ein paar tausend zur Auswahl. Und wenn ich frage, melden sich bestimmt nur ein paar hundert. Und die anderen fühlen sich bestimmt nicht angepisst, wenn sie nicht mitmachen dürfen. Kurzfassung, es bereitet nur Probleme. Es wird nur Probleme bereiten. Ähm, Holz. Alle zwei Jahre wachsen Bäume nach. Na, das ist doch gut. Sie lieben mein Rundholz. Genau, Rioshin. Das ist der Grund. Der Grund, Trademark. Ja, hier ist so viel Rundholz, das ich noch brauche. Schafft mal schneller ran, Leute. Es geht hier um Leben und Brot. Mehr nicht? Drei? Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Ja, geil. Ja gut, ja gut, ja gut. Es soll trotzdem genügen. Ich würde sagen, das genügt. Wir machen dann beim nächsten Mal... Solange bis das hier fertig ist, würde ich fast einige Häuser ausbauen. Wir können ja unser Dach noch fertig machen. Genug. Ich glaube, mittlerweile haben wir, glaube ich, genug Latten. Höhöh. Bretter. 20, krass. Das sind gar nicht mal so viele. Und das Rundholz wird jetzt auch erst langsam reinkommen. Aber ich könnte trotzdem bei vielen Häusern schon mal, ähm, die Steinausen machen. Obwohl, da braucht sich auch Rundhölzer, ne? Nee, nee. Hm. Hm. Schwierig. Vier Personen? Vier Personen. Vielleicht passen ja auch wirklich mal vier Personen. Weil eigentlich... Naja. Egal. Vielleicht werden ja auch wirklich mal in den Häusern Kinder gezahlt. Gut, okay. Ich habe fast nur Frauen im Dorf. Die müssen dann schon fast alle von mir kommen. Aber passt. Stoppe doch Minenarbeiter. Das könnte man tatsächlich machen. Das könnte man tatsächlich machen. Hm. Vielleicht am nächsten Mal. Ich gehe mal in die Hütte. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich finde das Verwaltungsmenü halt immer so fummelig. Da möchte ich so wenig wie möglich reingehen. Äh, hat es jetzt gespeichert eigentlich? Ah, jetzt okay. Alles klar. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen an euch alle. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche am Freitag wieder wegen Medi-Wild-Dynastie. Also höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Aber ich würde mal sagen, nächsten Freitag wieder für Medi-Wild-Dynastie. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020